Das Raumschiff hebt ab und so ist es auch. Wir fliegen mal langsam ran an den Römer. An der Pauzkirche haben sich die Leute versammelt. Am Mainufer steht noch eine große Laufleinwand. Und hier brodelt schon der Römer. Aber die Mannschaft ist ja noch gar nicht da. Das wird noch viel, viel besser. Herzlich willkommen zu unserem Essen-Extra. Und wie heißt es so schön? Im Herzen von Europa, im Herzen von Frankfurt. Die Leute sind seit heute Morgen hier. Viele haben gar nicht geschlafen, sind direkt zum Römer gefahren. Denn der Zugang hier zum Kernplatz, der ist schon seit Stunden gesperrt. Zu viele Menschen drauf. Es wurde nur so ein kleiner Bereich hier vorne freigelassen, damit die Fans, die in Sibia waren, auch noch Raum finden. Weil die haben eine ganz lange Nacht hinter sich gebracht. Einige haben einfach sich am Flughafen auf die Fliesen gelegt, ein paar Stunden oder ein paar Augenblicke mal die Augen zugemacht und geträumt vom Erfolg der Eintracht. Ja, es war relativ pünktlich, sogar überpünktlich. Im letzten Landeanflug hat die Eintracht dann noch mal ein bisschen Gas gegeben, wie in der Verlängerung. 17.40 Uhr dann schon die Landung auf dem Flughafen. Und dann geht das Ganze da relativ zügig hoffentlich in die Cabrios. Wie lange es dann dauern wird, um hier tatsächlich zum Römer zu kommen, das werden wir sehen. Aber wir werden das auch alles weiter verfolgen, mit Ihnen und für Sie. Und Florian Nass, ich habe gelernt, dass es nichts Heiligeres gibt als den Schlüssel zu diesem Balkon. Aber der wird ja auch nur für ganz besondere Momente aufgemacht, Florian. Ralf, das ist richtig. Und heute ist so ein Anlass. Europa Cup in diesem Jahr. 17.40 Uhr, 47 Sekunden war es. Und da war der Touchdown auf dem Fraport. Und da ist er, der Pokal. Nach 42 Jahren ist er wieder da. Der Käpt'n und der Coach haben ihn runtergetragen. Die Gangway, Sebastian Rohde und Oliver Glasner. Und dahinter die glücklichen Kevin Trapp, ohne Frage. Auch wenn er zu Recht immer den Teamgeist betont. Natürlich, einer der großen Helden des gestrigen Abends. Denken wir nur an die Schlussphase der Verlängerung. 117. Minute. Und dann natürlich der gehaltene Elfmeter. Dann in diesem Drama um kurz vor Mitermacht. Es war, es ist das größte Spiel auch seiner Karriere gewesen. Das hat er betont. Und auch seiner langen Spielerkarriere. Oliver Glasner. Dieser Wechsel von Wolfsburg nach Frankfurt. Der hat sich nun wahrlich gelohnt. Für den neuen Mann, dessen Zeit ja hier in Frankfurt zu schwierig begann. Wir erinnern uns. Aus der FV-Pokal. Erste Runde. Und dann langes Warten auf den Sieg in der Bundesliga. Und wo gab es den? In München. Eine Mannschaft, die auch schon mal diesen UEFA-Pokal gewann. Nämlich 1996. Dann Schalke. Und dann dauert es unfassbare 25 Jahre, bis eine deutsche Mannschaft diesen Pokal wieder hier nach Deutschland holt. Na klar, eine Replik gibt es im Eintracht-Museum von 1980. Nämlich den Pokal, den damals die Mannschaft um Jürgen Krabowski holte, der im Finale fehlte. Das wissen Sie. Und jetzt steht er also da. Der Flieger mit der Nummer XQ. Der Flieger mit der Nummer XQ 6280. Jetzt sind wir live. Wir haben Ihnen die Bilder natürlich noch mal nachgeliefert. Und das ähnelt natürlich den Eindrücken, die wir 2018 hatten. Auch damals war das Wetter so gut, dass man mit dem offenen Cabrio fahren konnte. Und ich bin total gespannt, wie das dann in Niederrath, in Sachsenhausen sein wird. Und dann desto näher wir kommen. Und dann sehen wir auch hier dann am Römerberg, wie eng das Spalier der Eintracht-Fans ist. Denn es ist natürlich komplett ausgeschlossen, dass alle ein Plätzchen finden können hier auf dem Römerberg. Er wird eins bekommen, das war ganz sicher, denn er ist ein echtes Feierbiest. Der Präsident, eine lange Nacht für Peter Fischer, der jetzt hier von den Fans auf dem Römerberg übrigens gefeiert wird. Denn die sehen exakt die Bilder, die Sie zu Hause auch erkennen können. Axel Hellmann hat auch schon Platz genommen. Es ist eine total angenehme, ausgelassene, friedliche, fröhliche Atmosphäre hier auf dem Römerberg. Ja, und logisch, jeder Mitarbeiter auf dem Vorfeld nutzt jetzt natürlich die Gelegenheit auch, hier mal ein Selfie zu machen mit den Mannen, die gestern große Fußballgeschichte nicht nur für Frankfurt geschrieben haben. Da haben eine Menge Leute heute Nacht gut gearbeitet oder waren gut vorbereitet, Autokorso, Straßen absperren. Klar, für die Frankfurter Ordnungsbehörden, für die Polizei ist das gelebt. Das gab es natürlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder, auch durch die Empfänge der Fußballnationalmannschaft, sowohl der Männer als auch der Frauen, Olympiaempfang 2016 und dann eben die Titel, der Eintracht, vor allem die Pokalsiege und auch der UEFA-Pokaltriumph 1980. Obwohl die Stimmung in der Mannschaft und das Verhältnis zum Trainer ein ganz, ganz anderes war, als das jetzt Aktuelle zwischen dem Team, dem UEFA bzw. dem Europa-League-Sieger 2022 und ihrem Coach Oliver Klaasner. Ja, Peter Fischer geht das Spalieren nochmal an. Er hat doppelten Grund, stolz zu sein auf diese Mannschaft, auf die Fußballer-G, die Profi-Abteilung und dann natürlich den EV. Dem steht er ja vor, denn es gibt ja mehr als inzwischen 100.000 Mitglieder. All das in der entscheidenden Phase der Europa-League 2021-22. Das ist eine zweite, eine weitere Erfolgsmeldung. Um das Gepäck müssen die Jungs sich nicht kümmern. Die Abschauplatz genommen. Ich nehme an, dass im Kofferraum oder vielleicht unter den Sitzen auch das ein oder andere Getränk da ist. Raphael Bore, der Mann, der gestern für die Entscheidung sorgte. Aber es ist Quatsch, in dieser Saison einen Mann herauszustellen, weder ihn noch Kevin Trapp. Klar, es gibt besondere Spieler. Der Kader ist in der qualitativen Breite nicht so extrem gut. Aber Einzelspieler schaffen es allein nicht. Da braucht man ein starkes Team, auch im Trainerbereich, einen Staff hintendran. Und der hat vor allem international natürlich exzellent funktioniert. Ich will aus diesem verdammten Pokal, aus diesem Miststück trinken. Hat dann gemerkt, wie groß er war, wie schwer das Ding ist, wenn er dann mal gut gefüllt ist. Der Präsident Peter Fischer, er ist ganz ohne Frage eines der Gesichter dieses Vereins. Im Hintergrund sehen wir noch Alex Mayer. Es gab ja eine große Delegation der Frankfurter Eintracht. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass man beispielsweise auch die Frauen mitgenommen hat. Also das Frauenteam, das Bundesligateam, das sich ja so wie jetzt die Männer für die Champions League 2022-23 qualifiziert hat. Und zwar über den Weg der Bundesliga als Drittplatzierte hinter den Bayern und Wolfsburg. Und die Männer dann eben über diesen besonderen Weg als Europa-League-Sieger nächstes Jahr, nächste Saison sogar in Topf 1 der Champions League vor dem Supercup. Europäischerseits mal ganz zu schweigen, da kommt noch Real oder Liverpool auf die Eintracht zu. Das wird auch organisatorisch eine ganz interessante Nummer, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es wird natürlich auch monetär entlohnt. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, hier über Geld zu reden, sondern der Wert, dieses Renommee für den Verein, sich international eingeschrieben zu haben. Einmal mehr in die Geschichtsbücher des Fußballs. Wie geht's weiter? Streckenmäßig im Prinzip die gleiche Route wie 2018. Also in Richtung Niederrad geht's natürlich dann. Werden vielleicht auch einen Blick erschen auf das Waldstadion, Deutsche Bank Park. Gestern mega Public Viewing. 50.000 Leute waren da drin, waren da dabei. Aber natürlich nicht nur dort, sondern in den Kneipen, in Bornheim, auf der Berger Straße. Unfassbare Bilder. Können Sie morgen Abend ab 20.15 Uhr bei uns im hr-Fernsehen nochmal miterleben, was da alles los war. Und natürlich dann auch in der ARD Mediathek für eine lange Zeit die Highlights, die Tore, die Emotionen, aber auch die Gründe für diesen Erfolg mit einigen Leuten, die wirklich da Geschichte mitgeschrieben haben. Das ist der Weg, Sie sehen im Hintergrund die Skyline, das ist der Weg dann über Niederrad, über Sachsenhausen, Schweizer Straße, dann rüber über den Main. Und dann sind wir schon wirklich im Herzen von Frankfurt, im Herzen von Europa sind wir sowieso. Auch hier schon, das ist alles, was dazu gehört, der natürlich verkehrsreichste Flughafen Deutschlands. Und zwar mit klarem, klarem Abstand. Boah, erstmal durchatmen, was war das für ein großartiger Abend, was für eine Leidenschaft. Und übrigens, das gehört sich immer auch an den Zweitplatzierten zu denken, das galt auch für die Rangers, die total intensiv gekämpft haben. Aber ich finde, und das hat nichts mit Lokalpatriotismus zu tun, dieser Sieg für die Eintracht war verdient. Ich finde, sie haben den engagierteren Fußball gespielt, sie waren sofort da von Beginn an die ersten 25 Minuten, haben der Eintracht gehört, sie wollten es unbedingt. Ja, auch die Rangers wollten es, ich fand aber, dieser Ausschlag am Ende zugunsten der Eintracht, abgesehen davon, dass sie ein Top-Torhüter hat, das war letztlich verdient und verantwortlich dafür, dass wir diesen Fahrtag heute so begehen können. Denn, auch das war klar, bei einer Niederlage hätte es diesen Empfang nicht gegeben. Da hat die Eintracht den Riegel vorgeschoben, Axel Hellmann hat das begründet, der Vorstandssprecher, und hat gesagt, nein, als Verlierer wollen wir uns nicht feiern lassen. Rechts, das ist der Blick auf den Römerberg, der ist voll, rammelvoll, aber auch am Rande, am Paulsplatz, bis hoch zum Rossmarkt, Hauptwache runter zum Main. Das ist jetzt nicht so weit zum Eisernen Steg. Überall stehen die Menschen, sie werden in Sachsenhausen stehen. Es wird ein Spalier auf den Straßen geben, so wie das Niko Kovac 2018 erlebt hat. So wird das selbstverständlich dann auch später der Fall sein für Oliver Glasner. Ja, vorne, Sie sehen das im linken Bild, das ist der Vorstand mit Markus Krösche, mit Axel Hellmann, mit Oliver Frankenbach. Auch die Männer, die natürlich mit Unterstützung von vielen anderen diesen Weg angeschoben haben. Und es ist eben nicht nur das fußballerische Personal, es ist das, was im Hintergrund mitarbeitet. Es ist das, was geschaffen wurde mit dem Proficamp draußen an der Arena. Das ist sehr bemerkenswert, wenn man das zum ersten Mal sieht. Und wenn man das vergleicht, wenn man die Zeit zurückdreht, beispielsweise zu 1980, dann ist das ein Quantensprung. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Eintracht zwischenzeitlich ja nicht nur einmal zweitklassig war, dann kann man wirklich ermessen, was es bedeutet hat, diesen Klub in diese Zeit zu führen. Die Fahrt beginnt für Kevin Trapp und Co. Die Rückkehr nach Frankfurt ist für Kevin Trapp eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Es war aus sportlicher Sicht, Philipp Kostic sehen wir, aus sportlicher Sicht natürlich richtig sich auszuprobieren, und es war das erste Mal im großen Fußball, im allergroßen internationalen Fußball. Damals, wohlgemerkt, damals, Paris Saint-Germain unter anderem. Ja, aber die Rückkehr dann nach Frankfurt und dann auf dem Weg, WM-Torhüter zu werden 2022, alles richtig gemacht. Da steht er, der Eintracht-Expert. Der Eintracht-Expert ist seit zwei Jahren gebrandet als Eintracht-Flieger vom Reisepartner. Hier sehen wir nochmal, wie sie rauskamen, Sebastian Rohde und Oliver Glasner. Wir sind hoffentlich überall vertreten, auf der Strecke, oben im Kaisersaal, aber auch unten bei den Fans, bei Janine Hilpann, ist eine Menge los. Ganz genau so ist es. Und in den ganzen Spielen definitiv, ja. Sehr schön. Die Nacht geschlafen überhaupt oder direkt vorm Schlaf, quasi vom Feiern hier zum Feiern? Seit zwei Wochen nichts mehr. Seit zwei Wochen nicht geschlafen. Ohne Reise. Und der Moment, als gestern klar war, das Ding holt die Eintracht. Glauben wir nicht mehr. Sie haben ja Tränen in den Augen. Ja, man merkt es einfach, Flo, das ist hier ein Wahnsinnsmoment für die Fans. Wir wissen einfach, das ist historisch. Das ist historisch für die Stadt, für die Eintracht-Fans. Du hast es vorhin schon angesprochen, nach 42 Jahren holt die Eintracht wieder diesen, einen internationalen Pokal. Ich glaube, wir lassen an der Stelle einfach nochmal die Stimmung ein bisschen wirken. Man sieht es hier auch, die Leute liegen sich ein bisschen in den Armen. Und wir fragen einfach nochmal hier in die Runde. Ihr kennt euch aber nicht, oder? Also, ihr lernt euch hier gerade kennen. Wir lernen uns gerade kennen, ja. Was bedeutet das für dich, wenn du siehst? Ich bin gerade sehr berührt. Okay. Ja. Wie war es für dich gestern? Wir lassen das einfach mal so stehen und ein bisschen ein bisschen... Das ist einmal mega. Der beste Tag des Jahres. Und das nach Corona, endlich mal was zu freuen. Was bedeutet dieser Titel für dich als Fan nach 42 Jahren? Ist das sogar größer als der Pokalsieg 2018? Ja, der Pokalsieg war schon auch richtig heftig, weil da keiner dran geglaubt hat gegen die Bayern. Das war auch schon... Gacinovic mit dem Lauf seines Lebens und jetzt Kostic. Bitte? Gacinovic mit dem Lauf seines Lebens und jetzt Kostic mit dem Tor. Das war jetzt auch richtig mega, ja. Ja, ganz vielen Dank dir. Also, die Fans laufen sich hier langsam warm, Flo, und warten auf die Mannschaft. Aber wir sehen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, weil man sicherlich jeden Meter auf dem Weg hier zum Römerberg genießen wird. Ja, aber wenn es so Emotionen und solche Bilder gibt, dann haben wir Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Und wenn es 22 Uhr wird, das verspreche ich jetzt einfach mal, obwohl mir das redaktionell gar nicht zusteht, wir kriegen die oben auf den Balkon, gar keine Frage. Diese Tränen des Fans eben, ich kann das total nachvollziehen. Das ist nämlich ganz sicher jemand, der auch den ersten Abstieg Mitte der 90er Jahre mitbekommen hat, der das vielleicht alles nochmal nachvollzieht, was mit seinem Lieblingsverein, mit seiner Lieblingsmannschaft so passiert ist. Es ist eben nicht nur dieser Erfolg von vor 42 Jahren. Es ist die verpasste Chance auf die Deutsche Meisterschaft 1992. All das liegt ja in diesem Zeitraum, bis zu diesem großen Triumph in der vergangenen Nacht. Das darf man nicht vergessen. Das sind Leute, als sie jung waren, die standen im G-Block und sind dann vielleicht auf die Gegend gerade gewechselt. Ein Hinweis noch, auch für sie zu Hause, denn es ziehen starke Gewitter auf, die zwischen 18.30 und 20 Uhr sich wirklich heftig entladen können. Derzeit sollen sie schon Fahrt aufnehmen im Bereich Taunus und Wetterau. Seien Sie bitte alle vorsichtig, lieber alles zumachen, bringen Sie sich dann lieber in Sicherheit. Das gilt natürlich dann später auch für die Menschen hier auf dem Platz. Das soll später kommen. Aber das war uns wichtig, Ihnen diesen meteorologischen Hinweis zu geben, mal ausnahmsweise aus der Sportredaktion. Aber wir haben uns da natürlich vergewissert und haben von unseren Kollegen genau diese Hinweise bekommen, die wir sehr gerne weitergeben. So, man ist schon an einem Tor des Flughafens angekommen und dann kann gleich Fahrt aufgenommen werden. Sebastian Rohde, ein Ur-Hesse im zweiten Cabrio, der schwenkt schon. Mein Gott, ist er gestern getroffen worden, gleich in der Anfangsphase. Das Blut überall im Gesicht auf dem Trikot, aber wurde wieder zusammengeflickt. Man muss da immer sehr vorsichtig sein und vorsichtig sein auch mit Helden-Geschichten. Aber eines ist mal klar, ihm das zu gönnen, dass er weitergespielt hat bis zur 90. Minute, das war schon Wahnsinn. Und das war ihm so zu gönnen, ein Mann, der so voran und voraus geht. Da haben wir das Bild nochmal, wie er gezeichnet war dann, als der Turban weg war vom Kopf. Und er hat schon da die Medaille um, nach der Siegererung, Hauptsache das Ding geholt. Hat er getwittert, alles andere ist egal. Oh, das hat aber eine mächtige Spur auf der Stirn hinterlassen. Ein sehr sportaffiner Mensch, Sebastian Rohde, nicht nur Fußball interessiert, sondern auch an vielen anderen Sportarten, beispielsweise auch beim Radsport. Immer mit am Fernseher dabei und übrigens auch einer der morgigen Protagonisten. Die Karawane steht bereits, alles sammelt sich nochmal die Chance. Einige Fans waren clever, die wussten genau, da kommen sie raus. Da ist die erste Chance, mal einen Schnappschuss zu machen, bevor dann der Konvoi, der Corso, Fahrt aufnimmt in Richtung Sachsenhausen, in Richtung Innenstadt der Stadt Frankfurt. Mal ein Blick auf die Titelsammlung, was ist denn hier schon so gefeiert worden. Gigantisch die Bilder, die wir auch bei uns im Archiv noch haben. Schwarz-Weiß 59, die erste und auch einzige deutsche Meisterschaft, damals in diesem Verlängerungsdrama gegen den UFC. 74, 75 DFB-Pokal nach Verlängerung einmal gegen den HSV, dann 75, 1, 0 gegen Duisburg in Hannover. UEFA-Pokalsieg 80, 81, 88 und 18 DFB-Pokal. Und jetzt eben die Europa League mit diesem Drama im Elfmeterschießen. Oliver Glasner und seine Assistenten sind mit dabei, Michael Angerschmid und Ronald Brunmaier. Das ist sein erster Staff, aber heutzutage Bundesliga-Vereine, da ist natürlich noch viel mehr dabei. Die Scouts, die Athletiktrainer und so weiter und so fort. Und natürlich auch eine physiotherapeutische Abteilung, die dafür gesorgt hat, dass fast alle mitwirken konnten. Es gab ja große Gedankenspiele darum, schafft es Jesper Lindström beispielsweise, was wird mit Martin Hinderger? Aber da war relativ schnell klar, nach dem Halbfinale, das wird mit dem Endspiel nichts. Ja, das sind die Stolpersteine dann nachher, wenn Sie da überall bei jedem Fotografen, bei jedem Fan anhalten, jedes Selfie mitmachen, dann wird es ein Problem geben, heute Abend hier noch bis 0 Uhr auf dem Balkon zu stehen, bei uns hier am Römerberg, am Rathaus der Stadt Frankfurt am Main. Die ersten Connection im zweiten Wagen, also nicht nur Sebastian Rohde, sondern nächster Frankfurter, Timothy Chandler. Da haben wir ja nicht nur einen, auch Eamon Buckcock, der bei der SG Braunheim groß geworden ist, den Verein jetzt verlässt, in Richtung Mainz 05 gemeinsam mit Danny Da Costa. Auch die Polizei nutzt die Gelegenheit, das finde ich ja lustig. Ich dachte, der will mal sagen, Achtung, wir fahren gleich los. Äh, Timmy. Es sind solche Spieler wie Timothy Chandler, die auch einen großen Anteil an diesem Erfolg haben. Vielleicht nicht, weil er jetzt mega viel gespielt hätte, weil er sich als Torschütze aufgedrängt hätte, aber zur Wahrheit gehört auch, es braucht Teamgeist. Und Teamgeist braucht Typen. Und er ist einer dieser Typen. Und auch die Wahl von Sebastian oder auf Sebastian Rohde als Mannschaftskapitän war ein ganz wichtiger Indikator. Aber eben der Mann, der in der Kabine für gute Atmosphäre sorgt, der für Integration der neuen Spieler sorgt, das ist eben ein Mann wie Timothy Chandler. Markus Philipp ist einer derjenigen, der auf dem Motor sitzt, genauso mit Sebastian Ried. Markus, was gibt's, was siehst du, wie ist die Stimmung, wie ist die Laune? Ja, ich weiß nicht, also wenn man das nicht anhand der Fernsehbilder schon erkennen kann, dann hat man entweder das Schwarzbild eingeschaltet zu Hause oder ist nicht im Zimmer. Ich glaube, die Bilder sprechen eigentlich für sich. Hier das zweite Cabrio mit Indika. Und ach, das ist ja Wahnsinn, was hier alles los ist. Wir fahren mal vor zum Käpt'n, der da vorne auch so ein bisschen die Stimmung mit angibt. Ich hoffe, dass die Kamerateams das alles so mitkriegen, was hier los ist. Ah, komm, dann gehen wir da ein bisschen nach hinten. Nein, wir kommen noch. Axel Hellmann hat gerade gesagt, wir sollen zu ihm kommen. Ja, ich weiß ja auch nicht. Komm, dann gehen wir erst mal zu ihm hier. So, also, Axel Hellmann ist da. Wir müssen noch ein bisschen näher ran, Matthias, sonst kann ich ihn so schlecht verstehen. Axel, eine Sache müssen wir gleich mal aufklären. Es hieß, dass Präsident Peter Fischer Ärger bekommt, wenn er sagt, er möchte aus diesem Pott saufen. Warum habt ihr ihm das verboten? Ich habe ihm gesagt, die Nummer hast du einmal schon gemacht. Mach die kein zweites Mal, dann ist ein bisschen blöd. Aber der Peter hält sich ja in keine Regeln. Warum ist das so? Habt ihr den nicht im Griff? Der Peter ist eine, wie man so schön sagt, unkontrollierbare Rakete bei uns im System. Aber ganz wichtig. Und dann bleibt aber trotzdem natürlich die Frage, fahrt mal weiter. Wir müssen immer bei den Cabrios bleiben. Das ist nicht so ganz einfach, weil das hier ein Stop and Go ist. Wann war Axel Hellmann denn gestern eine Rakete? Ich bin um halb acht heute Morgen ins Bett. Habe ich eine Stunde geschlafen, eineinhalb. Und dann, es endete sehr feucht, fröhlich nass. Das kann ich mir denken. Letztes Mal bei dem Pokalsieg 2018, da war an Peter Fischers Tür ein Zeichen, da hieß es Diskothek. Wo hing dieses Schild dieses Mal? Ne, wir haben ja in einem Club gefeiert und da ging es wirklich bis sechs Uhr. Und dann sind wir noch mal ins Hotel umgezogen und haben dann noch mal geschaut, was es da noch so gibt. Aber es ist eine tolle Gemeinschaft und eine Zusammengehörigkeit. Es war wirklich überragend. Na, dann würde ich sagen, feiert erstmal schön weiter. Zu Markus Grösche kommen wir natürlich auch noch mal. Ja, ich komme noch mal vorbei. Also, bis nachher dann. Also, ich glaube, das zeigt erstens mal, wie die Stimmung hier ist zum anderen, aber auch die ersten internen Informationen, wie lange das heute Nacht ging. Ich würde vorschlagen, das lassen wir erstmal so wirken und dann schauen wir mal, was die anderen Menschen, die hier in den Carbius sitzen, noch zu erzählen haben. Es geht übrigens im Vergleich zu 2018 jetzt hier schon so langsam voran. Also, Flo, deine Prognose, dass wir um 22 Uhr noch auf dem Römer irgendwie live zugegen sind, die ist nicht so unrealistisch. Ja, das habe ich irgendwie schon befürchtet. Ich habe übrigens kein Schwarzbild. Ich kann das durchaus einschätzen. Was ja total praktisch ist, wenn die Party bis 6 Uhr ging und sie sind dann ins Hotel umgezogen. Super, ist das Frühstücksbuffet offen. Wenn man dann noch die Bar aufschließen kann, perfekt, geht beides. Bisschen was Frisches in den Mund bekommen und vielleicht noch ein Konterbier oder so. Ja, hilft ja auch manchmal. Die Stimmung ist, das merken wir jetzt schon, überragend. Es gibt natürlich, klar, weil die Fluktuation an einem Bundesliga-Verein ist natürlich schon relativ stark. Aber es gibt natürlich Spieler, die davon berichten können, die den anderen sagen können, passt mal auf, was ihr da nachher erleben werdet, das ist schon außergewöhnlich. Auf diesem traditionsreichen Terrain, auf dem Römerberg, wirklich das Herz von Frankfurt, dieses Rathaus, das natürlich auch schwer getroffen war, aber wieder aufgebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Historisch alles ringsherum mit der Paulskirche und so weiter und so fort. Im Kaiserdom, all das wird man vielleicht den Spielern nicht genau so explizit erklärt haben, aber eine Vorahnung gegeben haben, was sie da hat erwartet an purer Leidenschaft. Man muss schon sagen, Liebe und Emotion. Wenn sie denn ankommen, wenn sie denn ankommen. Das ist das Fahrzeug, das ich vorhin schon mal angesprochen habe. Links, das ist Oliver Frankenbach, der unfassbar seriös arbeitet. Für alle natürlich, aber ein Mann, der ganz dezent im Hintergrund arbeitet, aber eben zur Vorstandsetage gehört. Er überlässt das Bild nach außen. Dann durchaus Axel Hellmann und natürlich Markus Kröscher, der sportlich dann wiederum vor allem das Sagen hat. Und ja, die drei können sich heute Abend dann, wenn sie auseinander gehen, nochmal die Hand geben und sagen, Leute, das ist schon Wahnsinn, was wir hier zu verantworten haben und auch in die Zukunft führen. Denn diese Champions League Teilnahme, und jetzt geht es dann doch ein bisschen um das Geld, bedeutet natürlich schon, dass man Spielraum hat, diese Mannschaft nicht nur zusammenzuhalten, sondern an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann auch zu ergänzen, auch wenn die wirtschaftlichen Situationen durch Corona natürlich schwieriger worden sind. Aber das betrifft nicht nur die Eintracht. Rechts das kleine Bild, das sind die Glücklichen, die mussten sich nicht um einen Platz kümmern, denn das sind die Anwohner hier direkt am Römerberg. Die haben auch immer einen feinen Blick ab Ende November, wenn genau hier der Frankfurter Weihnachtsmarkt gastiert oder stattfindet. Einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands übrigens. Und das ist der Balkon, übrigens später angebracht, erst im Jahr 1900. Das Gebäude selbst ist natürlich Jahrhunderte alt, aber dann wurde es repräsentativ. Und hier nehmen wirklich nur ganz besondere Menschen Platz und dürfen sich ehren lassen, so wie die Europa League Siegermannschaft der Frankfurter Eintracht. Also, wir machen noch eine Runde Musik und verfolgen weiter die Bärchen. Das ist der Blick nach hinten. Wenn Sie dort nach hinten weiter den Blick schweifen lassen, geht es Richtung Hauptwache. Auch da der Platz vor der Paulskirche. Alles ist voll. Alles ist voll. Und alle sind gekleidet in schwarz und weiß. Ein bisschen die alten schwarz-roten Trikots, die auch heute aufgetragen werden. Die verrücktesten alten Trikots habe ich entdeckt auf dem Fußweg hier vom Willy-Brandt-Platz, von der U-Bahn-Station hier rüber. Einer trug ein Shirt von Pavel Krijavovic. Den kennen die wenigsten auch noch. Sensationell. Dieses bunte Gemisch an Erinnerungen, die heute getragen werden. Und dazu natürlich die aktuellen Shirts in dem großen Gedenken an diesen Triumph gestern in Sevilla. Ansgar Knauf, sehen wir da in diesem Wagen. Das ist für mich eine der großen Entdeckungen, ich glaube für viele Eintracht-Fans. Es ist ja nicht nur die Geschichte, dass er aus der dritten Liga, aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, da hat er sich nicht durchsetzen können, weil die Konkurrenz auf der rechten Angriffsseite halt auch unheimlich groß war. Und dann kommt er hierher und es ist ja nicht nur so, dass er seinen Platz irgendwie findet. Nein, der war spielprägend. Der hat vor allem in der Europa League für Erfolge gesorgt. Der war unglaublich stark nominiert für das Tor des Monats. Beispielsweise mit dem Führungstreffer gegen Barcelona am 7. April 2022. Dann natürlich auch Torschütze beim Auswärtssieg in London gegen West Ham. 28.04.2022. Stammplatzspieler. Das alles seit der Winterpause. In der Vorrunde war er noch nicht mit dabei, aber dann in der K.O.Runde mit dabei. Also das ist ein Neuzugang. Nächstes Jahr noch eine komplette Laie von Borussia Dortmund. Den zu verpflichten, das wäre fast schon, das muss man jetzt so sagen. Ein Königstransfer. Raphael Borré. Gestern hat er sich sofort von einem Betreuer die kolumbianische Flagge reichen lassen. Ein so sportbegeistertes Land. Und zwar nicht nur im Fußball, sondern auch in vielen anderen Disziplinen. Ja, hier gibt es eine kleine Warnmeldung, auch für die Fans wegen des Unwetters. Ja, die Durchsage, man geht hier davon aus, dass es nur ein paar Regenschauer gibt. Ich glaube, das halten Sie alle aus. Aber es ist richtig, die Menschen vorzuwarnen, dass es auch schlimmer kommen könnte. Sie sehen die dunklen Wolken oben am Himmel über Frankfurt. Was für eine kunterbunte Mannschaft auch. Das muss man ja auch mal sagen. Also kunterbunt im Sinne von international. Das passt perfekt eigentlich zu Frankfurt. Eine Stadt, die für ihre Internationalität, für ihre Sprachenvielfalt bekannt ist. Es ist ein Tor zu Europa durch den Flughafen allein. Durch diesen majestätischen Bahnhof. Natürlich auch Endstationen, viele Linien. Ja, Aufsichtsrat ist mit dabei. Und der Präsident Philipp Holzer, der von Wolfgang Stolbing dieses Amt übernahm. Auch das sind Führungsetagen, die wichtig sind. Die nicht dafür zuständig sind, Tore zu schießen oder Tore zu verhindern, aber die Basis zu legen für eine gute Arbeit, für ein solides wirtschaftliches Bett und natürlich auch für die Umstände in der Heimatstadt der Eintracht. Das sind Legenden. Uwe Wein, Charlie Körbel haben wir gesehen und Tony Yeboah. Tony Yeboah, was war das damals für ein Neuzugang, als er von Saarbrücken wechselte zur Eintracht. Uwe Wein, 1990 Weltmeister, der Mann mit dem unfassbaren Pass in die Tiefe, dem tödlichen Pass, den kaum einer so genial spielte wie er, wie Uwe Wein. Und von Karl-Heinz Körbel, da braucht man gar nicht reden, sondern einfach nur sagen, die Legende. Und Charlie Körbel hat auch in einem Interview gesagt, am Vorabend des Spiels in Sevilla, ich komme mir manchmal vor, selbst wie ein Kind, jetzt kaufe ich mir auch schon so ein Trikot, so ein Shirt und renne dieser ganzen Maschinerie nach. Aber ich bin so heiß auch auf dieses Spiel und diesen Erfolg. Ich gönne es meinem Verein, für den er ja mit 17 begann in der Fußball-Bundesliga mit diesem legendären Bild als Mann-Decker gegen Gerd Müller. Eintracht, der Mann-Decker gegen Gerd Müller Das Spalier der Zuschauer wird enger und das ist weit, weit davon entfernt, ein Wohngebiet zu sein. Das dauert noch ein paar Kilometer, bis sie dann zur Richtung Niederrad kommen, wo dann tatsächlich die Menschen wohnen. Überragende Bilder von unseren Motorrädern, teilweise auch von unseren E-Rollern, die wir auf der Strecke haben und natürlich auch hier aus dem Helikopter, wie wir es gesehen haben, das alles schnellstmöglich aus dem Boden gestampft. Aber natürlich mit den Vorarbeiten der letzten Wochen, den Vorahnungen auch, es könnte dann doch auf uns zukommen. Und da hilft natürlich dann auch die Erfahrung der letzten Jahre bei unseren Übertragungen. Es gab ja auch den Empfang beispielsweise 2016 für die deutsche Olympiamannschaft, als sie zurückkam aus Rio. Der zweite Empfang übrigens, es gab ja schon einen in diesem Jahr, klar ein bisschen kleiner, aber für den DEL-2-Meister, für die Löwen Frankfurt, auch die wurden auf dem Römerberg geehrt. Aber die hatten es natürlich nah, die konnten zu Fuß kommen von der Eiersporthalle oder auch die Straßenbahn nehmen. Und dann das rhythmische Klatschen. Ja, die Windböen hier auf dem Römerberg werden etwas stürmischer. Wir sehen es auch an der Fahne, die Sebastian Rohde in der Hand hält. Gonzalo Paciencia mit dabei. Das sind die vier, die sich für diesen Wagen gefunden haben. Vordergrund, das ist die Autobahn 3, natürlich zu dieser Zeit stark befahren in Richtung Frankfurter Kreuz. Man quert sie jetzt, überquert sie jetzt. Und da staut sich der Verkehr schon, denn die Kolonne setzt sich jetzt, das sehen Sie vorne, angeführt von den Polizeifahrzeugen in Bewegung. In der Bildmitte, das ist der ICE-Bahnhof hier in Frankfurt Flughafen. Mittlerweile ein echter Knotenpunkt geworden. Und dann geht es Richtung Stadtwald. Im Hintergrund sehen Sie die Skyline von Frankfurt. Imposant. Es gibt keine vergleichbare Ansicht einer deutschen Großstadt. Großstadt. Der Wind flach. Der Wind flach richtig auf, die haben Mühe, die Flaggen festzuhalten. Hoffentlich kommen sie halbwegs trocken in Richtung Römerberg. Das wird auch bei der Übertragung nicht ganz so einfach werden, weil das natürlich die Witterungsbedingungen Einfluss hat. Aber ich glaube, das können wir locker durchhalten. Schauen wir uns noch mal an, wie das gestern aussah. Der Erfolg, ein Bild für die Ewigkeit. Das werden wir im Eintracht Museum sehen. Da bin ich ganz sicher, dass Matze Thoma da eine gute Auswahl treffen wird. Denn er ist zuständig für das Eintracht Museum. Und dann schauen wir doch mal rein, wie die Eintracht dann mit ihren Freunden, mit Sponsoren, mit Familienangehörigen dann ein bisschen unter sich gefeiert hat. Und das ist total legitim, die Bilder kommen von Eintracht TV. Und dass da nicht alle Journalisten eingeladen werden, ist total okay. Dass man da ein bisschen unter sich bleiben will und gemeinsam feiern und auch schunkeln und singen. Das Lied werden wir heute noch hören, wir haben es auch auf dem Römerberg schon gehört. Der Polizeichorps Frankfurt und im Herzen von Europa. Wer noch nie in Frankfurt im Stadion war, dem empfehle ich das. Gehen Sie mal hin und dann so an einem Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr, 15.22 Uhr, dann ertönt das Lied. Und alle machen mit ein eher ungewöhnliches Fanlied in diesen heutigen Zeiten. Nicht irgendwie arrangiert, sondern pure Tradition. Es ist das, was ich meine. Es ist total fröhlich, total gelassen, friedlich, lustig. Die Stimmung hier auf dem Römerberg in Frankfurt beim Empfang der Europa League Sieger 2022, der SG Eintracht Frankfurt. Sie sind heute in der Zeit vor Sicherheit. Sie sind untergefahren, sobald sich das Wetter wieder gerückt hat. Markus, du bist beim Käpt'n, da wollen wir dich nicht warten lassen. Ja, wir müssen da noch ranfahren und das mit der Kamera ein bisschen koordinieren. Es ist nicht so ganz einfach, aber wir versuchen jetzt mal zu Seppelrode vorzufahren. wir sind hier noch ganz kurz und gleich sind wir hierbei ich mache dich mal ganz blöd von der seite an ich frage jetzt aber ganz direkt wie viel stiche sind das und was tut mehr weh die wunde oder der kopf von der nacht ich habe keine ahnung wie viele stiche sind aber es hat eine weile gedauert bis genäht wurde und tatsächlich ist die narbe die ein bisschen mehr weh tut als der rumschädel aber das wird ja wahrscheinlich eine lebenslange erinnerung bleiben an diesen abend ist das nicht irgendwie auch ein bisschen toll dadurch dass wir gewonnen haben ist gut wir verloren hätten was bitter gewesen ganz im ernst wie oft hast du nach dem staus auf deinen kopf und auch während des spiels gedacht du schaffst das gar nicht mehr bis zur 90 oder vielleicht auch darüber hinaus ja kurz kurz gar im zweifel aber dann man spielt nur ein finale so in der art mehr oder weniger in seinem leben das wollte ich unbedingt durchziehen ja und auch die mannschaft hat gesagt sie wollte diesen pokal auch für den kapitän holen das ist auch eine schöne geste von der mannschaft gewesen oder auf jeden fall ja musste der kapitän dann heute abend heute nacht ein bisschen bluten finanziell und die eine oder andere runde schmeißen dafür heute war alles organisiert von der eintracht und jeder konnte so viel trinken wie er wollte wie habt ihr euch jetzt auf diesen empfang vorbereitet was erwartet ihr wird das noch härter als 2018 was habt ihr für ideen wie das abläuft jetzt 2018 war ich dabei dass der experte ich denke es wird unglaublich werden 200.000 werden ja gerechnet oder sowas was wir mitbekommen haben und ja die stadt wird im ausnahmezustand sein dann wünsche mir erstmal viel spaß und auf dass die fahne noch ein bisschen hält es wird langsam ein bisschen ungemütlich hier also der regen hält sich zwar noch in grenzen aber der wind wird immer größer und schärfer wir hoffen mal dass das ein gutes zeichen dafür ist dass dieses gewitter sich verzieht aber das macht den jungs momentan auch gar nichts aus als die stimmung ist überragend hier auf den verschiedenen cabrios und dann versuchen wir mal den einen oder anderen noch stimmen mäßig hier einzufangen also das wäre ja auch echt ein starkes stück gewesen wenn die da ihr eigenes partner ich meine es nicht so dass jetzt nicht eine runde schmeißen könnten aber wenn sie da die anderen noch einladen hätten müssen das wäre schon eher überraschend gewesen vorbei geht es am ic-bahnhof den passieren sie jetzt aber es dauert dann immer noch ein bisschen bis sie dann das echte stadtgebiet von frankfurt erreichen im sinne von da wohnen dann menschen und das spalier wird dann enger darf beginnt jetzt auch zu regnen hier bei uns auf dem römerberg hüpfen die menschen und ja sie hüpfen sich quasi trocken denn es hat schon richtig angefangen zu regnen wenn es so bleibt wie jetzt alles okay dann ist man halt pitch nass dann fährt man nach hause geht nach hause ab unter die dusche frisches hemd und hose an und dann ist gut hoffentlich gibt es keine blitze hoffentlich gibt es kein wirklich großes unwetter mit stark regen das ist im bereich das möglich aber wenn es so bleibt wie jetzt aktuell das haben wir in der vergangenheit hier auch schon erlebt und das wäre dann natürlich absolut auszuhalten vor allem dann wenn man ohnehin hier schon seit stunden gewartet hat ich bekam von kollegen heute so gegen zwölf uhr schon die ersten fotos zugespielt da standen schon menschen hier auf dem römerberg ja und nicht irgendwie zwei drei da waren schon richtig viele es war für den ein oder anderen auch ein bisschen blöde situation das sind einzelschicksale und trotzdem sei an die erinnert hier plant nämlich eigentlich menschen heute zu heiraten denn im rathaus da ist der trausal und zwar der der am besten gebucht ist in der stadt frankfurt und die haben dann ihre termine verlegt haben alternativ angebote bekommen weil das war dann natürlich nicht drin die kommen links aus der großen tür dort raus unterhalb des balkons also diese hochzeiten die waren heute tatsächlich nicht möglich und wurden abgesagt sicherlich für das ein oder andere hochzeitspaar eine schwierige durchaus schwierige situation da geht der spalt auf da kommen sie nachher raus es ist auch kein platz also unser kameramann ja max ist mit dabei genau aufnahmeleitung rüdiger habe ich auch schon gesehen und max macht uns diese bilder und das ist der eindruck den natürlich nachher die fans bekommen werden nur dass dann die masse richtig tobt max bei dir leider noch nicht so sehr aber ich glaube das wirst du aushalten aber du hast auch nicht die europa league gewonnen jeder grund ist das neue neu erbaute historische museum der stadt frankfurt korso läuft weiter läuft auch ein bisschen flotter weil klar da kommen natürlich keine fußgänger hin das sei denn sie sind vielleicht ein bisschen verbotener weise mit dem rad hingefahren denn wir befinden uns hier auf einer sehr gut ausgebauten bundesstraße geht dann übrigens auch ganz unmittelbar am deutschen bankpark vorbei und natürlich auch am profi camp dort wo oliver glasner seine mannschaft trainiert fit hält und vorbereitet hat auf den größten erfolg seiner karriere übrigens der siebte uefa pokalsieg oder europa league sieg das können wir natürlich gemeinsam zusammen verbuchen den ersten gab es 75 durch gladbach den zweiten auch durch die glattbacher 79 dann die eintracht 1980 hin und rückspiel damals noch gegen gladbach auswärts 2 zu 3 verloren rückspiel 1 0 fritz schaub damals der torschütze leider schon verstorben ja und wenn man so will ist rafael bauré der legitime nachfolger von fritz schaub der den entscheidenden treffer erzielte und zwar gestern abend dann leverkusen 88 auch dieses spiel 88 sowie gestern im elfer schießen entschieden gegen espanol barcelona die bayern 96 klappt durch gegen girondin bordeaux und dann schalke 04 als letzter uefa pokalsieger gegen inter mailland auch im elfmeterschießen auswärts mit 4 zu 1 gewonnen axel hellmann von hinten betrachtet links in diesem cabriolet ein mann der eine vereinskarriere hingelegt hat wie kaum ein anderer denn er begann und das meine ich wirklich nur was die ebene angeht unten als fan an der basis fanbasis und dann hinauf gearbeitet über den e.v. als wichtigster mitarbeiter von peter fischer und dann entsandt das gab große diskussionen in die fußball ag ja und jetzt ist er der mann der das sagen hat und er hat die eintracht weiterentwickelt extrem weiterentwickelt er ist ein mann mit großen ideen und viele sind schon sehr erfolgreich umgesetzt worden und man kann davon ausgehen dass er weitere hat auch interessant übrigens die führungsetage der eintracht und gibt der das gesamte bekleidtross der bedeutsam ist hat sich extra für diese europa cup spiele anzüge schneidern lassen mit einem innenfutter mit eintracht logo und diese anzüge wurden wirklich nur zu den internationalen reisen angezogen hier ist frankfurt tatsächlich eigentlich wie überall boomtown rund um den flughafen die erweiterung läuft aber eine erweiterung heißt nicht nur vielleicht mehr landebahnen oder ein neues terminal das man momentan aufgrund der krise gar nicht braucht sondern im umfeld untersteht oder geht natürlich die entwicklung weiter mit neubauten von hotels und infrastruktur und zulieferer mit neubauten von hotel und ja markus hat sich nach vorne gearbeitet ist sozusagen am führungsfahrzeug beim trainer ollie glasner sie haben gesagt dass das jetzt ein paar tage feiern werden wie gestaltet sich der auftritt wie fühlt sich das an Ja, die Feier hat natürlich gestern dann begonnen in der Nacht und es ging im Flugzeug weiter und jetzt freuen wir uns alle riesig auf den Römer. Ich glaube, es sind ein paar Leute dort und dann schauen wir mal, wie die Nacht noch weitergeht. Sie haben ja von vornherein gesagt, Sie wollen eigentlich gar keine Statistiken oder irgendwelche Superlativen hören, weil Sie jetzt vielleicht der erste Trainer seit so und so vielen Jahren sind aus Österreich, der so einen Titel holt. Aber was bedeutet Ihnen denn dieser Sieg, dieser Pokal, dieser Pokalgewinn? Ja, natürlich ist es für mich persönlich auch ein Riesenerfolg, aber was ich am meisten freue, das jetzt schon hier in Spanien und jetzt auch am Weg in die Stadt, wie oft ich Danke gehört habe, wie sich die Leute freuen, wie sich unsere Fans freuen, ist eigentlich so das Schönste von diesem Titel. Wie hat sich das denn in der Mannschaft geäußert? Ist man da nochmal? Jetzt müssen wir hinterherfahren. Wir haben es ja gesehen in der Pressekonferenz, gab es ja schon die Bierdusche. Was hat sich die Mannschaft sonst noch einfallen lassen für das Trainerteam? Nein, nein, das war schon das Schlimmste. Ach nein, gestern war dann noch Party und wir waren dann auch alle noch im Hotelpool oder der Großteil im Hotelpool. Und irgendwann mal bei Tageslicht hat es dann geendet. Okay, wer hat die beste Figur gemacht im Pool? Ja, das kann ich nicht sagen, es waren so viele drinnen, aber wir haben ein paar Klippenspringer gehabt, also waren schon alle gut drauf. Super, dann erst nochmal viel Spaß. Der Pokal wiegt schwer. Mal den auf das andere Bein vom Co-Trainer abzugeben, ist auch ganz gut, oder? Ja, ja, ist gut. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen Regenschutz, also von dem her. Ganz gut, dass wir so einen Pokal hier haben. Also viel Spaß weiter. Danke. Oliver Glasner ist ein Mann, der wirklich in dieser Stadt Frankfurt angekommen ist. Und das äußert sich ganz einfach so, dass er zuletzt erzählt hat, dass er einfach mal in eine Apfelbeinkneipe gegangen ist. Und hat sich einfach an einen Tisch gesetzt, zu wildfremden Leuten. Und hat das erzählt, da waren Leute von der Börse. Und das ist so typisch Frankfurt, an einem Tisch in einer Apfelbeinkneipe. Da sitzen die Banker, die Börsianer, die Leute von der Versicherung, aber auch die mit dem Blaumann, der Straßenbahnfahrer, alles zusammen. Ja, und dann kommen die Appleboy-Wirt und die sagen, hier mal zusammenrutschen. Und dann entstehen Gespräche. Die Frankfurter sind also ein bisschen grob und sie meinen es auch so, aber sie sind trotz allem herzlich. Und das hat Oliver Glasner sehr imponiert. Das ist auch einer, der mal abends in den Club geht und überhaupt kein Problem damit hat, Nähe zu generieren. Das heißt ja nicht, dass man gleich mit jedem im Arm in Arm liegen muss. Aber er begreift Frankfurt nicht nur als Arbeitsstätte, sondern er sucht auch den Kontakt. Er will auch wissen, was in einer solchen Stadt passiert. Und das bringt ihm natürlich auch Sympathien. Ein Trainer versteht sich in erster Linie über die sportliche Leistung, die er mit einer Mannschaft generieren kann. Und er hat klare Richtlinien. Er hat gesagt, ich verzeihe jeden Fehler, aber was ich nicht mag, sind Leute, die schlechte Stimmung innerhalb des Teams verbreiten, in der Kabine. Da legt er viel Wert drauf, gemeinsam mit seinem Trainerteam. Und er hat gesagt, es hat schwierig begonnen. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, Beginn der Saison. Das war alles andere als erfolgreich. Aber dann setzt man sich zusammen und er kann natürlich dankbar sein, dass der Auftakt in die Europa-League-Saison dann erfolgreich war. Denn hier in Frankfurt entstehen die Diskussionen relativ schnell. Es ist so ein bisschen wie in Köln oder in Hamburg. Da wird schnell die Säge ausgepackt. Er hat das rechtzeitig geschafft, das Ruder rumzureißen. Und vor allem international ist ihm das natürlich gemeinsam mit diesem Team exzellent gelungen. Warum nicht in der Bundesliga? Ganz einfach, weil die Eintracht kein Spitzenteam ist, das einfach konstant gut auf einem Level arbeiten kann. Das auch mal mit 60, 70 Prozent Leistung ein Bundesligaspiel gewinnt. Und dann spiegelt sich das natürlich auch in einem Mittelfeldplatz wieder. Aber wenn sie dann die Kräfte bündeln kann und wenn das dem Trainer gelingt und die Mannschaft diesen Geist zeigt, dann ist beides möglich. Mittelmaß, Mittelfeldplatzierung in der Bundesliga und ein internationaler Triumph. Das ist möglich. Das liegt am Trainer und das liegt am Teamgeist dieser Mannschaft. Armrömer schüttet es, aber das ist insofern gar nicht so sehr schlimm. Armrömer schüttet es, wenn es nicht blitzt und hagelt und stürmt, sondern gerade runterregnet. Ja, da werden alle nass. Klar, die meisten feiern es. Die werden nicht nach Hause gehen. Man versucht sich so ein bisschen ins Trockene zu retten, wo es ein bisschen die Möglichkeit gibt, sich unterzustellen. Aber die meisten werden bleiben. Aber nochmal, es blitzt nicht. Es sind keine Donner unterwegs. Also es ist ein starker Schauer, der sich gerade entlegt. Kann natürlich noch heftiger werden. Klar. So, also der Stimmung tut das alles keinen Abbruch. So, genießen wir diese Fotos. Manchmal sind Fotos noch mehr sagender als bewegte Bilder. Sie brennen sich ein. Da muss nur jeder an sein eigenes Fotoalbum denken. Sebastian Ried ist, ich glaube, am Wagen von Kevin Trapp. Ich habe dich leider nicht ganz verstanden, Flo, aber ich bin hier bei Ansgar Knauf. Ja, bei Ansgar bist du richtig, genau. Ansgar jetzt. Jens Peter Hauge, der weist sich nochmal drauf hin, dass er jetzt fit sein muss. Ansgar, wie kurz war denn die Nacht? Ja, war relativ kurz. Wir waren lange unterwegs. Ja, und jetzt geht es weiter. Ich bin gespannt, was jetzt in der Stadt los sein wird. Sie wirken noch ziemlich fit, ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt gerade wieder, es ist immer mal so, mal so. Aber jetzt gerade ist ganz okay, deswegen. Aber wir haben auch noch einen anstrengenden Tag vor uns heute. Eben, da muss doch einiges gehen auf dem Römerberg. Wisst ihr schon, was euch da erwartet? Noch nicht so richtig. Also ich habe schon vieles gehört, aber ich bin echt gespannt, was jetzt gleich da los sein wird. Und gestern Abend, ja, in Sevilla vor dieser weißen Wand mit diesen Fans. Vielleicht mal ein kurzes Wort, was das für eine Unterstützung ist und was das mit euch macht. Ja, das hat man, glaube ich, die ganze Saison gemerkt. Die ganze Europa League Saison, was das für eine Power ausstrahlt. Diese Fans sind immer dabei zu haben, egal wo wir spielen. Und das hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt den Pokal gewonnen haben. Vielen Dank, Ansgar Knauf. Frankfurt, kann man so sagen, ist ein Erlebnis, ne? Auf jeden Fall. Danke. Danke. Ja, und alle, die bei Ansgar sitzen werden, dieses Erlebnis zum ersten Mal haben. Heuge, Lindström, Lenz und wie viele andere, die zum ersten Mal einen solchen Triumph miterleben, hier nicht nur in Frankfurt, sondern insgesamt. Keiner hat ein solches Finale überhaupt schon miterlebt, aber keiner von denen, die wir gerade gesehen haben, haben solches erlebt, was ihnen gleich bevorsteht, wenn sie dann in Frankfurt im Zentrum angekommen sind. Das sind zum Teil Leute, die Abschied nehmen, wie Stefan Ilsanker, Martin Hinteregger, natürlich nicht. Aber klar, das war schade für ihn, dass er verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte. Ein Mann, wenn es darum geht, eine Heimat gefunden zu haben, da gehört er dazu. Martin Hinteregger, der ist nun wirklich in Frankfurt und der Umgebung wirklich heimisch geworden. Und ein Mann, der exzellent feiern kann. Und da macht er auch gar kein Geheimnis draus. Ein Mann, der so in seiner österreichischen Heimat auch sehr gerne zu Hause ist und sich da nicht nur volksnah gibt, sondern einfach total volksnah ist. Das war natürlich eine interessante Personalie, die Verletzung von Martin Hinteregger, als viele dachten, als er so früh raus musste. Was passiert jetzt? Kommt jetzt Hasebe? Nein? Und dann kam diese taktische Umstellung mit einem neuen Mann in der Innenverteidigung. Ja, hat gesessen, der Schachzug mit Huta und Toure. Starker Defensive mit Indica und natürlich offensiv mit Bore. Ja, es gibt Leute, die gehören einfach zum Inventar. Der Capitano, auch wenn er nicht mehr für die Eintracht spielt, aber er war in den letzten Tagen, Wochen hier zugegen. Wurde nochmal offensiv und ganz öffentlich und groß verabschiedet. David Abraham, als er damals von Hoffenheim nach Frankfurt wechselte. Für die Frankfurter ein unbeschriebenes Blatt. Aber was hat der für eine Entwicklung genommen? Undenkbar und ja, unverzichtbar vor allem. Und was die Zukunft angeht, ganz sicher ein unvergessener Mann. Aufgrund seiner Art zu spielen, Mitspieler mitzureißen. Und er gehört ebenso zu diesen Legenden. Hat auch schon das Trikot der Traditionsmannschaft übrigens getragen in der letzten Zeit. Also auch wenn er nach Südamerika zurückgekehrt ist, der wird immer wieder nach Frankfurt kommen. Ja, Sebastian, du fährst nach vorne zum nächsten Gast. Ja, ich bin bei den Südamerikanern. Und vielleicht können wir kurz mal ein bisschen näher an Raphael Boré ranfahren. Du hast ja schon gesagt, Flo El Capitano, Tuta und Raphael Boré. Wir versuchen jetzt mal gleich ein kurzes Interview mit ihm zu bekommen. Wir müssen uns noch ein bisschen sortieren. Was gar nicht so einfach ist, weil jetzt auch die Geschwindigkeit ein bisschen wechselt. Hier sind immer mal Fans an der Strecke und mal nicht. Jetzt gibt es, glaube ich, eine kurze Pause. Aber vielleicht können wir es jetzt mal. Nein, oh, Pinkelpause. Da müssen wir schnell wegschneiden. Wir kommen später wieder. Ja, absolut, das muss sein. Und das gehört sich so, da die Kamera wegzumachen und wegzuschwenken. Ich kenne das von den Übertragungen beim Radsport. Da wird man richtig sauer. Und zwar zu Recht. Ja, das gehört sich nicht. So, es geht weg vom Frankfurter Flughafen. Die Start- und Landebahn sehen Sie da noch im Hintergrund. Und Sie sehen auch, der Regen hat sich gelegt. Es ist ein bisschen dunkler geworden durch die dunklen Wolken. Aber der Regen hat nachgelassen. Und zwar deutlich nachgelassen. Das wäre so toll, wenn dieses Unwetter über Frankfurt, über das Herz von Frankfurt hinwegziehen würde. Und wenn die Fans so langsam wieder abtrocknen, bis dann die Mannschaft oben auf dem Balkon des Römers erscheinen wird. Eintracht Frankfurt international. Es bleibt beeindruckend, was die Frankfurter Fans ja nicht nur heute hier auf die Beine stellen. Was in Barcelona los war, in Sevilla. Alle in weiß. Diese Verabredung, dieses Commitment, die Mannschaft bedingungslos zu unterstützen. Und trotz Unterzahl, wenn man so will, im Stadion, denn es waren deutlich mehr Fans aus Glasgow mit dabei. Trotz allem, ja, optisch, auch akustisch klar dominant zu sein. Dort gestern also im Deutscher Bankpark, dieses Mega-Event. Anders kann man es nicht sagen. Public Viewing. 50.000 Menschen in und um die Arena. Denn es passten ja gar nicht alle rein. Da wurden zusätzliche Videowände draußen noch aufgestellt, um allen dieses Erlebnis zu ermöglichen. Da haben Sie Bilder. Schauen Sie sich das an. Bis in den Oberrang alles voll. Das waren die Bilder direkt nach dem Treffer von Raphael Borel. Nach dem 5 zu 4 im Elfmeterschießen in der Addition beim 6 zu 5. Ist das ein Wahnsinn? Und das ist ja nur der organisierte Teil. Dazu gab es ja ohne Ende private Feiern im Keller, im Wohnzimmer, in der Kleingartenkolonie. Und natürlich das, was wir dann gestern Abend, das ist der Paulsplatz, was wir dann noch, das war nachts um 2.30 Uhr, erlebt haben. Ja, das ist schon der Römerberg. Da, wo die Fans heute stehen. Und das waren auch oder sind Bilder dieser vergangenen Nacht. So, machen wir neuen Anlauf. Nehmen wir an, Winkelpause ist beendet. Und Sebastian, bitte du wieder. Ja, was gemacht werden musste, wurde gemacht. Jetzt sind wir hier bei Raphael Borel. Raphael, how is the party so far? No, crazy, crazy. It's a drink for this guy, for the team. Okay, also, leider bin ich das Spanische nicht mächtig, ich dachte eigentlich antwortet auf Englisch. Aber vielleicht gibt es ja Spanische Lehrer zu Hause, die das jetzt übersetzen können. Raphael, one in English? Is that okay? Okay, yeah, perfect, perfect. The last penalty, after you scored it, how was that? Well, the... Emotions... ...encontradas. Emotions encontradas, because I knew that Trapp would tap one, so it was confidence. Believe, believe for the last penalty. Okay, Tuta möchte übersetzen, glaube ich. Yes. Wir kommen auf die andere Seite, und dann hören wir jetzt die Übersetzung von Tuta. Okay, here we go. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's. Ich hab' mir sehr vertraut, die letzten Elfmeter. Ich hab' mir sehr vertraut, die letzten Elfmeter. Ich hab' mir sehr vertraut, weil ich hatte zu viele Chancen in seiner Karriere, so die gleiche. Und deswegen war es ruhiger. David, vielen Dank euch drei, thank you very much. Dafür hat man eben einen Capitano, dass der dann auch mal schnell übersetzen kann. Haha, sehr gut. Und der Ausgangspunkt von Rafa Boré war tatsächlich auch, dass er gesagt hat, als Trapp den Elfmeter hielt. Da war mir klar, jetzt nehme ich dieses Selbstvertrauen mit. Und David Abraham hat das super ergänzt, was dann auch eine Rolle gespielt hat. Aber der Ausgangspunkt für dieses Selbstbewusstsein, und zu sagen, ich mach' den Deckel drauf, war der gehaltene Elfmeter von Kevin Trump. Zwei Schüsse zuvor. Und zwar zwei Schüsse des Gegners. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Getümmel, hier direkt vor dem Römer Janine. Ja, absolut Flo, hier stehen die Leute, obwohl es wirklich seit einer guten Stunde zwischendrin wirklich schüttet. Gewittert hat zum Glück nicht, aber die Leute harren aus. Man hört's hier im Hintergrund, die Party läuft trotzdem. Janik, du gehst heute nicht, egal ob es heute noch fünf Stunden reicht. Kein Fall. Also da kannst du schütten wie es will, kann auch hageln meinetwegen, hier gehen wir nicht weg. Wann hast du gestern dran geglaubt, dass das wirklich was werden kann, dass dieser historische Sieg endlich möglich ist nach 42 Jahren? Die ganze Zeit. Ich hab auch schon, als die Euroleague-Saison losging, sofort dran geglaubt. Ich hab auch drauf gewettet, Frankfurt ist immer für alles gut. Im Pokal geht alles. Jetzt dauert's noch ein Weilchen, bis das Team tatsächlich hierher kommt. Wir sehen das, die fahren im Schritttempo mehr oder weniger. Wenn der Pott endlich hier ist mit der Mannschaft, was macht ihr dann? Wir feiern, wir feiern jetzt den ganzen Tag schon. Juba, 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 Juba. Also die Stimmung bleibt hier einfach extrem gut und man merkt, das ist hier wirklich ein historischer Sieg für die Fans. Sie kennen hier gar nichts, es kann fünf Stunden weiter schütten. Völlig egal, die Stimmung ist top und man erwartet hier auf jeden Fall diesen Wahnsinnspokal. Hoffentlich früher als später. Ich mach gerne weiter. Danke, Janine. Die Zeit hab ich gleich mal genutzt. Man schaut dann mal zwischendurch aufs Handy, was ist denn eigentlich so los? Und denkt sich, uh, zehn WhatsAppen. Unter anderem, ich glaub ich darf das sagen, hat ein großer Eintracht-Fan geschrieben. Ähm, John Degenkolb, Radprofi, schaut zu auf Teneriffa und sagt, Weltklasse diese Mannschaft. Er ist ganz häufig mit dabei. Ähm, war beispielsweise auch gegen West Ham im Stadion, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und viele, viele mehr, auch Bekannte, die fragen, ist das echt möglich, dass ihr da ein Heli über dem Frankfurter oder am Frankfurter Flughafen habt? Ja, ist möglich. Geht, dürfen wir. Und ohne Genehmigung geht da sowieso nichts. Das wird ein feuchter Abend sowieso. Ein feuchtfröhlicher, äh, ganz sicher, weil wir Martin Hinteregger da sehen und ich auch vorhin so ein bisschen erzählt hab von seiner Verbundenheit zur Region. Ja, der macht sich ja insofern auch sesshaft, dass es eine Kneipe geben wird im Taunus mit dem Namen Adler. Und da ist er dran beteiligt. Ja, HR, genau. Gruß an die Morningshow, hat er durchgegeben. Genau, denn Marcel Wagner, einer unserer Morningshow-Moderatoren, ist ein sehr guter Freund von ihm, von Martin Hinteregger. Die Morningshow übrigens von H3 hat auch heute Morgen noch live aus Sevilla moderiert mit Tanja und Tobi mit Tanja Wissner und Tobi Kemmerer. Ja, der Blick, der etwas sorgenvolle draußen vor den Toren Frankfurt oder am Eingang zur Stadt Frankfurt geht nach, ja, logischerweise nach oben. Was ist los mit dem Wetter? Dass es nass wird, ist klar, aber gibt's zumindest mal keine Witze, kein wirklich verheerendes oder schlimmeres Unwetter, so wie aus anderen Teilen Hessens gemeldet wird. Beispielsweise aus Marburg, hab ich eine Nachricht bekommen, oder wir auch erfahren das Ganze aus der Wetterau und dem Taunus. So hat's uns die Wetterredaktion des HR mitgeteilt. So, gibt frische Getränkeverpflegung. Hat sich der Sponsor natürlich nicht lumpen lassen. Da sind in jedem Kofferraum natürlich kühle Getränke vorrätig. Ja, mit Bus oder Bahn. Dieses Jahr war alles dabei und die kuriosesten Anreisewege wurden gefunden, um den teuren Direktflügen aus dem Weg zu gehen mit mehrfach Umstiegen, mit langen Transfers, mit Mietwagen. All das haben wir gehört. Fans, die von Malaga nach Sevilla mit dem Mietwagen gefahren sind und dann wieder retour, teilweise über die Balearen und so weiter und so fort. Also das ist ein Wahnsinn, was die Leute auf sich genommen haben, die teilweise auch erst morgen zurückfliegen, heute liebend gerne mit dabei gewesen wären. Aber ja, ich sag mal so, dank HR-Fernsehen auch aus der Ferne mit dabei sind. Es geht näher ran, in Richtung Gerechtigkeitsbrunnen. Übrigens habe ich vorhin Niko Kovac erwähnt. Niko Kovac, klar, hat ja eine wichtige Rolle gespielt beim letzten Pokalsieg, DFB-Pokalsieg. Relativ neu bei sportschau.de wird gemeldet, er wird wie der Trainer in der Bundesliga. Und damit einer der Nachfolger von Oliver Glasner, nämlich beim VfL Wolfsburg als direkter Nachfolger von Florian Kohfeldt. Wird sicherlich die Eintracht-Fans noch interessieren, weil Niko Kovac sein Herz nicht verloren hat. Er war gegen Westheim mit dabei, so wie viele ehemalige Trainer der Frankfurter Eintracht. Also, wenn man so will, ein bisschen Bundesliga-Breaking-News bei dieser Live-Übertragung. Kovac soll neuer Trainer werden beim VfL Wolfsburg. Kovac war vor Laudatio, in der Barsichel. BOB, VfL Wolfsburg SaalfGrid, Nikita, 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 Nikita Kovac. VfL Frank, Nikita, 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 Nikita. Das ist natürlich schon eine coole Geschichte, wenn man mit dem Fahrrad dann nebenher fahren kann. Am offenen Wagen von Kevin Trapp und Co. Hier sehen wir Gibelso und Sebastian Reet ist schon in Position. Sebastian, übernimm einfach, wenn du willst. Ja, wir machen mal. Gibi, wie war die Party gestern? Die war richtig geil, mit unseren Liebsten, die Mannschaft, alle zusammen, haben wir diese ersten Formationen alle aufgesaugt und jetzt geht es weiter hier in Frankfurt. Hast du schon eine Ahnung, was euch jetzt erwartet am Römerberg mit 200.000 Menschen? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde es gleich sehen. Die vom Pokalseger haben es mir schon erzählt ein bisschen. Ich glaube, das wird unvergesslich. Jetzt ist hier schon einiges los, die Fans. Was macht das denn mit euch? Welche Bedeutung haben die denn für euch? Auch gestern wieder in Sevilla? Ja, es ist wie ein Klischee, aber deswegen spielen wir ja, dass wir dann solche Erfolge feiern können. Es ist einfach unglaublich, diese Freude zu sehen. Danke dir. Ich habe es eingangs mal gesagt, es macht wenig Sinn, ein einzelnes Spiel herauszuarbeiten und trotzdem sind es besondere Geschichten, die hinter jedem einzelnen Spieler stecken und stehen. Und das Wort Geduld spielt heute eine besondere Rolle, wenn wir uns Oliver Glasner anschauen, dass man Geduld hatte und nichts überstürzt hat, als es zu Beginn nicht so gut lief. Und das Gleiche könnte man auch sagen über Gibris so, wer kann sich den wegdenken aus dieser Mannschaft, beispielsweise neben Sebastian Rohde, den wir da vor dem Wagen sehen. Aber anfangs lief es auch bei Gibris so, nicht so richtig gut. Ist das eine echte Verstärkung? Nein, man braucht Geduld, bis sich jemand eingearbeitet hat, bis er seinen Standpunkt, seinen Ort gefunden hat in einem Team. Jetzt kaum wegzudenken. Abgesehen davon auch ein Mann, der die Mannschaft nach außen sehr, sehr gut vertritt, beispielsweise in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn es darum geht, Interviews zu geben nach einem Bundesligaspiel. Und da gab es ja nicht nur einfacher. So, jetzt wird das Spalier schon dichter. Am Stadion sind wir ja schon vorbei. Geht also weiter zum Oberforsthaus. Fanclub aus Kelsterbach hat sich da oben an der Brücke verewigt. Und die Fans hier auf dem Römerberg feiern exakt übrigens diese Bilder, die Sie jetzt zu Hause sehen. Auch hier jeder schaut auf die Fans, die draußen stehen, die diese Spalier bilden. Und als heute Morgen in der Morningshow bei uns bei H3, als ich reinschaltete und zum Sender, zum Hessischen Rundfunk fuhr und auf einmal hörte ich diese Zahl 200.000. Ich habe gesagt, naja, mal langsam, klar, hier wohnen 750.000, knapp 750.000 Leute. Und das Umfeld ist riesig. Wir reden über einen Millionenballungsraum. Und wir reden über viele Fans. Aber 200.000 kam mir viel vor. Sehr viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dass das Spalier hier beginnt, da wo eigentlich kein Mensch wohnt, das lässt erahnen, was in Sachsenhausen ein paar Kilometer weiter dann wirklich los sein wird. Wahnsinn, schauen Sie sich das an. Es dauert noch Minimum eine Stunde, bis die hier sind. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das schneller geht, wenn man merkt, in welchem Schritttempo man fahren muss. Es geht ja auch darum, alles ordnungsgemäß, Vorsicht walten zu lassen. Dass da bloß nichts passiert mit den Menschen, die am Straßenrand stehen, mit Kindern. Deshalb, egal wann sie ankommen, Hauptsache alles sicher. Aber schauen Sie sich das an, wie die Fans das hier zelebrieren, auch sich selbst. Ganz schlecht und ganz leise. Aber du auch, ne? Ich höre dich auch gar nicht mehr. Ich habe auch nicht zu da. Also jetzt, ja, aber auch schon mal. Ja, wenn Sie da so ein bisschen Stimmengewirr hören, das sind natürlich auch die internen Kommunikationen zwischen der Regie und den Motorradfahrern, die sich natürlich abstimmen müssen, wo sollen sie hin, die Hinweise geben. Ich kann jetzt gerade nicht weiter vorfahren. Sie haben das gerade gesehen, da ist die Streckenführung eng auf der linken Seite. Lieber mal einen Moment warten. Wir bekommen das alles super und gut hin und sind ja echt hautnah mit dabei. Manchmal hilft eine Dunkelsonnenbrille auch bei Wolken. Wer kennt das nicht vom Sonntagmorgen nach dem Ausflug mit der Alternenmannschaft. Jetzt ist der Wechselgesang angesetzt, so wie auch samstags oder sonntags im Stadion. Achtung. 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 Und das war auch übrigens jetzt keine Klopperei. Das erinnerte so an die Achtziger, als mal Pogo getanzt wurde. Also das ist alles total okay. Und wenn Sie diese Stimmung mal aufsaugen wollen, so läuft das halt auch im Stadion. Wer noch nie bei der Eintracht war, Ausgangspunkt ist die Nordwestkurve. Eine der stimmgewaltigsten überhaupt, die es in der Bundesliga gibt. Aber dann steigt die Gegengerade, die Jürgen Grabowski gerade, steigt dann mit ein. Und alle machen dann mit. Frankfurt hat mit das stimmgewaltigste, vielleicht sogar das stimmgewaltigste Stadion der Fußball-Bundesliga. Und international sowieso. Das war beeindruckend. Und Axel Hellmann hat im Interview davon gesprochen, es ist nicht nur beeindruckend, es ist sogar einschüchternd. Und das bewirkt dann durchaus etwas in einem Spiel, in dem es um eine Menge geht, wenn man eingeschüchtert auf den Rasen geht. Und die Fans haben für diese besondere Atmosphäre gesorgt. Jeder macht da seine eigene Mucke. Elvin Barcock ist mit dabei, wird den Verein verlassen. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist nur Frankfurter. Er hat unter anderem bei der HSG Braunheim gespielt. Aber die Hoffnungen haben sich nicht so richtig erfüllt. So, jetzt sind wir am großen Kreisel, am Forsthaus. Wenn man nach rechts reinlaufen würde in den Stadtwald, da steigt am Pfingsten immer das große Frankfurter Volksfest. Nämlich der Welchestag. Evan Dicker. Also ist das für ein Superspieler. Touré vorne. Und Gibrilzow, das ist der musikalische Wagen, ganz offensichtlich. Der Mann rechts, Gonzalo Paciencia. Also die Bilder, die auch die Eintracht über ihre sozialen Medien verbreitet hat, die morgen Abend da auch im Film zu sehen sind, von Gonzalo Paciencia. Das ist echt ein Feierfußballer ohne Ende. Und das meine ich jetzt nicht, dass da wirklich der Schwerpunkt auf den Feiern liegt, sondern wie der sich einbringt in diese Gemeinschaft. Wohl wissend, dass er keiner der Top-Leistungsträger ist, aber einer, der sich nicht dann schmollend in die Ecke setzt, sondern sich mitfreut. Das haben wir gestern auch beim Spiel gesehen, wie der vor den Fans steht, wie der sich mitfreut für die anderen. Man könnte sagen, es ist ja normal. Es ist eben nicht immer im Profifußball normal. Einer, der voll dazu gehört, Paciencia. Markus Philipp hat sich wieder vorne zum Vorstand begeben, zu Markus Krösche. Markus, bist du dabei? Ja, ich bin dabei, aber es ist hier echt jetzt schon, wie du eben gerade gesagt hast, so früh ein so enges Spalier, dass es wirklich anspruchsvoll ist hier für unsere Kamerateams und Motorradfahrer, den Weg hier zuzufinden. Ja, Markus, wir lassen mal so ein paar Monate zurückblicken. Mai, Juni 2021. Sie kommen zu Eintracht Frankfurt. Jetzt das hier. Ist das ein Märchen? Ist das schon bei Ihnen angekommen? Was ist passiert in dieser Zeit? Ja, so hundertprozentig realisieren kann man das natürlich noch nicht, aber wenn man überlegt, den Start, den wir hatten, mit Mannheim auszuscheiden und in der Bundesliga haben wir am Anfang ja auch extrem Probleme gehabt und jetzt mit so einem Erfolg abzuschließen, ist natürlich unglaublich. War nicht geplant oder war nicht planbar in diesem Moment, aber es ist natürlich ein ungewöhnlich und außergewöhnliches Erlebnis heute. Das ist jetzt hier analytisch. Was macht das mit Ihnen, was macht das mit Ihrem Fußballerherz? Ja, ich bin natürlich jetzt extrem angespannt noch von den letzten Tagen und es war natürlich auch ein extrem schwieriges Spiel gestern. Ja, ich muss das erstmal alles aufnehmen, genießen. Es ist, wir haben unfassbar viel erreicht, was außergewöhnliches erreicht und wenn man die Menschen hier sieht, ist es Emotion pur. Ja, die Anspannung auch deshalb, weil Sie wussten, wenn dieser Sieg nicht klappt, dann wird es natürlich auch schwierig, finanziell auch Spieler zu halten, weil man nur im Mittelfeld der Bundesliga gelandet ist. Waren das Gedanken, die Sie im Kopf hatten? Nee, gar nicht, weil wir einfach eine Titelchance hatten und wenn du im Finale stehst, willst du es gewinnen und du willst natürlich nicht darüber nachdenken, was es ist, wenn du es verlierst. Alle anderen Themen sind natürlich auch dazu bei, aber diesen Titel zu gewinnen war uns so wichtig und der Mannschaft war so wichtig und für diesen Klub, für diese Region ist das ein unfassbares Erlebnis und Ereignis und das wird uns für die Zukunft auch helfen. Sie haben ja schon einige Stationen im Fußball hinter sich. Was ist das hier gerade auf Ihrer Skala in der Erlebniswelt des Fußballs? Wenn du die Skala bei 100 Ende ist, ist 101. Also von daher, das ist das erste Mal, dass ich wirklich im Traditionsclub arbeite, direkt so ein Jahr, so erfolgreich, jetzt die Menschen hier auf der Straße, ist es unglaublich. Was waren die schönsten Nachrichten, die Sie in den letzten Stunden bekommen haben? Was hat Sie am meisten berührt oder haben Sie wahrscheinlich noch gar nicht alle lesen können? Ich habe ehrlicherweise noch nicht alles lesen können. Ich habe es noch nicht alle bearbeiten können, von daher, ich habe es nur mal überflogen, aber natürlich von der Familie ist natürlich am wichtigsten. Wen haben Sie denn als erstes angerufen oder angeschrieben? Meine Familie war da, meine Frau war da, meine Kids war da, meine Eltern waren da, von daher habe ich sie direkt gesehen, da musste ich gerne anschreiben. So, was passiert ist heute Abend noch? Es wird ja ein Endlos-Marathon wahrscheinlich, oder? Seit gestern? Definitiv, seit gestern 0.30 Uhr, wo das Spiel zu Ende war, seitdem geht es los und jetzt fahren wir erstmal zum Römer und dann gucken wir, was geht. Na dann erstmal viel Spaß noch und auf, dass der Ring vielleicht nichts noch stärker wird. Danke dir. Ciao. Ich nehme es mal vorweg, da geht was auf den Römer und all das, was sie erahnen, wird dann noch getoppt werden. Es wird so eng, so dicht, nicht nur hier auf dem Römer, da haben sich die Menschen nochmal, wissend, dass das ja noch eine Weile dauert, ein bisschen in die Seitengassen verzogen, ein bisschen Schutz gesucht vor dem Regen, der aber nachgelassen hat. Ein Glück, wir sind wieder bei Sebastian Rohde und bei Timmy Chandler. Hat ja auch wirklich ein paar total interessante Stationen hinter sich. Sebastian Rohde in Dortmund gespielt, bei den Bayern gespielt. Klar, die Eintracht ist irgendwie seine Heimat, weil er auch Hesse ist, bei Kickers Offenbach. Ja, das darf man, das geht tatsächlich. Er hat eine total interessante Laufbahn genommen und man kann sicher davon ausgehen, das hat er ja auch gesagt, die bei der Eintracht enden wird. Es ist seine Leidenschaft und Leidenschaft passt auch zu ihm insgesamt, weil er ein Fußballer ist, der mit großer Leidenschaft agiert. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass er seinen Körper selten schonen konnte. Dannet ein paar Malen sind. Ich bin dran, ich bin dran. Also, ich bin dran. 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 Also Pyrrho dürfte schwer ausverkauft sein, nachdem was in der vergangenen Nacht hier schon so abgefackelt wurde, auch an einzelnen Brennstäben hier schon, wo das Volk gebracht wurde auf dem Römerberg und jetzt auch am Rande der Strecke. So, wir sind jetzt am Rande der ehemaligen Galopprennbahn, dort wo der Deutsche Fußballbund seine wirklich riesengroße, beeindruckende Akademie gebaut hat. Wir können Ihnen das gerade nicht aus dem Helikopter zeigen, denn der hat natürlich auch nur eine gewisse Flugdauer. Dazu kam natürlich auch das Wetter und deshalb hat man ihn erstmal kurz abgezogen. Er wird später, wenn das Wetter gut ist, aufgetankt ist, auch wieder zurückkehren, um ihm die letzten Kilometer dann auch aus der Helikopterperspektive zu zeigen. Super Geschichte, die sich gerade hier auf dem Römerberg abgespielt hat. Da sind ein paar Jungs in einem Fenster, die haben Eintracht Frankfurt den Wechselgesang und die wechselnden Anfeuerungen nochmal angestimmt. Und das ganze Volk hat mitgemacht, war genial, es ging los im kleinen Fenster, konnte man kaum erahnen. Ich dachte eben, was ist denn da eigentlich los? Aber es ist einfach, diese ganze Stimmung ist super. Und zwar nicht nur auf der Strecke, wo wir hier dabei sind, beim Trainerteam. Und Oliver Glasner hält bereit, will ich den Pokal hin für jeden, der ihn mal kurz anfassen möchte. Aber immer Vorsicht mit dem Pokal, auch wenn er nicht mehr unter uns ist, Udi Assauer. Aber Oliver Glasner hat das gute Stück fest im Griff. Also ich versuche mich zurückzuerinnern an das Jahr 2018, weil ich damals diesen Empfang auch kommentieren durfte. Ich kann mich nicht erinnern, dass an dieser Stelle schon so viele Fans standen. Das sind bis zum Römer noch leicht und locker fünf Kilometer, schätze ich mal. Ja, von hier würde man eine Stunde laufen. Ja, ich glaube, das ist so ungefähr deckbar. Das zieht sich, denn das ist kein Schritttempo, das sie momentan fahren, wenn das Ganze immer wieder zum Stehen kommt. Und zum Stehen kommen muss, klar, wenn das Parlier zu eng ist, dann lieber langsam machen. Hauptsache es passiert nichts. Bravo! Und ein Glück sehen Sie in diesem Jahr 2022 Sieger geworden in diesem Wettbewerb. Jetzt stellen wir uns das mal vor, voll zu Corona-Zeiten, ohne öffentliche Veranstaltung. Super, Selfie bekommen, zwei Jungs von der SG Rosenhöhe. Das ist ein Verein, der eine wirklich gute Jugendarbeit leistet, übrigens in Offenbach. Auch die Mädels, die Mädchen haben ihr Autogramm bekommen, so wie wahrscheinlich heute Mittag erwünscht und erhofft, als sie sich auf den Weg gemacht haben an den Rand dieser Strecke. Das Selfie, das ist das neue Autogramm. Es sind die Feierlichkeiten zum 20. Europapokalsieg einer deutschen Mannschaft. Da habe ich dann alles eingerechnet, also nicht nur die Siege in der Europa League beziehungsweise dem UEFA-Pokal. Von den sieben Erfolgen habe ich Ihnen berichtet. Dazu kommen ja noch die acht deutschen Champions League-Siege. Sechs von den Bayern, einer von Dortmund, einer von HSV damals als Europapokal-Landesmeister. Und die fünf Triumphe im Europapokal. Der Pokalsieger, einem Wettbewerb, an dem die Eintracht ja auch eins teilnahm, unter anderem gegen West Ham United. Spielte 76. Ja, Axel Hellmann ist da. Textsicher, ganz sicher. Kommt aus der Fanszene. Und hat da nie einen Hehl draus gemacht. Einer, der früher sich selbst auch mal die Autogramme vor den Profis geholt hat. Hat eine enorme Karriere hingelegt. Als Jurist. Und dann aber vor allem hier als Vorstandssprecher der Eintracht. Und sich auch nach oben gearbeitet, ne? Also da geht es ja nicht nur um die Eintracht, da geht es dann auch um Einfluss. Bei der DFL, bei der UEFA mutmaßlich. Also der hat schon ein paar Pflöcke eingeschlagen, Axel Hellmann. Eine Leifsteife. In dem Tempo lässt es sich mitmarschieren bis zum Römer, aber da werden sie dann nicht mehr drauf kommen, weil der Platz ist inzwischen abgesperrt. Und aus Sicherheitsgründen sagt dann die Polizei zu einem gewissen Zeitpunkt, das macht keinen Sinn mehr, wir können da nicht mehr Leute drauflassen. Die Sicherheit hat da oberste Priorität. Und das ist natürlich total richtig. Und so entspannt, wie es hier auf dem Römerberg zugeht, das habe ich natürlich von meiner Position als Kommentator besonders auch im Blick, so entspannt, so locker ist das Ganze auch draußen auf der Strecke bei den Spielern, beim Vorstand. Und da wird auch mal der ein oder andere Fan mitgenommen für ein paar Meter. Alles total locker. Wetter ist besser geworden. Die große Regenfront ist abgezogen. Und die Menschen warten, die Fans warten weiter extrem geduldig auf ihre Mannschaft. Das sind gut aufgetragene Käppis mit dem alten Eintracht-Logo, das ja immer wieder mal modifiziert wurde. Die Regenschirme haben fast ausgedient. Es wird besser, Sie sehen das auch am Licht. Nichts, dass die Sonne jetzt schon scheinen würde, aber es ist entspannt geworden, es ist schön geworden, besser geworden als das, was wir noch vor ein paar Minuten, sagen wir mal, von einer halben Studie hatten, als es wirklich richtig, richtig runtergemacht hat. So, das waren von meiner Seite schon mal die ersten Eindrücke. Das waren die ersten Eindrücke, die wir von der Strecke, vom Corso mitbekommen haben, von fröhlich feiernden Menschen. Und für mich erst mal jetzt die Gelegenheit, zu Ralf Scholl zurückzugehen. Ja, Florian, ich habe das Gefühl, du wirst auch noch ein paar Informationen loswerden. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wir sind im Römer drin. Hier warten auch die Kleinen, die Großen, die Leidenschaftlichen und die Erfolgsfans auf die Eintracht. Logischerweise 19.30 Uhr heißt bei uns im hr-Fernsehen natürlich Hessenschau. Und da schalten wir jetzt auch kurz hin. Ich glaube, die Eintracht wird da auch ein Thema sein. Und ich weiß, dass unsere Moderatorin, Christine, du kommst da, glaube ich, aus Fulda. Aber das mit dem Adler im Herzen, das hast du, glaube ich, auch noch, oder? Den Adler im Herzen und heute den Adler auf dem Schuh. Sie können es nicht so gut sehen, aber ich freue mich genauso wie ganz, ganz viele andere. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer historischen Hessenschau. Es ist eine besondere heute und keine Angst, Sie werden überhaupt nichts verpassen. In der nächsten halben Stunde werden wir immer wieder live rausschalten an den Frankfurter Römer, dort, wo unsere Reporter stehen. Aber auch diejenigen, die mit dem Motorrad die Mannschaft durch die Stadt begleiten. Sie haben ja den Europapokal. 15 Kilo ist er schwer im Gepäck und lassen ihn die Menschen anfassen. Es ist historisch, 42 Jahre hat es gedauert. Und dann kam der große Moment, gestern Abend. Was sind das für Glücksgefühle in diesen Fans, ob sie in Sevilla waren und gefeiert haben oder aber beim großen Public Viewing in Frankfurt vor ausverkauften Haus. Alle haben sich so gefreut und viele haben so lange gewartet auf diesen großen Moment. Und wie es jetzt eben Tradition ist, wenn Eintracht Frankfurt einen großen Sieg eingefahren ist, man geht zum Frankfurter Römer in die Gut Stub. Dort wird eben das Große gefeiert. Vor vier Jahren war das schon so, Janine Hilfmann. Bei dem großen Sieg vom DFB-Pokal. Aber jetzt der große Europapokal kommt zurück, kommt nach Frankfurt. Wie sehr freuen sich denn die Fans auf diesen Pokal, wo ja Eintracht-Präsident Peter Fischer gesagt hat, den schenken wir den Fans, den schenken wir dieser Region. Ganz genau so ist es, Christine. Wir laufen hier gerade noch mal ein Stückchen runter, um dir auch diese Wahnsinnsstimmung hier unten zu zeigen. Die Leute sind schon tatsächlich eigentlich seit Stunden hier, obwohl das Team immer noch auf dem Weg ist. Hier schauen wir gerade, der Römer ist schon komplett voll, Tausende sind da. Die Stimmung ist einfach unglaublich und man merkt, was das bedeutet hier für diesen Verein, für diese Stadt, für die Fans. Wir lassen das einfach mal laufen kurz. Die Fans sind wirklich am absoluten Limit hier. Es wird gefeiert, obwohl es schon wirklich seit ein, zwei Stunden regnet. Und tatsächlich ist das Team um kurz vor sechs tatsächlich gelandet. Und dann sind sie in Caprios gestiegen, nachdem sie natürlich erstmal ganz entspannt mit ihrem Flieger aus Sevilla hier angekommen sind. Und dann ging es los mit allerersten Caprio-Fahrten. Man hat sich da natürlich auch ganz gemütlich Zeit gelassen, denn solch ein historischer Moment, der kommt natürlich nicht so schnell wieder. Ihr habt es eben schon angesprochen, nach 42 Jahren gibt es wieder einen riesigen internationalen Titel für die Frankfurter Eintracht. Und das Team dürfte wahrscheinlich hier in den nächsten Minuten tatsächlich am Römer ankommen. Und die Leute harren hier aus. Das ist unglaublich. Wir fragen einfach mal, tatsächlich, wie lange seid ihr schon hier? Seit neun Uhr. Überhaupt die Nacht geschlafen? Wenig. Wie geht es euch, wenn ihr euch jetzt vorstellt, der Pott kommt tatsächlich gleich. Wir sehen hier den Balkon im Hintergrund. Geil, geil, geil. Wunderbar. Wann hast du gestern daran geglaubt, dass es tatsächlich möglich ist, dieses Ding zu holen? Ich war so aufgeregt. Ich kann da gar nicht sagen. Ich bin hin und her gerannt. Ja, beim E-Meterschießen, ich war so aufgeregt. Aber dann, wie Kevin den Elfer gehalten hat, da wusste ich, das schaffen sie. Jetzt war ja 2018 tatsächlich der Pokalsieg. Wie groß? Ich gehe einfach mal in die zweite Reihe. Komm mal hier zu mir nach vorne. Nein, du möchtest nicht. Dann frage ich die Dame weiter, wie war es tatsächlich 2018? Da waren Sie vielleicht auch hier jetzt dieser Sieg? Ne, da war ich nicht hier. Ich bin heute das erste Mal. Das heute natürlich, ja. Das erste Mal hier und es ist ein Erlebnis, wirklich. Das ist ganz toll. Genau, wir sehen hier gerade einen Eintracht-Fan, der leider nicht mehr da ist, den du noch mal in die Kamera hältst. Leider Gottes ist er weggegangen. Aber wir sind hier für ihn. Auf jeden Fall wird alles von oben mitgucken. Er ist dabei. Schön, dass du ihn mitgebracht hast. Das sind tatsächlich, glaube ich, Emotionen. Ganz lieben Dank, dass du dieses Foto mitgebracht hast. Ja. Und liebe Christine, wir bleiben natürlich den ganzen Abend hier. Wir sehen uns, glaube ich, später noch. Und damit erst mal zurück zu dir von dieser wirklich absolut gigantischen Stimmung hier am Römer. Ja, das geht wirklich unter die Haut. Auch uns hier im Studio, einige von uns haben Gänsehaut. Und auch schön, dass man an diesem Tag so große Gefühle hat. Die Eintracht ist die Diva vom Main. Die Fans hatten eine große Choreo. Alle haben gebangt, 120 Minuten, dann das Elfmeterschießen. Und auf der Leinwand im Waldstadion, wo 50.000 Fans waren, da ging der Blick nach Sevilla. Und dann waren alle dort. Sevilla, kurz vor Mitternacht. Boré läuft an, Boré schießt. Tor! 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 Ja! Public Viewing in Frankfurt. Eintracht, epochal. Eruptiv. Emotional. Euphorisch. 50.000 im kollektiven Taumel. Überwältigt von den eigenen Gefühlen, pure Glücksseligkeit im Frankfurter Stadtwald. Die gleiche Stimmung. In der Stadt. Auf Frankfurts Straßen. Und plötzlich klingt Hupenlärm wie Musik. Die Fans feiern ihren Torjäger Raphael Boré. Sie bejubeln die Monsterparaden von Torhüter Kevin Trapp. Sie sind komplett im Jubelrausch. Kevin Trapp, du bist der Beste. Ehrlich, der Beste Torwart, den Alter Frankfurt jemals hatte. Jeder liebt dich hier. Du bist der Beste. Der Römerberg quillt über. Leuchtet mitten in der Nacht taghell. Genauso wie die Partymeile Bergerstraße. Das, was wir hier auf den Bergen erleben, ist einfach absoluter Wahnsinn. Also, nur die SGE! Nur die SGE! Also, nach meinen zwei Kindern und nach meiner Hochzeit, aber vor meiner Hochzeit noch, ist das schönste, was ich je erlebt habe. Das ist der wunderschönste Abend, den ich jemals erlebt habe. Es ist riesig. Frankfurt geht in dieser legendären Nacht nicht mehr ins Bett. Ja, wie kann man das auch, wenn so viel Adrenalin im Blut ist. Es geht nicht nur den Fans so, sondern auch unseren Sportkollegen Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister. Sie beide haben das Spiel gestern Abend bei hr-info live kommentiert. Und was waren das für Emotionen vor diesem entscheidenden Elfmeter in Sevilla? Ramsey schießt und Trapp hat ihn! Trapp hat ihn! Kevin Trapp hat ihn mit dem Fuß! Trapp, du Tier! Trapp, du Teufelskerl! Raphael Bore kann es machen! Bore läuft an! Bore schießt! Tor! 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 Ja! Es ist real! Es ist wahr! Es ist der Titel! Die hessische Heldenreise findet ein märchenhaftes Ende in der Sommernacht von Sevilla! Ja, und ich glaube, Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister haben heute, wie viele Eintracht-Fans, kein Auge zugemacht. Viele sind direkt nach diesem Wahnsinnsspiel zum Stadion nach Sevilla gefahren, haben sich dort auf den Boden gelegt im Flughafen, um einfach wieder pünktlich hier zurück zu sein zur großen Party. Heute früh war das der Fall. Da kamen die Ersten. Frankfurt-Flughafen heute früh, Viertel nach sechs. Die ersten Fans aus Sevilla sind da im Gepäck, das Pokalfeeling im Original. Vom Stadion aus ging es für sie direkt ab in den Flieger, nach Hause. Gestern ganz, ganz spontan entschieden, noch hinzufliegen nach Sevilla. Haben das Spiel gucken können mit einem super Ausgang für die Eintracht und besser konnten es mir gar nicht vorstellen. Es war eine einmalige Angelegenheit. Ich glaube, die werden wir unser Leben lang nicht vergessen. Spannung bis zur letzten Minute. Also wirklich, wir sind einfach geklettert. Keine Worte mehr. Unglaublich. Und jetzt erstmal heim, schlafen, ab ins Bett. Müde? Ja klar. Aber da war doch noch was. Jetzt geht es erstmal kurz ein bisschen ausruhen und dann nachher sehen wir uns alle auf dem Römer, um die Mannschaft nochmal zu feiern für dieses legendäre Spiel. Die S9 führt direkt zum Römer. Richtig, aber vorher noch eine schnelle Erfrischung. Auf den Sieg und auf das, was da noch kommt, heute in Frankfurt. 15 Uhr in der Innenstadt. Die Massenbewegung Richtung Römer hat längst begonnen. Und manch einer hat durchgefeiert. Wie lang war die Nacht? Die ganze Nacht. Wie lange hat so eine Nacht? Das ist scheißegal. Es war mal kurz dunkel, jetzt wieder hell. Europa Cup-Sieger. Das Geschäft mit den T-Shirts brummt. Die Vorfreude auf die Riesenparty steigt. Und das nicht nur bei Eintracht-Fans. Diego Siles ist beruflich hier und stammt, wie passend, aus Sevilla. Ich gratuliere. In meiner Heimatstadt ist die Frankfurter Eintracht in den Fußballhimmel aufgestiegen. Aber was ist das? Der Weg zum Römer für viele blockiert. Hier kommen noch ein paar durch. Hier nicht mehr. Rainer Hut ist fassungslos. Wer weiß, was, wie der ist. Ich bin 60. Ob ich in 40 Jahren kann, kann ich nicht mehr hier stehen. Denn es dürfen nur 13.000 Menschen auf den Römer. All die anderen können sich den Empfang aber auf einer der Leinwände drumherum anschauen. Römerpokal! Ja, und natürlich geht die Party weiter auf den Straßen in Frankfurt. Und unsere Reporter sind draußen. Sebastian Ried mit dem Motorrad. Er war schon dabei, als die Frankfurter Profis mit dem Flieger gelandet sind. Aber jetzt ist er mitten in der Stadt unterwegs. Und was ist das da für eine Stimmung, Sebastian? Dann hörst du aber auch noch das, was ich dir dazu rufe. Schaut euch das einfach mal an. Das ist ja Wahnsinn. Timothy Chandler ist jetzt bei mir. Was geht denn in dir vor, wenn du das hier siehst? Einfach geil. Für heute kein 1-8-Wennig. Hat was verpasst. Das ist überragend. Unglaublich. Kann man das mit 2018 mit dem Pokalsieg vergleichen oder ist das nochmal mehr? Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Ausgabe heute. Ich glaube, noch nochmal viel mehr. Ich glaube, das ist einfach wirklich unfassbar. Wir können sehen, was noch beim Römer los ist, wenn wir bis dort hinkommen. Unfassbar einfach. Ich habe das Gefühl, der Gonzalo Pazienza hinter dir ist das Firebeast, oder? Der ist das Firebeast schlechthin. Wenn eine Party geht, nur mit ihm. Und er ist auch ein guter Spieler. Was passiert denn heute noch? Kommt drauf an, wie lange wir noch unterwegs sind. Müssen wir noch zum Römer und dann schauen wir mal weiter. Bis morgen unterwegs, oder? Bis morgen auf jeden Fall. Sebastian Rohde haben wir gesehen, hat jetzt einen Turban hinten auf. Ist ja von gestern die Verletzung ist wieder aufgegangen, aber ihr habt ihn eben verarztet. Ganz kurz verarztet, alles gut. Gein Stress. Wir können alles. Arzt, Medizin, das ist gar kein Problem bei uns. Was bedeutet dann das für die Fans auch? Die haben euch ja ganz viel unterstützt, auch gestern Abend wieder in Sevilla. Ja, alles. Und das ist ja auch für die. Der Pokal ist für die, die Freude ist für die. Alle Menschen strahlen. Werden die nächsten Tage und Monate glücklich sein. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank, Timothy Chandler. Also, hier ist richtig was los auf der Strecke. Damit erst mal wieder zurück ins Studio. Ja, danke schön, Sebastian Ried. Was für eine Stimmung. Timothy Chandler hat keine Stimme mehr, kann man ja auch verstehen. Wir haben übrigens immer rechts im Bild das Live-Bild da draußen, damit Sie wissen, was passiert da. Und wir gehen immer sofort live raus, wenn wir merken, uh, da müssen wir doch zeigen, was in Frankfurt passiert. 19. Mai 2022, das ist wirklich ein großer Tag, auch für Sie. Sie hatte den ganz, ganz anders geplant, aber dann ging es ihr wie ganz vielen anderen. Die Stadt Frankfurt sagte, heute finden im Frankfurter Römer keine Hochzeiten statt. Eigentlich hätte der Tag von Laura und Norbert Müller heute so aussehen können. Ihre Hochzeit auf dem Römerberg war schon lange geplant. Stattdessen ist das Frankfurter Pärchen heute zu Hause in Joggingklamotten. Die Absage vom Standesamt kam letzte Woche per Telefon. Als ich gerade auf dem Spielplatz mit unserer kleinen Tochter war, und genau, da habe ich den Anruf bekommen und hieß, ja, wir müssen es verlegen, wir erwarten, dass ihr nicht in den Römer reinkommen werdet an dem Tag. Aber weil Laura und Norbert ja Frankfurter sind und Fans der Eintracht sowieso, haben sie das Ganze entspannt aufgenommen. Den Ausweichtermin morgen genommen, das Restaurant umgebucht und ihren Gästen Bescheid gesagt. Die waren genauso entspannt, sogar ein Trauzeuge. Der hat es eigentlich so eingeplant gehabt, dass er landet, sich fertig macht und dann gleich zur standesamtlichen Trauung kommt. Und ich glaube, er ist auch ganz froh darum, dass er jetzt noch mal einen Tag zum Regenerieren hat. Morgen also die kleine Feier am Römer, die Party dann Ende des Monats. Für unsere große Feier am 28.05. brauchen wir noch Blumenmädchen. Also der Boré, der Ansgar Knauf, der Kamada und Kostic und natürlich auch hier unser Kapitän, der Rode, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen als Blumenmädchen. Und ich denke mal, unsere Tochter, die Alina, die wird sich auch freuen, wenn sie da Unterstützung hat. Nicht mehr ändern lässt sich jetzt natürlich die Gravur, der 19.05. So oder so, ein unvergessliches Datum ist es allemal. Tja, der 19.05. heute ist unvergesslich. Aber auch gestern das, was die Mannschaft da geliefert hat, die Symbiose zwischen den Fans und dieser Mannschaft, unglaublich. Die, die im Stadion waren, die etwa 20.000, die haben berichtet, es gab gar kein Wasser mehr dort in Sevilla. Die sind teilweise auf die Toiletten gegangen und haben dort aus dem Wasserhahn Wasser getrunken. Und die, die gar keine Tickets mehr für dieses Stadion bekommen haben, die haben einfach in Sevilla gefeiert mit heißem Herzen. Eintracht unter Palmen. Es ist Nacht in Sevilla. Immer noch. 30 Grad. Überall. Eintracht-Fans. Sie haben die weite Reise auf sich genommen mit dem Wissen, dass sie nicht ins Stadion dürfen. Ohne Ticket angereist und trotzdem der Mannschaft ganz nah beim Public Viewing. Im Herzen von Sevilla. Sie fiebern mit. Sie leiden. Manches kommt ihnen sogar spanisch vor. Sie jubeln. Sie eskalieren vor Freude, als ihr Team das Elfmeterschießen entscheidet. Unbeschreiflich. Unbeschreiflich. Es gibt nichts Schöneres. Nichts. Wir haben es verdient. Ich freue mich so. Es ist so toll. Es ist so toll. Es ist nicht geil. Einfach. Keine Ahnung. Alter. Die Nacht von Sevilla. Episch. Egal, ob sie im Stadion waren oder nicht. Nur wenige hundert Meter entfernt. Ihre Lieblinge mit dem Pokal. Eintracht Frankfurt International krönt sich selbst. Und während die Mannschaft Party Vollgas gibt, sind einige von den Fans noch gestern Nacht wieder zurückgereist. Ab Richtung Frankfurt, Richtung Römerberg, Richtung Party mit Pokal und den Fußballhelden von Sevilla. Unsere Fußballhelden, die gehen dort in den Kaisersaal. Ralf Scholl, das ist der Schmuckstück im Frankfurter Römer. Da werden ja ganz große Persönlichkeiten gewürdigt. Und es gibt eine tolle Galerie. Verrätst du uns wahrscheinlich gleich, was erwartet denn da die Mannschaft? Ja, hier warten natürlich erst mal alle auf die Mannschaft. Ich bin nicht ganz sicher, ob es jetzt schon angesagt ist, die Handys laufen zu lassen. Aber alle starren hier auf die Doppeltür. Und dann kommt Attila, der Adler natürlich rein. Ja, da wird sofort hier natürlich alles angestimmt und angemacht an den Handys. Das ist ja klar. Aber schauen Sie mal hier, da steht schon die übernächste Generation. Sag mal eben, wer du bist. Und wie war das mit der Meisterschaft in der U15 Regionalliga Süd? Also es war ein sehr schönes Gefühl. Mein Name ist Benjamin Janowicz. Den Namen merken wir uns schon mal. Wer ist jetzt dein Lieblingsspieler aus der aktuellen Mannschaft? Philipp Kostic auf jeden Fall. Philipp Kostic. Wenn der hier stehen bleibt nachher, dann ist er ein Landsmann. Wenn der stehen bleibt, dann hat er natürlich das große Los gezogen. Und jetzt gehen wir noch mal rein in den Kaisersaal. Ja, normalerweise ist da feiner Zwirn und mindestens Businessanzug angesagt. Aber heute sind hier auch ganz schön viele Trikots unterwegs. Das ist ja klar. Hier auch die Leute schon sehr, sehr aufmerksam und sehr gespannt darauf. Guck mal, hier steht eine Weltmeisterin, Nia Künzer. Nia als Eintracht-Fan. Was ist das hier für eine Nummer? Als Weltmeisterin habt ihr ja auch hier gestanden. Ja, Kaisersaal ist immer was Besonderes. Ich kann nur sagen, die Jungs können sich freuen auf dem Balkon und was da unten los ist. Ja, ich glaube, alle sind schon völlig aufgeregt. Es ist natürlich spektakulär, was gerade Eintracht Frankfurt international so leistet. Ja, auf der einen Seite ist das ja so ein Moment. Aber es ist ja eben auch eine Entwicklung, die da entstanden ist. Ja, über die letzten Jahre. Jetzt heißt es Champions League im nächsten Jahr. Ist das auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, dass es jetzt wirklich so raketenmäßig abgeht? Ja, ich glaube, das ist nicht der richtige Moment. Und jetzt vielleicht Angst zu haben, jetzt heißt es wirklich, den Moment zu genießen. Auch ein bisschen stolz zu sein, was die Mannschaft, was das Team geleistet hat. Ja, Eintracht Frankfurt hat die schöne Situation, dass jetzt Frauen und Männer nächstes Jahr in der Champions League spielen. Von daher erst mal alles genießen. Absolut, selber auch genießen. Ja, und wir schauen noch mal kurz hier um die Ecke, weil da hinten, da wartet dann das goldene Buch auf die Mannschaft. Und ich bin gespannt, ob das Protokoll eingehalten wird oder ob die Mannschaft wie 2018 einfach durchmarschiert auf dem Balkon. Darauf warten nämlich die Fans und wir natürlich auch alle. Da sind wir alle sehr gespannt. Aber Kevin Prinz-Boateng ist ja nicht dabei und Sebastian Rohde. Ich bin noch nicht ganz sicher, in welchem Status er wirklich ist, wenn er schon wieder den Turban auf dem Kopf hat. Aber Christine, das werden wir alles ganz entspannt abwarten und natürlich hier live verfolgen. Ja, wahnsinnsgroße Stimmung. Dankeschön, Ralf Scholt live aus dem Frankfurter Römer, aus dem großen Kaisersaal. Und für den Helden der Eintracht geht es zu den Meldungen, die wir natürlich noch haben aus Hessen. Wie zum Beispiel die, die kommunalen Kita-Erzieherinnen und Erzieher in Hessen bekommen mehr Geld. Martin, du hast die Nachrichten für uns. Darauf haben sich die Tarifparteien geeinigt. Und zwar ab 1. Juli monatlich 130 Euro mehr. Außerdem erhalten die Beschäftigten pro Jahr pauschal zwei zusätzliche freie Tage. Sowie die Option, Teile ihres Gehalts in maximal zwei weitere Entlastungstage umzuwandeln. Monatlich 130 Euro mehr und zwei freie Tage extra. Das Alleinerreiche nicht aus, findet Annette Menzing vom katholischen Kindergarten St. Bonifatius in Bad Soden-Allendorf. Das hilft uns ja nicht, dass wir trotzdem mit ein paar Leuten 25 Kinder pro Tag in einer Gruppe bilden und erziehen sollen. Ich finde, das ist zu viel. Um die Beschäftigten trotzdem zu entlasten, sollen sie künftig einen Teil ihrer Einkünfte in maximal zwei weitere Erholungstage umwandeln können. Allerdings hatten sich viele Arbeitnehmer insgesamt mehr erhofft. Wir müssen klar sagen, dass wir an die äußerste Grenze des Machbaren gegangen sind. Sowohl fiskalisch als auch was die Arbeitsbedingungen angeht. Der weiter wachsende Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes ist ein Problem, für das es viele Ursachen, aber keine leichten Antworten gibt. Das Tarifergebnis hat eine Laufzeit von fünf Jahren. In Südhessen bei Münster-Altheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist ein Lokführer ums Leben gekommen. Er war offenbar mit seinem Güterzug auf einen anderen Zug, der womöglich auf der Strecke stand, aufgefahren. Gegen vier Uhr heute Morgen hat sich dieser schwere Zugunfall bei Münster in Südhessen ereignet. Ein Güterzug ist auf einen anderen aufgefahren und entgleiste. Einer der Lokführer kam dabei ums Leben, wie die Bundespolizei vor Ort mitteilte. In dieser entgleisten Lok befand sich ein Lokführer, der eingeklemmt wurde und am Unfallort vor Ort noch verstarb. Was ist mit dem anderen Lokführer? Der zweite Lokführer wird durch die Bahn notfallseelsorgericht betreut. Der Unfallort bleibt bis auf Weiteres weiträumig abgesperrt. Der Bahnverkehr auf der betroffenen Strecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg wurde umgeleitet. Vor Ort war heute ein Großaufgebot von Polizei, Rettungskräften, THW und Experten der Deutschen Bahn. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Womöglich stand der vordere Zug auf der Strecke, als der zweite mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. Wann die Züge geborgen werden können, ist ebenfalls noch unklar. Nach einem Brand im Kasseler Ortsteil Wilheiden schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf etwa 300.000 Euro. Dort waren in einem Hinterhof am frühen Abend erst mehrere Holzschuppen in Brand geraten. Dann griff das Feuer auf eine angrenzende Werkstatt sowie ein Wohnhaus über. Mit über 100 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort. Einer der Feuerwehrleute wurde leicht verletzt. Es gab eine stundenlange Straßensperrung und Warnungen an die Anwohner aufgrund der starken Rauchentwicklung. Die Kripo ermittelt jetzt die Ursache des Brandes. Während die Deutsche Bank auf ihrer diesjährigen virtuellen Hauptversammlung ihren Aufsichtsratschef Paul Achleitner verabschiedete, protestierten Aktivisten am Morgen vor dem Frankfurter Hauptsitz des Geldinstituts und warfen der Bank Greenwashing vor. Symbolisch hatte die Klimagerechtigkeitsgruppe Koala Kollektiv dazu zahlreiche Waschmaschinen aufgetürmt. Mit ihrer Protestaktion fordert sie einen der größten Geldgeber fossiler Industrien zu einer nachhaltigen Kehrtwende auf. Die Deutsche Bank entscheide sich auch im Jahr 2022 aktiv dafür, lebensfeindliche Kohle, Öl und Gas zu finanzieren, statt mit diesem Geld einen positiven Beitrag für die notwendige sozial-ökologische Transformation zu leisten, so der Vorwurf. Groß Einsatz für die Feuerwehr. Am Nachmittag ist auf einem Parkplatz an der A7 in Höhe der Grenzwaldbrücke bei Motten ein Lkw in Brand geraten. Er hatte unter anderem auch E-Autos geladen. Sechs Neuwagen und der Lkw verbrannten. Die Feuerwehr konnte aber ein übergreifender Flammen auf die E-Autos verhindern. Laut Polizei wurde der Fahrer beim Versuch zu löschen leicht verletzt. Die Autobahn in Richtung Fulda war gut eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf über eine halbe Million Euro. Soweit die Nachrichten. Zurück zu dir, Christine. Ja, nicht nur zurück zu mir, sondern zurück zu diesem großen historischen Ereignis, das wir auch immer live bei Ihnen zu Hause an den Bildschirmen zeigen, damit Sie wissen, was gerade passiert. Die Fans feiern einfach diesen Europapokalsieg. Wir vom hr-Fernsehen haben live übertragen seit Viertel vor sechs und unser Sportkommentator hinter den Kulissen, die Stimme aus dem Off, das ist unser Kollege Florian Nass. Und Florian, du hast schon so viel erlebt. Du bist so ein erfahrener Sportkommentator. Wie erlebst du heute diesen Tag der Eintracht? Christine, ich bin ganz ehrlich, das fasst mich sehr an. Und das liegt auch daran, dass das meine Heimatstadt ist. Ich kann mich sehr in die Fansäle hineinversetzen, was das für die Eintracht-Fans ausmacht. Und mal in der zweiten Liga gespielt, das war ja nicht immer so rosarot wie heute und wie gestern Abend. Das ist schon besonders, diese Stimmung auch so fröhlich, so gelöst hier auf dem Römerberg. Aber wenn wir dann rausgehen und in die Kennedy-Allee blicken und dort ist der Autokorso der Frankfurter Eintracht gerade unterwegs, dann setzt sich diese ganze Stimmung in der Stadt Frankfurt fort. Und das ist außergewöhnlich, was sich momentan auf den Straßen Frankfurts, was sich hier auf dem Römerberg abspielt. Also das ist schon wirklich besonders. Wir haben bei den letzten Bildern, die wir von der Strecke bekommen haben, Timothy Chandler gesehen. Und der saugt genau diese Elemente auf. Da haben wir ihn in dem Bild. Das ist ein Frankfurter. Das ist ein Frankfurter Junge, ein Frankfurter Bub. Es ist sicherlich kein Top-Leistungsträger, aber er ist eine Integrationsfigur innerhalb dieser Frankfurter Mannschaft. Und ich bin mir sehr sicher, wenn die Eintracht-Mannschaft dann irgendwann auf dem Römerberg angekommen ist und oben auf dem Balkon steht, dann wird er einer der Ersten sein, der das Mikrofon schnappt und hier die ganze Fangemeinde richtig nochmal ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal in Wallung bringen wird. Und er hat so ein paar Feierbiester mit dabei, unter anderem Gonzalo Paciencia, den Portugiesen, der hier das zelebriert, den die Fans lieben. Schauen Sie sich das mal an. Im Hintergrund, das ist alles aus Richtung Flughafen kommend. Der Konvoi, der Autokorso kommt eigentlich gar nicht vorwärts, weil jeder will feiern. Jeder will das Autogramm der Stunde haben, nämlich ein Selfie, ein Foto machen mit den Stars des gestrigen Abends und dieser Europa League-Saison. Es ist eine Geschichte, die Frankfurt in dieser Art und Weise, ich glaube, das kann man so sagen, noch nie erlebt hat bei der Feierlichkeiten für eine Frankfurter Mannschaft, für die Frankfurter Eintracht. Wir haben ja viele große Events hier schon erlebt, beispielsweise auch den Empfang der Fußball-Weltmeister 1974, auch wenn da nur einige mit auf dem Römerberg waren. Aber das hier, was wir hier erleben, auch wenn jetzt mal eine Hochbombe hochgeht, das ist schon außergewöhnlich, das ist sehr anfassend. Und Christine, du hast eingangs gefragt, wie es mir damit geht. Ja, das ist auch anfassend für einen Sportkommentator. Zurück zu dir, zurück ins Studio. Ja, wunderbare Bilder und vielen, vielen Dank, Florian Nass, für diese Worte. Es gibt so viele Eintracht-Fans und es gibt bestimmt auch welche in unserem dollen Dorf der Woche. Haben wir gezogen, heute mal nicht live in der Sendung, sondern in Kassel, Beltershausen, Landkreis Marburg, Biedenkopf, ein bisschen mehr als 1000 Einwohner. Da fahren wir hin, hin heute Abend, machen den Film, der wird natürlich wie immer am Samstag in der Hessenschau gesendet. Und die Nummer, die Sie hier eingeblendet sehen, Sie können sie natürlich anrufen. Wir freuen uns, dass wir auch an diesem historischen Tag heute zu Ihnen rausfahren dürfen. Und ich bin immer noch ganz ergriffen, muss ich wirklich sagen, ich kriege hier eine Gänsehaut. Nach der anderen ist es so ein besonderer Tag, Martin, oder? Das geht mir genauso, die Fans stehen jetzt schon so weit draußen, es ist der Hammer. Also ich glaube, die sind nicht vor 11 auf dem Römer. Wahnsinn. Das glaube ich auch. Und vor allem... Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran und man muss ja noch sagen, heute ist auch das Wetter ganz besonders. Unwetterwarnung, die Fans haben schon eine richtige Redendusche bekommen, wie es weitergeht, was uns dann noch erwartet. Laura Di Salvo jetzt mit dem Hessenschau-Wetter und dann geht es natürlich auch weiter mit der großen Eintracht-Sendung. Tschüss. Das Frühlingswetter wird Ihnen präsentiert von Strauß. Ja, guten Abend. Heute hatten wir in einigen Regionen lange Glück. Mittlerweile sind aber in ganz Hessen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes aktiv. Die Unwetter, die ziehen jetzt im Laufe der Nacht aber erstmal raus aus Hessen. Gegen morgen kommt dann aber schon wieder die neue Gewitterfront zu uns mit heftigen Regenfällen. Zwischendurch schaut auch mal die Sonne raus, was die ganze Lage aber natürlich noch mehr zum Prodeln bringt. Und im Laufe des Nachmittags und am Abend kommen dann besonders in der Nordhälfte von Hessen kräftige Regengüsse runter. Es werden teilweise über 50 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen. Dazu gibt es auch Hagel- und Windgeschwindigkeiten um die 100 kmh mit Orkanböen. Ja, und damit wir mal eine Ahnung bekommen, wie gefährlich Hagel sein kann bei einem Durchmesser zwischen 2 und 3 Zentimeter, können schon schwere Ernteschäden oder Überschwemmungen die Folge sein. Und so ein Hagelkorn hat durchaus um die 50 bis 70 Stundenkilometer drauf. Bei einem Durchmesser von bis zu 5 Zentimetern können natürlich auch schwere Schäden an Autos zum Beispiel entstehen. Und so große Hagelkörner sind locker mit bis zu 95 kmh unterwegs. Klar, dass das lebensgefährlich ist. Dazu liegen die Werte heute Nacht zwischen 17 und 13 Grad. Morgen im Süden bis 31 Grad. In Kassel 25, 21 Grad in der Rhön. Ja, nach den heftigen Unwettern wird es am Wochenende deutlich kühler. Am Montag kommen dann aber schon wieder die nächsten Trauer und Gewitter runter. Ja, soviel zum Wetter. Jetzt gebe ich wieder weiter zum Römer in Frankfurt mit der Eintracht. Tschüss. Das Frühlingswetter wurde Ihnen präsentiert von Strauß. Mit dem Blick auf den Römer sagen wir wieder herzlich willkommen zu unserer Live-Sendung zum Eintracht-Empfang. Die Fans haaren natürlich noch aus. Es ist so eine kleine Ruhepause. Aber schauen Sie mal, wie die Stimmung da unten ist. Und auch hier im Römer stehen die Menschen eng an N und warten darauf. So ein bisschen wie die Mannschaft gestern vor dem Elfmeterschießen, oder? So eine gespannte Erwartungshaltung. Aber ich glaube, es dauert noch ein Weilchen, bis die Mannschaft tatsächlich hier im Römer und auf dem Balkon sein wird. Wie auch immer, wir waren die ganze Zeit dabei. Und wir nehmen sie noch mal ganz schnell mit. Gestern Abend, Sevilla, kurz vor zwölf, der entscheidende Schuss. Raphael Bore, der muss hier nur reinmachen. Und das ist so schwer. Und er macht es und schickt die ganze Eintracht-Gemeinde in den absoluten Jubeltaumel. Oliver Glasner, so emotional wie in den letzten Stunden, hat man ihn hier in Frankfurt jedenfalls noch nicht gesehen. Den Diver, den verewigt er. Vielleicht macht er den ja hier noch bei uns nachher im Römer mal schauen. Und es gab Tränen und Jubel und Tränen und Jubel immer wieder. Auch heute auf dem Römer und gestern Abend in der Arena ausverkauft. 50.000 waren dort und haben es genossen, wie die Eintracht den Pokal schon mal in die Luft geworfen hat. Und der ist jetzt auf dem Weg zumindest in die Stadt. Der ist schon in der Stadt, ist gar nicht so weit weg. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal ganz entspannt an. Und Florian Nass, ich glaube, wir fassen uns noch mal ein bisschen. Und Zeit für schlechte Witze ist es noch nicht. Wie war das noch mal mit Kevin, Prinz, Boateng und Ante Rebic? Spiel ihn steil, Junge. Steil zu dir rüber, bitte. Bruder, Bruder, schlag den Ball lang. Bruder, schlag den Ball lang. Und ich habe gesagt, Bruder, ich schlag den Ball lang. Ich kann das so nicht so nachmachen. Ich bin nicht Kevin, Prinz, Boateng. Er hat das sensationell gemacht. Das war Wahnsinn damals. Aber das, was wir heute hier erleben, also das hält der ganze Sache von damals und 2018 nicht nur locker stand, das toppt das Ganze noch mal. Wir sind im Bereich der Kennedy-Allee. Wir nähern uns. Wir gehen rein nach Sachsenhausen. Geht dann weiter für alle, die ortskundig sind, Richtung Schweizer Straße. Dann geht es rüber, links, kleinen Linksschwenk über den Main. Dann geht es noch einmal rechts. Und dann haben Sie es fast geschafft. Das sind noch, ich überschlage es mal, gute zwei Kilometer noch. Da könnten wir sagen, da sind Sie ja in 20, 22 Minuten hingelaufen. Aber Sie sehen das Tempo der Karawane. Es ist sehr übersichtlich und das ist auch richtig so. Überall sind begleitende Menschen dabei, die das absichern, dass bloß niemand oder ein Radgerät vielleicht unvorsichtig ist oder reingeschubst. oder wie auch immer. Es ist gut so. Lasst euch Zeit, genießt das Ganze. Die Spieler sind locker drauf. Allen voran das Fahrzeug hier mit Timothy Chandler und mit Gonzalo Paciencia. Die sind richtig, richtig gut drauf. Also es ist gut, dass der Deutsche Bankpark das Waldstadion, ich nenne es einfach so, aber ich bin damit groß geworden, dass das Waldstadion ausgebaut wird, dass es in Zukunft noch mehr Stehplätze geben wird. Die Pläne liegen ja nicht nur in den Schubladen, sondern es soll ja konkret ausgebaut werden. Das wird auch dafür sorgen, dass es immer mehr Zuschauer gibt und immer mehr Menschen, fußballbegeisterte Anhänger gibt, die sagen, da will ich jetzt aber auch eine Dauerkarte haben, da möchte ich auch dabei sein. Und man kann es sich ja schon mal merken, der erste Champions-League-Auftritt ist am 1. September-Wochenende. 6.7.9. geht dann gleich weiter. Zweiter Spieltag der Hinrunde. 13.14.9. ist immer die Frage, wo wird dann gespielt? Dienstag oder Mittwoch, 4.5.10. und dann ist die Hinrunde beendet und die Rückrunde geht dann bis Anfang November 1.2.11. Kann man sich ja schon merken. Gibt in Frankfurt genug clevere Leute, die an Taten kommen und du hast recht, bei den Auswärtsfahrten. Das werden Reisen der Eintracht-Fan-Community. Also, die haben sich natürlich schon warm gereist, aber nächste Saison, sechs Gruppenspiele in der Champions League sind ja klar und das als Gruppenkopf im Topf 1 liest sich auch gut. Hört sich cool an mit Real Madrid, mit PSG, mit dem FC Porto und dem FC Bayern. Ich glaube, das sind bislang die, die in die Töpfe gesetzt sind. Und die Eintracht, ja. Da ist nicht Barcelona drin, die sind in den Topf 2. Startprämie, um mal ganz kurz das Monetäre aufzugreifen für die Champions League. 15,6 Millionen, also alleine, um mitzukicken, ja. 2,8 Millionen Euro für den Sieg, knapp eine Million für den Unentschieden. Also, das sind natürlich auch wirtschaftliche Sphären. Die Europa League war durchaus lukrativ, aber man musste sie auch gewinnen, um am Ende knapp 22 Millionen Euro an Prämien einzusammeln. Das ist dann in der Champions League schon ein bisschen leichter. Und wenn es dann in die K.O.-Phase gehen sollte, ja, da freut sich auch der Präsident, Peter Fischer, der begeistert ist vom Empfang in seiner Stadt, auch wenn er nicht in Frankfurt geboren ist, sondern weiter oben in Mittelhessen. Gießen und Lich war zum ersten Mal so anfangs seine Heimat. Aber er kam sehr, sehr früh als Kind, als Jugendlicher nach Frankfurt. Und er ist ein prägendes Gesicht dieser Stadt. Und zwar auch deshalb, und nicht deshalb, oder nicht nur deshalb, weil er Präsident von Eintracht Frankfurt ist, sondern weil er ein Mann ist, der, so sagt er selbst, klare Kante zeigt, weil er ein klares Statement abgibt. Und zwar auch politisch. Und sagt, wer eine Heimat hat in dieser Stadt, in diesem Verein, und wer eben nichts. Und er ist ein Mann, der sich so klar bekennt gegen Rechts, gegen Rechtspopulismus. Und der Mann hat wirklich nicht nur sportlich, sondern auch anderweitig Flöcke eingeschlagen. Markus Philipp ist bei sich. Du bist ein großer Visionär, das wissen wir alle. Du hast ganz, ganz viel vorgehabt, als du diesen Verein als Präsident übernommen hast. Hast du dir das hier vorstellen können? Naja, Notlüge ist auch nicht erlaubt bei dir. Sonst würde ich jetzt ein bisschen flunkern. Nein, das ist maximal, ist auch unbeschreiblich. Wir haben ja 2018 schon sowas erlebt, aber da waren wir jetzt schon zwei, drei Kilometer weiter in der Stadt. Was wird denn jetzt noch passieren? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir bis Mitternacht in irgendeiner Form da am Römer sind. Ich kann es mir im Moment gar nicht vorstellen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass wir da je ankommen. Du hast ja in Sevilla gesagt, dieser Applaus hier für dich auch. Was macht das auch persönlich mit dir, wenn du Sprechchöre deinen Namen rufen hörst? Also die ganze Zeit natürlich, Peter und Peter und Peter, laufen hier schon die Tränen. Ist einfach so. Geht irgendwann an dich. Geht irgendwann. Kannst du machen, was du weißt. Irgendwann laufen sie. Es ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, wenn es einen Tag gibt, an dem man weinen darf, dann ist das heute. Ja, glaube ich auch. Du hast ja in Sevilla die Fans aufgefordert, absolut Radau zu machen, im Stadion Vollgas zu geben und hast gesagt, wehe, 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 ich trinke euretwegen nicht aus diesem Pokal. Wie oft hast du denn jetzt aus dem Pokal gedruckt gestern? Also es schmeckt scheiße da draus, um es deutlich zu sagen. Aber symbolisch habe ich das gemacht. Da gibt es auch schon ein paar Bilder, wie ich gesehen habe, in den sozialen Medien. Und jetzt hier diese Fanscharen auf den Straßen, kann man das überhaupt in Worte fassen beziehungsweise auch beziffern, was das nochmal auch für einen Push für die Mannschaft gegeben hat, auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, wo ja in der Bundesliga nicht alles so gelaufen ist, wie ihr euch das gewünscht habt. Was hat diese Fan-Community auch noch bei euch ausgelöst? Also irgendwo stand natürlich in der Kabine, Bundesliga, scheißegal, Europapokal, symbolisch meine ich das. Das hat man irgendwann gemerkt und das hat sich gelohnt. Ich denke, die Strategie ist vollkommen aufgegangen. Wir haben diesen Pott seit 42 Jahren und in Deutschland hatten, glaube ich, auch 25 Jahre, niemand kam. Das ist ein Riesenerfolg für den deutschen Fußball und für meine Stadt. Und jetzt bricht ja vielleicht sogar eine neue Epoche an für die Eintracht. Also finanziell ist das erstmal eine ganz rosige Zukunft in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren. Was kannst du dir noch vorstellen, mit diesem Verein zu erreichen? Also wir bleiben natürlich mit den Füßen auf dem Boden, weil wir einmal hier in der Champions League uns qualifiziert haben, gehen wir jetzt nicht Vollgas hin und hauen hier irgendwie alles raus. Guck sie dir ja. Nein, sondern wir werden das ganz seriös machen, Schritt für Schritt aufbauen. Aber dieser Verein wird wachsen in der Mitgliederzahl und in der Sympathie in Deutschland. Das merken wir überall. Eintracht Frankfurt ist sicherlich der geilste Verein in Deutschland. Vielleicht im Moment sogar noch. Und das haben ja auch viele schon kundgetan. Thomas Müller, selbst der Bundeskanzler hat euch gratuliert. Was war so die schönste Nachricht, die du erhalten hast persönlich? Wäre unfair jetzt von mir. Das ist wahrscheinlich eine Fangfrage. Das stimmt. Nein. Aber gab es einen Moment, wo du wirklich zu Tränen gerührt warst? Auch nochmal? Also einige Mal. Einige Mal. Von den Kindern des Tsunamis, die überleben zum Beispiel weit weg, wo ich Dinge eben erlebt habe, die man ja medial weiß. Es gibt schon ein paar Dinge, die gehen dir sehr, sehr, sehr nahen. Meine Freunde in der ganzen Welt, in Hongkong, in Ibiza, in Brasilien meine Familien teilen. Nein. Also ich habe da schon viel Pippi in den Augen gehabt. Peter, ich glaube, es wird auch noch sehr viele weitere Tränen geben heute Abend. Genieß es vor allem auch. Und ja, irgendwann sehen wir uns auf den Römer wieder. Wahrscheinlich. Falls wir da je ankommen sollten, noch in diesem Leben, dann ja. Ich sage mal, gute Reise. Danke, danke, danke. Bon voyage. Das wird eine sehr langsame Reise. Und ja, er ist Präsident eines Vereins mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Er hat das selbst, und da stimmt der Begriff vom Visionär, er hat das selbst ausgegeben als Ziel. Wir wollen gewaltig wachsen. Das heißt natürlich Integration der Fans. Das sind natürlich nicht nur aktive Mitglieder, die jetzt jeden Tag Sport treiben, sondern er hat diese Eintracht-Familie wachsen lassen. Aber, und das ist ganz wichtig zu wissen, klar, er ist ein Gesicht beim Eintracht-Fußball. Aber ich weiß das aus persönlichen Berichterstattungen. Das ist auch ein Präsident, der eben auch bei den anderen Abteilungen präsent ist. Der bei der Weihnachtsfeier der Handballer oder den anderen Abteilungen vorbeischaut und sich genau vorher informiert, was ist denn da eigentlich los. Klar, das Aushängeschild dieses Vereins, bekannt wird die Eintracht über die Fußballer, aber es ist ein großer Breitensportverein. Und auch da hat sich Peter Fischer sehr eingebracht. Und wenn man die Anlagen des eingetragenen Vereins am Riederwald ansieht, dann hat das bei weit nach gar nichts mehr zu tun mit der, das kann man auch so sagen, Bruchbude, so wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren war. Und damals wurde ja auch noch am Riederwald trainiert, auch mit den Profis. Also sowohl im Profibereich mit dem Proficamp, wofür Axel Hellmann zuständig ist, als auch mit den EV-Anlagen am Riederwald. Ja, natürlich mit großem finanziellen Engagement. Beispielsweise von Wolfgang Stolbing ist Gewaltiges entstanden. Die Eintracht ist das sportliche Herz in dieser Stadt. Es gibt viele Breitensportvereine, den Großen, die Große TG Bornheim. Aber die Eintracht ist natürlich mit ihren 100.000 Mitgliedern unter Peter Fischer eine riesige Sportgemeinschaft geworden. Hinti wird auch gefeiert. Es war klar, dass er nicht spielen kann, aber seine Spielhose mit der 13, die hat er angehabt. Er klatscht jeden ab. Und die Party geht hier richtig los, auch auf dem Römerberg. Und die Party geht hier richtig los, auch auf dem Römerberg. Aber die Leute haben so lange auch im Regen dann ausgeharrt mit Freude. Schauen Sie sich das an, schauen Sie in die Gesichter. Da brauche ich gar nicht mehr sagen. Und dann gehört auch diese Bühne den Fans mit der Mannschaft. Totale Ausgelassenheit vor der Kulisse der Ostseil im Hintergrund. Und links dahinter die neue Altstadt. Klingt ein bisschen absurd, aber so ist es. Vielleicht haben Sie zuletzt auch bei uns im HR-Fernsehen Tobis Städtetrip gesehen. Hier genau in dieser Region, sehr lebenswert. So, wie ich überzeugt als Frankfurter sagen kann, für alle, die Frankfurt noch nie richtig besucht haben, tun sie es. Es ist ein Sammelsurium und von kleinen Dörfern, Bornheim und Bockenheim und Schwanheim und so weiter und so fort. Aber Frankfurt hat seinen Reiz. Frankfurt ist toll geworden. Frankfurt ist sehr lebenswert geworden. Und das liegt nicht nur am Sport. Und das liegt natürlich auch nicht nur an diesem Tag und dieser fantastischen Begeisterung für den gestrigen Erfolg von Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow. Ein tolles Finale übrigens gestern. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht als Einordnung, was das Fußballerische angeht. Aber allein diesen Namen, Eintracht Frankfurt mit dieser Geschichte, 1960 Landesmeister, Endspiel gegen Real Madrid. Ja, klar verloren, 7-3 am Ende, aber super mitgehalten. Eine tolle Visitenkarte vor. Achtung, 135.000 Zuschauern damals eben in Glasgow. Angefeuert von den Glasgow-Fans. Warum? Weil die Eintracht die Rangers rausgeschmissen hat. Und zwar sehr stark, sehr klar. 6-1 hier in Frankfurt. 6-3 das Rückspiel. Da wurden sie zu Helden, und zwar die Frankfurter im Sinne der Schotten. Und dann treffen solche Vereine 2022 noch mal aufeinander. Das ist doch genial. Ah, Sebastian Riedt arbeitet sich nach vorne. Hörst du mich? Ich glaube schon. Leg los. Ich höre dich, Flo. Aber eigentlich das Einzige, was ich hier höre, ist nur Hinti, Hinti, Hinti. Martin Hinterger ist bei mir. So viel Liebe für diese Stadt und den Verein, oder? Jetzt wird erst mal die Musik leiser gemacht. So viel Liebe für diese Stadt und den Verein, oder? Das zeichnet Eintracht einfach aus. Also die Hinti rufe ich auch die ganze Zeit. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr andere Spieler, die gefeiert werden. Aber hättest du so etwas erwartet hier? Ja, ich habe es immer von Hörern sagen gehört, dem DFB-Pokalfinale und so. Aber da ist nochmal eine Nummer größer, denke ich. Es gibt nichts Geileres! Aber das ist ja jetzt hier wirklich Schneckentempo. Habt ihr überhaupt so viel Bier im Wagen? Ja, wir müssen noch eine zweite Ladung holen. Die erste Kiste ist leer. Wir fahren doch schon seit eineinhalb Stunden und ich bin im Auto. Aber ja, wir kommen gut an. Was glaubst du, was heute noch los ist auf dem Römerberg dann? Aber wir schauen, natürlich, ich denke das gleiche wie hier. Die Hölle geht los und ich bin schon unheimlich überwältigt. Aber die nächsten Tage werden noch kranker. Wie war das für dich gestern im Finale? Du konntest ja nicht mitspielen. Ich habe gewusst, dass Tutte mich vertreten hat und dann, wo Makoto reingekommen bin, war ich noch sicherer. Also ich war ganz minimal entspannt auf der Tribüne. Beim Elfmeterschießen hat mich ein bisschen gejuckt, da wollte ich rein. Aber okay, so ist es halt. Aber ich denke, für jeden hat gemerkt, dass wir gewinnen. Man hat da natürlich auch draußen vielleicht ein bisschen besseren Blick nochmal auf die Tribünen und was da abging bei den Fans. Auf jeden Fall, aber das habe ich gewusst. Aber es war nicht Barcelona, es war nicht der West Ham. Ich denke, es war wieder ganz ein anderes Spiel. Es war ganz besonders und Barcelona bleibt ewig in Erinnerung. Das war das einzigartigste Spiel in meinem Leben und das war halt das Finale. Unglaublich, Glasgow ist einfach der perfekte Gegner. Ich glaube, jetzt Champions League. Heute mal den Europapokal feiern und Helsinki Supercup und dann geht es auf die Champions League Club. Wenn man das hier alles sieht und alle hinten rufen, dann will man eigentlich für immer bei dem Verein bleiben, oder? Also von mir aus, ja. Also ich habe nichts dagegen, aber jeder weiß, wie Fußball ist. Manchmal muss man gehen, manchmal kommen neue Spieler, jüngere, wie auch immer. Aber ich denke, wenn man das aktuell sieht, dann wird es schwer, Differenzen voranzukommen. Danke, Martin Hinteregger. Viel Spaß noch. Und ich hoffe, es ist schwer. Ja, Martin Hinteregger, immer ehrlich, immer ehrlich, grundehrlich. Auch was den Blick in die Zukunft angeht. Er will unbedingt bleiben. Also eine klare Botschaft kann man eigentlich nicht vermitteln. Die Eintad hat natürlich ein starkes Angebot an defensiven Zentralspielern. Mit ihm, Hasebe bleibt ja auch noch. Tuta hat gezeigt, wie er dort agieren kann. Aber die Eintad ist natürlich auch ganz gut beraten damit, zu sagen, wir brauchen noch Integrationsfiguren. Ja, und der gehört ohne Zweifel dazu. So wie ein Timothy Chandler. Die Leute lieben diesen Mann und es geht eben um die ganze Struktur einer Mannschaft. Sehr spannend, wie das tatsächlich weitergeht. Oder wer weiß, vielleicht auch hinter den Kulissen schon entschieden ist. Es geht näher ran. Sie sind in Sachsenhausen. Und wenn es in diesem Tempo weitergeht, ja, ja, dann sehen wir sie auch noch, bevor es wirklich total dunkel ist auf dem Römerberg. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch die Ordnungsbehörden dann großes Interesse daran haben, dass das nicht zu spät reingeht in die Nacht. Wenn gleich man sagen muss, klar, es gibt immer wieder mal Zwischenfälle. Das haben wir auch übrigens gestern in Sevilla erlebt. Das haben wir schon einmal in Sevilla erlebt. Bei Zusammenstößen zwischen Frankfurter und West Ham Anhängern. Wir müssen uns trotz allem immer vor Augen halten. Oder mal den Rechenschieber, wie viel Prozent sind es eigentlich, die für Randale sorgen. Es geht nicht darum, das zu verschweigen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und der Fußball hat damit durchaus auch ein Problem. Aber wenn 30.000 Menschen nach Sevilla aufbrechen und 100 randalieren, dann kann man sich die Prozentzahl ausrechnen. Und das muss man dann auch richtig einordnen. Das ist die ganz, 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 ganz überwiegende Mehrheit. Nämlich ein fröhliches Fußballfest dort gefeiert hat. Und in anderen Städten genauso. Und so ist es heute genauso. So ist es heute hier in Frankfurt auch. Beeindruckend, beeindruckend, beeindruckend. Ein toller Umgang übrigens, wie ich finde, von den Spielern, mit den Fans. Es wird wirklich jeder Wunsch erfüllt, die freundlichen Anfragen der Fans. Doch vielleicht ein gemeinsames Foto zu machen. Die Glückwünsche anzunehmen. Die ausgestreckten Hände. Es ist, ja, es ist toll. Es ist ein tolles Fest, das wir heute hier gemeinsam erleben. Und dann gibt es den Linksschwenk, und zwar aus dem Blick von Martin Hinterenger. Das fand ich übrigens auch gut. Er sagt, ja, wir müssen mal bald nachladen. Die Kiste ist leer. Gut, sie sind natürlich auch zu dritt. Und er hat auch extra betont, ich bin natürlich als Trinke auch mit dabei. Also, nach meiner Rechnung, je nachdem, was sie so hinten drin geladen haben, passen da 24 Flaschen rein. Also, ja. Und er hat natürlich recht, sie sind schon anderthalb Stunden unterwegs. Auf dem Römerberg wird gesungen. Schauen Sie sich das an. Der Polizeichorps Frankfurt. Im Herzen von Europa. Wir tauchen ein und hören zu. 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 Und wir haben eine und小心 comfortiert. Wir tauchen ein und hören zu. Du sollst heute siegen, Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben. Schieß doch ein Tor, den Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Ein Land aus Frankfurt, du schaffst es wieder, Deutscher Meister zu sein. Es ist immer wieder ergreifend, vor jedem Heimspiel der Frankfurter Eintracht gespielt. Im Herzen von Europa. Ich habe Ihnen ja vorhin erzählt, dass einige mir geschrieben haben, über den direkten privaten Kanal von John Degenkolb, habe ich Ihnen erzählt, von diesem sehr erfolgreichen deutschen Radprofi. Eine Nachricht erreiche ich von einem früheren Handballweltmeister. Das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Kurt Klüspieh ist einer unserer ganz großen deutschen Handballer. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil er als 78er Weltmeister auch hier geehrt wurde. Es sind eben nicht nur die Fußball-Nationalmannschaften der Männer und Frauen und natürlich die Frankfurter Eintracht, die hier geehrt wurden, sondern eben auch andere Sportler, Eishockey-Spieler beispielsweise, auch Spieler vom FSV Frankfurt, beispielsweise als sie mal aufgestiegen sind, die zweite Liga, die wurden hier geehrt und eben auch die Olympioniken 2016, als sie zurückkamen, Medaillen dekoriert aus Rio. Und wie gesagt, zuletzt, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, für Ihre Meisterschaft in der DEL 2, die Frankfurter Löwen. Als wären wir beim Open-Air-Festival. Ja, Mensch, ich will. Ist das ein Bild? Ist das ein Bild? Der Heli ist wieder da. Die Bilder aus der Vogelperspektive. Der Blick auf die Skyline von Frankfurt, Nur diese Stadt, die so gewaltig gewachsen ist, in Richtung von 750.000 Einwohner angewachsen ist. Und der Strom jeden Morgen der Pendler ist trotz der Corona-Pandemie immer gewaltig, wenn die Menschen Massen ankommen am Frankfurter Hauptbahnhof oder sich die ganze Wucht entlädt an der Hauptwache oder der Konstablerwache. Diesen zentralen Punkten Frankfurts nähert sich die Kolonne der Sieger der vergangene Nacht. Sieger, die sie für immer bleiben werden, wenn man echte, eingefleischte, jahrelange Eintracht-Fans fragen würde. Zehn mal auf, die Jungs von 1980, dann würde das aus der Pistole geschossen kommen. Und da würden natürlich auch viele Fans sagen, ich kenne die Titeltrainer der Eintracht, alle noch. Ich habe es mir aufgeschrieben, um sicherzugehen. Oliver Klaasner war gestern Abend der siebte Meistertrainer. Da habe ich jetzt mal die süddeutschen Meistertitel vor Einführung der Bundesliga wirklich rausgenommen. Aber Paul Oswald begann als deutscher Meistertrainer, 59 Finale, wie gesagt, gegen die Offenbacher Kickers. Dietrich Weise, zwei Pokalsiege, 74, 75 bei den Spielern äußerst beliebt gewesen. Das hat mit Charlie Körbel irgendwann mal erzählt und Jürgen Grabowski natürlich auch, als er noch am Leben war. Friedl Rausch, der UEFA-Pokalsieger, da haben wir Charlie Körbel. Der sagt, das ist doch Wahnsinn. Rechts daneben Tony Yeboah. Alex Mayer vorne. Und Uwe Wein, glaube ich, sitzt rechts. Genau. Das sind Fußball-Legge. Wahnsinn. Mayer sowieso als Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Rekordspieler Charlie Körbel. Und der wird jetzt Markus Philipp wahrscheinlich sagen, ey, Junge, ich kann es nicht begreifen. Oder, Markus? Ja, ich frage ihn einfach mal direkt. Charlie, du schüttelst hier mehrfach heute mit dem Kopf, weil das, glaube ich, alle Vorstellungen übersteigt, oder? Ja, ich bin jetzt 50 Jahre dabei. Ich habe vier Pokalsiege, UEFA Cup, ja auch erlebt. Aber was hier abläuft, das sprengt alle Grenzen auch. Und man kann wirklich nicht nur der Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie gestern den Pott geholt hat. Vor allen Dingen auch den Fans. Wir haben ja einige jetzt auch getroffen, wo wir den Zivil der getroffen haben, sind schon wieder hier. Also das ist schon einzigartig, auch diese Fankultur, was wir einfach haben. Und wie die Mannschaft unterstützt wird und so. Und deswegen sind wir froh, dass wir unsere Legenden auch dabei sind, dass wir uns auch noch kennen. Und es ist schon unglaublich, wie wir auch gefeiert werden. Und das ist momentan ein Tag Frankfurt auch, dass die Außendarstellung ist überraschend. Und meine Frau hat mich eben gerade angerufen, hat gesagt, du kannst dich was drauf einstellen, was am Römerberg noch lohnt. Also die rechnet dann, dass ich um elf, zwölf erst zu Hause bin. Ich glaube, das reicht nicht. Das ist egal, weil das lohnt sich einfach auch. Weil das ist wirklich ein außergewöhnlicher Tag auch. Und ja, das wird in die Geschichte von Einbach Frankfurt eingehen. Weil wirklich sowas erzählt man einfach Sender. Und vor allen Dingen auch für die Spieler, glaube ich, ist das auch einzigartig. Und ich habe denen heute Morgen auch schon einigen Spielern gesagt, nehmt es mit. Das wird eure ganze Karriere auch begleiten, so wie das auch bei mir einfach war. Das sind Highlights, warum du Fußball auch spielst. Gab es denn auch vor dem Spiel Spieler, die zu dir gekommen sind und gefragt haben, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Das ist ja, ich will nicht von Druck reden, aber man weiß, diese Chance bekommt man vielleicht nicht so häufig. Und man muss alles in dieses Spiel reinlegen. Gab es Spieler, die zu dir gekommen sind? Es gab Spieler, klar. Und das war einfach toll. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich habe mit Tudor gesprochen vom Spiel, weil er spielt ja auf meiner Position. Und weil er einfach so eine Steigerung auch gemacht wird, wenn er so weitermacht, wird er irgendwann in der brasilianischen Nationalmannschaft spielen. Mit ihm unterhalte ich mich sehr gerne, genauso wie Hindi. Gut, er hat jetzt nicht gespielt. Aber für mich war einfach der Bestandteil, warum wir so weit gekommen sind, war Kevin Trapp vielleicht der beste Torwart momentan in Deutschland auch. Aber die ganze Mannschaft hat sich wirklich reingebissen in dieses Spiel auch. Und ich weiß auch, wer in Sevilla war bei der Hitze, wie wir uns gequält haben. Man muss wirklich allen ein Riesenkompliment machen. Seppelrode hat seine Gesundheit geopfert. Ja, oder? Das ist schon der Wahnsinn, wie das einfach abläuft. Jetzt schon legendär, oder? Ja, legendär auch. So wie Dieter Hoeneß früher bei der Turban. Und ja, und wenn man sieht, jetzt muss man schon wieder an die Zukunft denken. Super Cup, die Leute... Das wollte ich gerade fragen. Also vielleicht verbietet sich ja so der Vergleich zu 1980, zu dem letzten UEFA Cup-Sieg. Aber es könnte ja wirklich eine neue Epoche geben. Was muss jetzt auch beachtet werden in dieser Entwicklungsphase? Ja, aber er muss vor allen Dingen auch, gerade wenn der Erfolg ist, ist es ja immer gefährlich, dass man einfach über das Ziel hinausschießt. Aber wir haben wirklich, ich sage jetzt mal, mit Philipp Holzer, mit Olli Glasnacher als Trainer und vor allen Dingen auch der Markus Grosche, der macht einen super Job. Also auch, die machen sich schon Gedanken auch. Und deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen. Auch wenn wir jetzt wirklich... Wir sollten uns jetzt mal freuen, denke ich. Weil das ist ein außergewöhnlicher Tag. Der wird so schnell nicht mehr kommen, glaube ich. Naja, wer weiß, wer weiß. Bei der Eintracht ist ja auch alles möglich. Wollte ich sagen, vor vier Jahren hätten wir uns das auch nicht gedacht. Nein, mit Sicherheit vor einem Jahr hätte ich das nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Und wir sind einfach ein besonderer Verein. Und deswegen bin ich auch so lange hergeblieben, wahrscheinlich auch. Aber da hat sich das auch gelohnt. Charlie, ich lasse dich mal wieder in die Hände der Fans, denn die feiern dich ja auch. Genieß es weiter. Und ich sage deiner Frau... Alle, die können alle jetzt kommen zur Traditionsmannschaft auch nach Bad Orb. Da spielt auch der Alex Mayer, unser Fußballgott, am nächsten Mittwoch. Da spielen auch die ganzen Legenden. Ja, klar, das ist auch das, was wir auch weitermachen wollen für die Region, was zu machen. Und da wird eben halt alle Generationen zusammenspielen. Und jetzt Alex und ich. Das ist super. Schön, ja. Und ich sage deiner Frau, wenn sie uns denn sieht hier gerade, das wird ein bisschen später als 11, 12 Uhr, bin ich mir sicher. Die kennt das ja schon das ganze Leben lang. Also, feiern noch schön. Bis später dann. Alles klar. Danke. Tschüss. Was für ein fantastischer Fußballer. Es sprach die Erfahrung von 602 Bundesliga-Einsätzen. Karl-Heinz Körbel, der treue Charlie, das hört sich so verniedlichend an. Nein, das macht ihn nur groß. Und das ist das Spalier, das ihn noch erwartet. Oder wo sie sich auch gerade drin befinden. Das Einbiegen auf die Schweizer Straße. Dann geht es rüber auf die andere Seite. Hibdebach und Triptebach. So heißt das bei uns in Frankfurt, Sachsenhausen. Da befindet sich der Tross noch, der Corso. Und dann geht es rüber ins Zentrum Frankfurts, in Richtung Schauspielhaus, in Richtung Willy-Brandt-Platz. Aber bevor sie den erreichen, geht es rechts weg. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so weit. Aber schauen Sie sich das mal an, was denen da noch bevorsteht. Da müssen sie ja durch, durch diese Menschenmassen. Es ist unfassbar. Und das alles eingetaucht jetzt in dieses leichte Abendlicht. Was für ein Bild. Was für ein Triumph der Fußballer von Eintracht Frankfurt. Und was für ein Abend. Auf meinem Handy ploppt es weiter auf, weil ich das vorhin erzählte, dass Peter Fischer ja auch zu den Weihnachtsfeiern von anderen Abteilungen gekommen ist. Und da habe ich eine Zuschrift bekommen. Das stimmt. Er war bei uns Handballern. Aber um drei Uhr muss der weg zur Rugbyabteilung. Das sagt, also drei Uhr nachts, ja, wohlgemerkt. Das sagt eigentlich alles über den Präsidenten Peter Fischer, weil ich das vorhin erzählt hatte, dass er eben nicht nur der Kümmerer um den Fußball ist und das Aushängeschild der Eintracht dabei wird es bleiben. Das ist völlig klar. Damit wird die Marke Eintracht Frankfurt nach außen, national wie international transportiert. Aber es ist eben nicht nur ein Fußballpräsident. Das ist wichtig. Markus Philipp hat schon wieder das Mikrofon gezückt. Vielleicht um Philipp Holzer, der ja noch relativ frisch und neu im Amt ist, mal zu befragen. Peter Fischer hat da ja Lichtjahre voraus in Sachen Präsidentschaft bei der Frankfurter Eintracht. Aber Markus, du wirst uns Signale geben, wen du hast und wann du bereit bist für weitere Interviews. Ja, ich weiß nicht, ob man uns schon hört. Philipp Holzer, der Aufsichtsratsvorsitzende. Also, das ist eine Situation, so habe ich auch noch nie in den Schluss gegeben. Nee, ich auch nicht. Heute ist, glaube ich, alles anders. Heute ist auch alles erlaubt. Die Polizei hat, glaube ich, zwei bis drei Augen zu heute. Philipp, du bist jetzt nicht der Mann, der sonst so im Vordergrund steht. Aber ich glaube, das ist eine Situation, die genießt du jetzt auch in vollen Zügen. Du stehst hier immer wieder auf. Du klackst Fans ab, die du wahrscheinlich noch nie vorher gesehen hast. Was löst das bei dir aus? Ja, du, es ist einfach sprachlos. Und du weißt, jetzt hier mit dem Peter zu fahren und das zu sehen, das gibt es nur hier in Frankfurt. Das gibt es nur für mich Barcelona. Ich habe es damals gesagt, ein Jahrhundertspiel. Dann fahren die immer mit 30.000 Leuten hin. Und ja, heute habe ich gesagt, 42 Jahre, dann muss man einfach mal das mitnehmen. Und dass das hier so passiert, das ist natürlich unfassbar. Unfassbar. Und ich muss sagen, jetzt sind wir jetzt in der Phase, weil sie die Tränen in den Augen, wie viel Freude wir den Menschen machen. Und das ist der Sinn der Sache. Das sagt ja auch Peter Fischer immer wieder, dass das tatsächlich mehr ist als ein Sportverein, sondern ein Verein, der eine Region, ein Gesicht gibt. Was wird sich denn an diesem Gesicht jetzt verändern durch diesen Erfolg? Ach, ich sage immer, der Fußball und die Eintracht ist einer der wenigen Klebstoffe, die uns zusammenhalten. Und das siehst du ja hier. Alle sind da. Alt, jung, armreich, scheißegal, alle sind da. Und ich hoffe, dass wir durch Corona, haben wir gedacht, haben wir das verloren. Aber ich glaube, jetzt haben wir es wiedergefunden. Und dass wir als Menschen zusammenstehen und gemeinsam was erreichen können. Ich glaube, das haben wir gezeigt, als Kleiner die Großen zu schlagen, weil wir alle zusammengehalten haben. Das hat es heute gezeigt. Du hast ja, um nochmal ein kleines bisschen rational zu werden, schon gesagt, ein Halbfinale in der Europa League ist für uns vielleicht sogar mehrwert, als wenn wir mal eine Saison in der Champions League, in der Gruppenphase rumspielen. Jetzt ist es aber so. Was machst du jetzt damit? Da freue ich mich erst mal heute drüber. Und morgen fangen wir drüber an zu nachzudenken. Wir gehen mal damit um. Aber es ist natürlich großartig. Aber ich wollte natürlich nicht, dass wir diese harte Arbeit, wenn es schiefgegangen wäre, und du hast ja gesehen, wie knapp Fußball ist, wenn der Kevin sein Bein nicht hochreißt in der 119. ist das Ding weg. Und dann wollte ich nicht, dass diese großartige Reise plötzlich ins Negative kippt. Und dass es dann so endet, ist großartig. Aber jetzt schau mal weiter. Aber wir wollen immer langsam wachsen. Wir wollen Schritt für Schritt machen. Und wir wollen die Menschen immer mitnehmen. Schritt für Schritt ist ein ganz gutes Stichwort. Es geht hier nur noch schrittweise vorwärts. Hast du irgendeine Idee, irgendeine Vorstellung, was da jetzt noch passiert auf dem nächsten? Ich glaube, so viele Kilometer sind es gar nicht mehr. Aber es dauert auf jeden Fall noch. Also ich war ja auch 2018 schon dabei. Aber da hast du ja schon gesagt, war es schon ganz anders. Es ist noch intensiver jetzt. Ich muss auch sagen, der Titel ist wahrscheinlich höher einzuwerten als 2018. Ja, da glaube ich, können wir uns Einigkeit drauf geben, oder? Absolut. Ich habe also aus der ganzen Welt Nachrichten gekommen. Unglaublich. Aus Kolumbien, aus Argentinien haben mir die Leute geschrieben. Ich weiß nicht, wir sollten um sieben im Römer sein. Das ist chancenlos. Der OB wartet wahrscheinlich schon Stunden, aber das ist sein Problem. Wir wollen hier mit den Menschen feiern und alles andere ist scheißegal. Dann machen wir einfach mal weiter. Und ja, wir sind gespannt, wann wir es dann wirklich auf den Römer schaffen. Ich wollte schon Regenbogen sagen, weil der da hinten zu sehen ist. Also irgendwie passt heute alles. Hier ist noch ein schöner Regenbogen hinter uns. Ja, also diese Fanshaar, es ist unglaublich. Also vielen Dank für euren super Job. Vielen Dank den Kameramännern, die hier Unglaubliches leisten. Ich weiß, wie schwer das ist. Danke euch und danke dir, dass du dich hier in die Menge stürzt. Das machen wir gerne. Todesmutig. Ein Stück weit schon, ja, das stimmt. Aber bisher ist alles sehr, sehr friedlich. Das wollte man an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Ich muss auch noch mal sagen, die Rangers-Fans in Sevilla, unglaublich. So faire, anständige Verlierer, toll. Toll, wirklich toll, muss ich sagen. Das war ein Fest des Fußballs, auch eines freundschaftlichen Fußballs. Das hat mich sehr berührt. Das sind schöne Worte. Und ja, damit Flo, wieder zurück zu dir. Ich glaube, am Römer exkludiert so sein. Der hat harte Arbeit gemacht. Ja, das stimmt. Also, mit diesen Eindrücken erst mal wieder zu euch. Das war eines der kuriosesten. Aber Markus und Philipp Holzer, auch eines der besten Interviews, das ich bei einer solchen Gelegenheit gehört habe. Philipp Holzer, der Aufsichtsratsvorsitzende der Frankfurter Eintracht, ein Mann, der sehr stark für Zivilcourage, für Meinungsfreiheit steht, Werte, die er von seinem Vater vermittelt bekommen hat. Er selbst war Investmentbanker, aber sein Vater war sehr, sehr lange, fast zwei Jahrzehnte Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Werner Holzer. Er hat seinem Sohn genau diese Werte nämlich mit auf den Weg gegeben. Und auch deshalb ist Philipp Holzer eine sehr gute Wahl gewesen als Aufsichtsratsvorsitzender von Eintracht Frankfurt, ohne dass ich da zu tiefe Einblicke hätte vorne in den Aufsichtsrat. Aber wenn man sich die Vita anschaut von dem, was er alles erlebt hat, sowohl auf der betriebswirtschaftlichen oder der Investmentbanker-Seite und natürlich auch der Verbundenheit zu Frankfurt, und sie haben ihn eben erlebt, dann ist das durchaus eine Wahl, die sehr gut getroffen wurde. Und der fühlt sich wohl neben einem Mann, rechts neben ihm Peter Fischer, der genauso für Meinungsfreiheit und für Meinungsvielfalt steht, so wie er, Philipp Holzer. Wir sind tiefdreht in Sachsenhausen. Die nächsten Flaschen werden geöffnet. Ja, das geht. Fachleute schaffen das, Flasche an Flasche zu öffnen. Und das ist der Begleit-Trost der Frankfurter Eintracht, die auch zum inneren Zirkel dazugehören, nämlich oben offen, Doppeldecker, der sonst genutzt wird für Stadtrundfahrten. Und jetzt sind wir gleich, wenn man rechts abbiegen würde, dann wäre man am Museumsufer. Das ist eine aus kultureller Sicht der zentralen Adressen, die man nicht verpassen darf, wenn man Frankfurt besucht. Da reiht sich ein Museum von Weltniveau neben dem anderen. Und schauen Sie auf den Rand des Mains, wie Frankfurt sich entwickelt hat. Das meine ich. Wenn sich das einfach immer so fortsetzt, oh, Frankfurt, das ist nicht so schön, nö, ist nicht so, ist falsch, ist anders. Und diese Bilder sind, da wiederhole ich mich, das macht nichts, einfach nur beeindruckend. Und auf dem Römerberg singen die Glücklichen, wir haben die Eintracht mit dem Jürgen gesehen, mit dem unvergessenen Jürgen Krabowski. Das heißt, wie schnell, das ist die SG. Wir holen den DSP-Punkt an, wir werden Deutscher Meister. Weiß da! Das heißt, wie schnell, das ist die SG. Wir holen den DSP-Punkt an, wir werden Deutscher Meister. Weiß da! Zu Fuß werden sehen, ja, mit schnellem Schritt. Acht, sieben, acht Minuten hier. Aber das Spalier, die Wucht der Fans, die zwischen der Mainbrücke und dem Römerberg warten, ist halt dann doch ein bisschen eng. Sie sehen es, es geht noch nicht mal im Schritttempo vorwärts. Und auch die Leute mit kleinen Bootchen sind kreativ und haben genau gewusst, wo ist die Strecke, wo muss ich hin. Auf der nördlichen Main-Seite, das ist die Laufstrecke. Immer beim Ironman der European Championships hier in Frankfurt. Es ist eben nicht nur Fußball, sondern so auch am 26. Juni einmal mehr diese gigantische Veranstaltung hier im Herzen Frankfurt und auch außenrum, so wie am 1. Mai das traditionsreiche Radrennen. Eschborn-Frankfurt, die Paulskirche sehen Sie hier in die Mitte. Und natürlich immer am letzten Sonntag im Oktober der Frankfurt-Marathon. Und Frankfurt ist eben auch eine Sportstadt und das liegt nicht nur an der Eintracht. Und das ist der Römerberg mit dem Gerechtigkeitsbrunnen. Und hier oben, das ist der Paulsplatz, Tagungsort der Deutschen Versammlung. Unten die Schirn jetzt aus dem Bild gehend. Das sind die historischen Gebäude und nur der Mittelteil dieses zentralen Gebäudes ist tatsächlich das Haus zum Römer. Aber es wird gerne diese besondere Anordnung des Riebeldaches als der komplette Römer bezeichnet. Aber eigentlich ist es, wenn man es ganz korrekt sieht, nur das mittlere Gebäude, das Haus zum Römer und im Vordergrund der Kaiserdome. Hier wurde gekrümmt. Sebastian Ried hat einen neuen Interviewpartner. Und wenn ich es richtig auf dem Ohr gehört habe, ist das Stefan Ilzacker. Ja, genau, ich bin hier bei Stefan Ilzacker. Ich musste mal schnell aufs Auto hüpfen, weil hier geht sonst gar nichts mehr. Stefan, der Hinti hat gesagt, das Bier ist leer. Gab es Nachschub? Viel haben wir nimmer. Wir haben viel an die Jungs und Mädels von der Eintracht vergeben. Unglaubliche Fans. Unglaublich, was hier abgeht. Und dementsprechend müssen wir die natürlich auch mit Köstlichkeiten versorgen. Guck mal, Ilze, da ist die Kamera, da ist sie mit einem Raum. Demo uns versorgen. Super. Was ist denn das hier für ein Gefühl? Das ist doch völlig abnormal, oder? Das ist krank. Das ist krank. Ich habe es mir nicht mehr vorstellen können, dass so etwas möglich ist. Das ist einfach nur magisch. Hast du irgendeine Idee, was in dieser Stadt heute noch los ist? Hey, ich würde vom Flughafen an nur positiv überrascht. Und ich hoffe, es geht so weiter. Und ich hoffe, dass wir ein Unvergessliches haben. Was glaubst du, wie viele Tage braucht ihr zum Regenerieren? Ich habe schon gesagt, ein Freund von mir heiratet morgen. Ihr werdet wahrscheinlich leicht angeschlägen zur Hochzeit kommen. So soll es sein. Vielen Dank, Stefan Ilze. Es wird immer enger, es wird immer dichter. Der Corso der Eintracht arbeitet sich rüber auf die nördliche Seite des Mainz. Der irgendwie auch das Zentrum Frankfurts ist. Ich habe vorhin noch die Aufzählung der Erfolgstrainer der Frankfurter Eintracht nicht ganz zu Ende bringen können, weil dann das Interview anstand mit Charlie Köppel, der ja diese großen Erfolge mitgemacht hat mit Dietrich Weise, zweimal 74 und 75 mit Friedl Rausch, 80. Dann, und da ist die Reihenfolge dann unterbrochen worden mit Luther Buchmann, der 81 den DFB-Pokal holte. Damals im Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Kali Feldkamp 88 gegen Bochum, ausgetragen ja dann schon im Olympiastadion in Berlin. Und dann dauerte es ja so lang, bis Niko Kovac mit der Eintracht den DFB-Pokal 2018 holte in diesem legendären Finale gegen den FC Bayern München. Und jetzt also der siebte Titeltrainer bei der Eintracht, Oliver Klaasner. Dietrich Weise war zweimal erfolgreich. Und dann überschlägt man alles und kommt insgesamt auf acht große Titel der Frankfurter Eintracht. Solche Rufe wie Hinti Hinti, die haben Tradition und die Älteren werden mir beipflichten. Ich habe vorhin gesagt, also so richtig hart eingeschworene Eintracht-Fans so aus den 70er-Jahren, die sagen, ja, 80er, die UEFA-Pokal, die erzählt nicht dem Schlaf. Und ebenso in diesen 70er-Anfang noch, 80er-Jahre, da waren so Leute wie Willi Neuberger. Da ist das Stadion aufgestanden, wenn der den Ball auf der rechten Seite hatte und nach vorne ging. Und dann brüllten alle Willi Willi, so wie bei Hinti Hinti. Ja, sowas gab es auch in der Vergangenheit. Aber solche Bilder wie die, die, das wird Charlie Körbel bestätigen können, das gab es dann halt 1980 in der Form nicht. Gut, sie haben den Titel auch ohnehin zu Hause geholt im Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach. 59, das muss man sagen, aber das ist dann auch vor meiner Zeit. Und zwar deutlich, muss es auch Wahnsinn gewesen sein. Die Bilder haben wir Ihnen schon mal gezeigt und immer wieder mal zu sehen gewesen. Vom Empfang der 59er-Meister, als sie zurückkamen vom Finale. Es wurde ja damals vor Einführung der Bundesliga noch ein echtes Finale ausgespielt, damals in Berlin, gegen den Lokalrivalen Kickers Offenbach, der am Samstag übrigens die Chance hat, Hessen-Pokalsieger zu werden im Endspiel gegen den TSV Steinbach-Heiger. Das wird live übertragen ab 12.15 Uhr in der ARD am Tag der Amateure und auch im Livestream bei uns auf hessenschau.de, wenn man sich das Spiel komplett anschauen will. Anstoß in Gießen um 12.15 Uhr. Und die Offenbacher Kickers, auch wenn die Eintracht-Fans jetzt sagen, jetzt erzählt der über die Kickers an so einem Tag. Die Kickers haben auch mal Europa-Pokal gespielt. Und zwar damals, nachdem sie 70 den DFB-Pokal holten in Hannover, waren sie natürlich teilnahmeberechtigt und waren auch dabei. Sie flogen leider früh raus im Europapokal der Pokalsieger. Also nicht nur die Eintracht hat es international geschafft, teilzunehmen. Das ist ein paar Aussetzer bei der Datenübertragung. Ich bin jetzt nicht der ganz große Mann von der IT, aber so viel Verständnis habe ich schon. Es sind natürlich Massen von Funkwellen, die da auch einstrahlen. Jeder schickt das nächste Handy raus in die Welt, auf sein Insta-Profil und wo auch immer hin und beglückt seine Freunde und Freundinnen. Da kann man sich vorstellen, was da so an Datenverkehr da unterwegs ist, neben den Menschen, die ohnehin hier auf der Straße stehen. Es ist nicht mehr ganz so weit. Aber man kann sich ungefähr vorstellen, desto näher wir dem Römerberg und dem Paulsplatz rücken, desto enger wird das da noch, weil viele dann auch nicht mehr auf den Platz kamen und dann sagen, okay, dann probiere ich mein Glück so kurz bevor die Mannschaft da ist. Aber es ist weiträumig abgesperrt. Also die letzten Meter werden dann eher schnell fortgesetzt werden. Die letzten Meter im Autokorso der Eintracht. Und auch der benachbarte Paulsplatz, dort wo dann die Barrieren stehen, der Ordnungskräfte ist immer noch voll besetzt. Aber die haben auch eine gute Chance, ja, weil ich glaube, acht Großbildleinwände im Umfeld des Römerbergs aufgestellt wurden, damit alle doch auch teilhaben können an dieser Veranstaltung, auch wenn sie nicht direkt dann den Balkon des Römers im Blick haben werden, so wie die, die hier stehen. Dieser Menschenanlauf an dieser Stelle ist für Frankfurter Verhältnisse, wirklich totaler Ausnahmezustand, denn wir nähern uns ja hier dem Bereich am Willy-Brandt-Platz, dort, wo auch das Bankenviertel beginnt, wo sehr viele Versicherer ihre Heimstätte haben und vor allem ihre Arbeitsplätze haben, das ist abends doch eher leer. Klar, viele kommen runter zum Mainufer, um sich zu entspannen, die Beine auszustrecken, zu laufen, Rad zu fahren oder sich einfach ins Gras zu legen. Aber es ist jetzt nicht ein ausgesprochener Wohnstadtteil von Frankfurt. Hier wird vor allem gearbeitet und deshalb ist das so total außergewöhnlich, dass sich solche Massen hier aufhalten. Im Hintergrund sehen Sie das Schauspiel Frankfurt, eine traditionsreiche Bühne. Das sind die Mobil, da tobt die Fennsäle sofort mit, die machen die Fans richtig mit heiß. Ja, das ist die totale Euphorie, das ist die totale Begeisterung. Aber jetzt mal im Ernst, ist das beängstigend? Nö, das ist der Hammer. Das ist einfach Wahnsinn. Mir fällt dazu nichts anderes momentan mal ein. Und ich lasse es einfach auch mal so stehen. Das sind ungesehene Bilder, das toppt 2018 noch einmal, als die Eintritt als DFB-Pokalsieger zurückkehrte aus Berlin. Und es wird jeder abgeklatscht und jeder bekommt auf die Schulter gekloppt, egal ob er Präsident ist oder Wechselspieler oder einer der Elfmeterschützen. Der Eintracht gestern im Finale, Christopher Lenz, Aydin Rustic, Dejci Kamada, Philipp Kostic oder eben der Mann, der den letzten versenkte, Raphael Bauré. Und natürlich der Mann, der den einen parierte, nämlich Kerwinter. Plus den Megawichtigen in der 117. und 118. Minute um den Dreh rum. Das war eine Megaparade von Kerwinter. Ja, das verstehe ich, dass man da mal das Handy zückt und sie sagt, das muss ich aufheben. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch nicht, was hier los ist. Ja, wir sind live. Aber natürlich, was die Fans immer begreifen müssen, sie sind die Zuschauer. Sie sind die Jubeln und Beklatschen, aber sie sind auch nicht das Zentrum des Jubels. Sie sind die Kulisse. Und das läuft heute gut ab. Ja, es sind noch so 100, 150 Meter. Dann muss man rechts abbiegen Richtung Brauberstraße. Und dann kommen sie demnächst in einen Bereich, in dem dann keine Fans mehr stehen. Und dann geht es relativ flott bis zum Römerberg. Das sind Bilder für die Geschichtsbücher. Das sind Bilder für die Geschichtsbücher. Das werden unsere Nachfolger in hoffentlich nicht 42 Jahren, vielleicht auch mal früher, dann auch wieder rausholen aus den Archiven und sagen, sag mal, was war da eigentlich los? Und wenn sich die ganze Aufregung dann irgendwann mal gelegt, was war da, was war da, wenn man dann doch mal Zahlen auf Papier stehen, und wenn man dann mal durchrechnet und sich Gedanken macht in der Merchandising-Abteilung, oh, wenn nur die Hälfte derer, die da waren, sich vielleicht ein Trikot kaufen oder ein T-Shirt oder so. Also, nur mal so weitergedacht. Es ist halt ein enormes Potenzial, das dort schlummert. Oder auch schon entdeckt wurde zum Teil. Also, viel Spaß! Wolfgang, wirklich! Philipp Holzer hatte in dem Interview vorhin mit Markus Philipp Wir haben dieses Lob an unsere Kameraleute geäußert. Das möchte ich sehr gerne an alle Beteiligten noch mal weitergeben. Sich dort auf einem Motorrad mit den Füßen nach vorne weiter bewegend, das so zu steuern, sie ihnen diese Bilder zu liefern, durch diese Menschenmassen sich zu bewegen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb ist es sehr gerne erwähnt von dieser Seite an das ganze Team. Aber die, die hier drin sind, mittendrin, im ganz Besonderen, das ist ein sensationeller Job, den ihr da draußen macht. Ja, sie haben da eben am Mainufer so ein paar kleine Stimmungsnester noch gesehen. Da stehen dann überall auch Leinwände mit unterschiedlicher Größe. Am Paulsplatz sehen Sie das wunderbar. Die Hinteransicht dieser großen, ausgefahrenen Video-Wall. Also, hier wären sicherlich noch gerne mehr Leute auf den Römerberg gekommen. Aber es gibt klare Regularien der Ordnungsbehörden zu sagen, das ist das Maximum, das lassen wir zu. Danach sperren wir ab und wir haben andere Möglichkeiten, damit die Menschen sich beteiligen können an diesem großen Empfang. Unter anderem, wie gesehen, in Sachsenhausen als Spalier. Was für ein herrliches, farbenfrohes Fest, nachdem der Regen vorbei ist, die Sonne wieder ein bisschen rausgekommen ist, jetzt um 21 Uhr, an dem eigentlich diesen Zeitpunkt unsere Übertragung beendet sein sollte, weil laut Protokoll alles durch gewesen wäre. Nein, wir machen natürlich weiter. Das ist ja gar keine Frage, also gab es auch gar keine Diskussion. Nur, um da Fragen vorzugreifen. Wie hieß es früher immer so schön? Alle weiteren Sendungen verschieben sich auf eher unbestimmte Zeit. Bis die Party zu Ende ist, bis Sie oben standen und die Einträge dann ins Goldene Buch beginnen. Natürlich bleiben wir für Sie dran. Ich fische und das Programs, die sind unbestimmte Zeit. Ich fische und das ist ja gar nicht so schön. Ich fische und das ist ja gar nicht so schön. ئj! Ich fische und die Kirche sind ein ganzes, diese sind... ...und wir im Bestimmtes Zeit. Ja, die Menschen bewegen sich mit dem Strom des Autokorso. Es ist nicht mehr weit. Und das ist noch der Weg in Richtung Willy-Brandt-Platz. Da ist Peter Fischer schon vorbei. Der ist schon rechts abgebogen, gemeinsam mit Philipp Holzer. Die sehen schon den Kaiserdom im Hintergrund. Der Dom, der ja kein Bischofssitz ist, aber halt als Krönungsort besondere Bewandtnis und Bedeutung hat für diese Stadt Frankfurt. Für Sie gerne noch der Hinweis auf den morgigen Abend. Wenn Sie sich vielleicht fragen, wie war eigentlich diese Saison? Wie kam das? Was steckt dahinter? Morgen um 20.15 Uhr die Traumreise durch Europa. Eintracht Frankfurts, die Traumreise durch Europa. Oder man kann es auch Naden nennen, denn die Protagonisten haben sich so geäußert. Unser Weg nach Sevilla. Mit sehr bemerkenswerten Aussagen, auch von Oliver Klaasner in Bezug auf den Teamgeist. Von Ansgar Knauf, der neu in diese Mannschaft kam. Und natürlich vom Herz dieser Mannschaft, dem Kapitän Sebastian Rohde. Auch von Axel Hellmann, der die Bedeutung dieses Erfolges und des Finaleinzuges, auch aus Sicht des Vereins oder der Fußball AG noch mal ins besondere Licht stellt. Und natürlich die gesamten Emotionen gestern, heute Nacht. Und selbstverständlich zum Abschluss dann auch der heutige Empfang dann auch noch mal einen Niederschlag finden wird. 20.15 Uhr morgen im AR-Fernsehen und selbstverständlich dann auch in der ARD-Mediathek. Aber wir haben so viele Dinge Ihnen schon paratgestellt auf hessenschau.de. Die Radiowellen waren präsent. Live die Spiele bei hr-info von Philipp Hofmeister und Tim Brockmeier kommentiert. Hochemotional, es hat uns alle auch mitgerissen. Das darf man auch mal sagen. Und Sport ist eben auch Unterhaltung. Und wenn man dann sagt, ja, das ist aber alles zu dicht dran. Wir reden über Fußball, wir reden über Sport, wir reden über Unterhaltung. Das reißt auch mal mit. Das ist okay. Total in Ordnung. Die Fans spüren, die Mannschaft hat es nicht mehr weit. Sie werden auf dem Laufenden gehalten. Und klar, sie wollen dann auch ihre Jungs oben sehen. Den Trainer, die Co-Trainer, alle, die mitgewirkt haben, werden diesen Blick nach unten genießen, sich feiern lassen, es soll vorher zwei kurze Reden geben. So haben wir es vom Protokoll erfahren. Wir lassen uns mal überraschen, ob das so zu halten ist oder ob die Mannschaft einfach durchmarschiert. Mal sehen, wie das abläuft. Man ist dann manchmal auch so ein bisschen Freestyle. Man möchte am liebsten mittanzen. Mal sehen, wie das abläuft. Mal sehen, wie das abläuft. Es wird durchgegeben hier. Keine Viertelstunde mehr. Ja, das ist gut gerechnet. Es wird sofort bejubelt und es wird weiter getanzt. Ein so tolles Fußballfest hier heute auf dem Römerberg in Frankfurt zu Ehren der Mannschaft, die gestern Fußballgeschichte geschrieben hat durch den Erfolg in der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow 6-5 im Gesamtergebnis nach Elfmeterschießen in Sevilla vor 40.000 Fans. Aber hier in Frankfurt sind viel, viel, viel mehr zu diesem Empfang gekommen. Es ist grandios. Ja, das sind die besten Plätze. Oh, meine Nikolai-Kirche mit dem Blick runter. Dort, wo auch der Weihnachtsmarkt immer gerne eröffnet wird von oben. Ja, man kann mit Fug und Recht behaupten, Nürnberg ist schon außergewöhnlich in Sachen Weihnachtsmarkt. Aber der Frankfurter ist auch hübsch. Sehr, sehr hübsch und sehr, sehr schön. Und bitte demnächst alles so wie früher, wenn wir hoffentlich all das in Sachen Pandemie, Virus, Covid-19 hinter uns gelassen haben. Hoffen, hoffen, hoffen. Hoffen, hoffen, hoffen. Stimmung steigt unaufhörlich. Sie war eh schon immer gut, aber jetzt ist sie erwartungsfroh, weil jeder spürt, die Mannschaft wird bald da sein, weil sie informiert darüber werden, weil sie natürlich auch auf den Großbild-Linewänden sehen, wo die Mannschaft sich aufhält. Und dass es nicht mehr weit ist, bis zum, ja, Hintereingang des Römer, des Römers, dann geht's hoch. Eine lange Treppenstufe, der lange Weg dann durch den Kaisersaal. Es wird zwei kurze Reden geben. Mein Redakteur Daniel Weiß hat mir das gerade nochmal bestätigt. Peter Feldmann, der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurter Main, wird eine kurze halten. Und auch der Vorstandssprecher von Heiter Frankfurt, Axel Hellmann, dann sich mutmaßlich bedanken für die Einladung. Peter Feldmann, der sich ja eigentlich zurückhalten wollte mit öffentlichen Auftritten, aber er hat auch die Ehrung der Frankfurter Löwen hier vorgenommen auf dem Balkon. Es gibt ja den Verdacht der Vorteilsnahme. Der spielt heute Abend bei der solchen Veranstaltung natürlich eine untergeordnete Rolle. Aber ich möchte das durchaus der Vollständigkeit halber erwähnt haben, dass Peter Feldmann hier heute auch in offizieller Funktion auch dort braucht, weil er alle Vorwürfe abstreitet und von sich weist. Die Türen, das sehe ich von hier zum Kaisersaal vom Balkon, sind schon geöffnet. Das werden wir gleich jetzt nach diesem Schwenk wahrscheinlich sehen. Genau, da ist es. Die Türen sind schon geöffnet und das ist auch immer ein schönes Signal für die Fans unten. Allzu lang wird es wohl nicht mehr dauern. Letztes, nee, 2019 haben wir anlässlich des 75. Geburtstags von Jürgen Gabowski mit ihm dort oben gedreht. Er alleine mit dem Regenschirm hat er diesen Blick nochmal nach unten genossen und gesagt, wenn du dort oben stehst und gefeiert wirst als Weltmeister, als Pokalsieger, UEFA-Pokalsieger, das ist schon schön. Das hat mir mächtig beeindruckt. Das ist eine Schlichtheit des Wortes. Das ist schon schön. Andere würden sagen, mega grandios Erdgesack, das ist schon schön. Ein toller Mensch. Und es ist toll, dass sein Name so einen Widerhalt findet in der Namensgebung der Gegentribüne, in der Arena. Und dass die Fans so ein feines Gespür dafür hatten, dieses Spiel gegen West Ham ihrem Besten aller Zeiten zu widmen. So, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Sie sind in diesem abgesperrten Bereich. Die ersten Wagen sind dort angekommen, aber die Kolonne ist natürlich noch länger. Sie werden gleich große Augen machen. Nicht, wenn sie dort jetzt reingehen. Martin Hintegger ist schon da. Wenn sie dort reingehen, die Stufen hochgehen. In den Kaisersaal kommen. Vielleicht versammelt sich die Mannschaft da noch erstmal kompakt, damit sich alle nacheinander eintrudeln. Sondern, dass man wirklich als Team, und so wollte man sich ja im gesamten Wettbewerb zeigen und präsentieren, als Team dann gemeinsam auftritt und sich beklatschen lässt. Von den Ehrengästen, die dort im Inneren des Römers und im Kaisersaal sind. Und da natürlich auch gemeinsam strömen dann auf den Balkon. Ragnar Achen, Eamon Barkok, Raphael Bore, Timothy Chandler, Danny Da Costa, Evan Dicca, Eric Durm, Makoto Hasebe, Jens Petterhoge, Martin Hintegger, Aydin Rustic, Stefan Ilsaker, Christian Jakic, Deitsch Kamada, Ansgar Knauf, Philipp Kostic, Sam Lammers, Christopher Lenz, Jesper Lindström, Gonzalo Paciencia, Sebastian Rode, Jibril Sow, Almami Touré, Kevin Trapp und Tuta. Das sind alphabetisch die Spieler, die in dieser Saison eingesetzt wurden. Und ich finde, jeder Einzelne hat eine Nennung verdient. Dazu die Trainer, Oliver Glasner, Michael Angerschmidt und Ronald Brunmaier plus weitere Assistenten. Ich habe das vorhin erwähnt, wie vielschichtig mittlerweile die Betreuung einer solchen Mannschaft ist, auch personell. Ich bekomme noch eine Mail. Wo sitzt du eigentlich? Sitzt du mittendrin? Schauen Sie mal, da unten dieses rote kleine Häuschen, da rechts gleicher Bild dran. Ja, das ist Wahnsinn, wenn man da mittendrin sitzt in dieser kochenden, brodelnden Menge. Nicht, dass ich Ihnen jetzt unbedingt meinen Arbeitsplatz zeigen will, aber weil die Frage kam. Ja, es ist wichtig, das zu spüren. Was passiert mir? Ich winke Ihnen mal kurz zu. Zu spüren, was passiert denn da draußen eigentlich? Was ist los mit der Menge? Wie sind die drauf? Und deshalb ist es wichtig, drin zu sitzen, dieses mitzuspüren, so wie in großen Arenen, in großen Hallen, in Stadien. Es ist wichtig, aufzusaugen, was die Menschen erwarten, was sie sich erhoffen und in welcher Stimmungslage sie sind. Und das spüren Sie ja auch zu Hause an Ihren Bildschirmen. Total ausgelassen, total fröhlich. Das liegt auch an der Musikgestaltung hier. Es ist Tanzmusik, es ist locker. Es ist einfach grandios. Es ist top. Es ist die Vorfreude. Es kommt Unruhe rein. Und zwar so eine gespannte, freudige Unruhe. Wann kommen die raus? Wann können wir sie feiern? Und was wird dann passieren? Das ist natürlich auch spannend. Wer hält die Reden? Wer übernimmt das Mikro? Das wird auch vor allem die neuen, die jüngeren Spieler erstmal erschlagen, erdrücken. Die werden die anderen nach vorne schieben, so nach dem Motto, mach du erstmal. Wer traut sich ans Mikro? Das war 2018. Und dann wurde es so unglaublich unterhaltsam. Und am Ende hat Niko Kovac gesungen und Moppes Petz als Torwarttrainer hat auch noch was zum Besten gegeben. Das war schon grandios. Das war schon sensationell. Also auf Timmy Chandler setze ich schon mal sicher. Sebastian Rohde muss als Kapitän, obwohl er auch ein durchaus bescheidener Mann ist, der die erste Linie sicherlich nicht sucht. Aber da gibt es kein Entrinnen. Kevin Trapp, klar, da können wir auch sicher sein. Hier die Kollegen von anderen TV-Sendern, die mit dabei sind. Martin Hinteräger, hoffentlich alles gut mit ihm. Wird ein bisschen begleitet, aber in die andere Richtung. Ja, schwer. Da will ich jetzt gar nicht in den Körper reinschauen. Die Fans haben ein feines Gespür, haben gleich gemerkt, wer da weggegangen ist und rufen Hinteräger, Hinteräger, hey. Was für ein Licht, was für eine Abendstimmung. Eigentlich sollte die Party längst vorüber sein, aber es war klar. Als wir schon hörten, avisierte Ankunftszeit 17.45 Uhr, 18 Uhr und die Erfahrung von 2018 vom Autokorso mit eingerechnet haben, haben wir gesagt, wie, 21 Uhr vorbei? Das ist aber ambitioniert. Fliegen die die zum Römerberg oder wie soll das gehen? Nee, das konnte nicht funktionieren, aber ist ja auch egal. Eine Stadt in schwarz und weiß. Eine Stadt in schwarz und weiß. Das wird ein Run auf die Tickets nächste Saison. Oh. Der Eingang von außen zum Kaisersaal, das unbestrittene Schmuckstück des Römer, der Festsaal für alle wichtigen Empfänge in Frankfurt. Ordensverleihungen gesellschaftlicher Anlässe und jetzt auch Reden. Hier fanden eben seit 16.12 die Krönungsbankkette im Heiligen Römischen Reich statt, nach der Kaiserwahl dort im Kaisersaal. Ja, jetzt kommt es rüber. Sehr gut. Ihr wisst, ihr habt gerade die Bilder gesehen, dass die Mannschaft angekommen ist und die können uns schon hören. Und ich will, dass jeder von euch den Schall hochhält und wir noch einmal gemeinsam im Herzen von Europa singen. Auf geht's. Da muss man normalerweise gar nicht mehr die Musik anstimmen. Das singen alle auswendig im Chor. Und wenn sie gewinnt im Ballstadion, dann ist die Stimmung groß. Das singen alle auswendig im Kaisersaal, der Kaisersaal, der Kaisersaal, der Kaisersaal, der Kaisersaal. Und du schaffst es wieder, Deutscher Meister zu zahlen. Das singt zu dir. Und du schaffst es wieder. Da ist er. Der Pokal hereingeführt vom Kapitän. Von Oliver Glasner begleitet Sebastian, für viele der Seppel, Rode. Der Anteil des Oberbürgermeisters Peter Feldmann war jetzt nicht ganz so groß, dass er ihn gleich übernehmen müsste. Sag ich jetzt mal so, Sebastian Rode wundert sich. Ich finde es nachvollziehbar. Ja, eine Rede kann man auch ohne Pokal halten. Aber gut, gut, jeder macht das so, wie er denkt. Der ist ja der Außenherr. Ja, na gut. Eines ist klar, der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Peter Feldmann, ist ein eingefleischter Eintracht-Fan. Also den Schal trägt er nicht zur Deko, den hat er tatsächlich im Kleiderschrank. Jetzt sind sie gleich drin. Jetzt gehen sie rein in den Kaisersaal. Jetzt sind sie da. Die Fans bejubeln sie, denn sie sehen das hier alles mit. Im Hintergrund und an den Seiten die Bilder in Öl der 52 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, die hier gegrünt wurden. Die ganze Delegation ist dabei. Spieler vorne weg. Vorstand, Aufsichtsrat hinten dran. Kevin Trapp. Hat er noch Proviant im Rucksack? So, jetzt gibt es die erste Rede. Wir hören zu beim Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, bei Peter Feldmann. Und danach sicherlich die Dankesworte und vielleicht auch einige zum unfassbaren Empfang der Fans hier in Frankfurt. Dann von Axel Hellmann. Sportdezernent der Stadt Frankfurt ist auch da, Mike Josef. Eins, eins, jetzt geht es. Wunderbar. So, liebe Freunde, so sieht er aus, der Pokal. Er ist da. Ihr habt ihn mitgebracht. Kompliment, willkommen in Frankfurt. Eure Heimatstadt, unsere Heimatstadt. Und jetzt die Heimatstadt dieses wunderbaren Pokals. Danke für eure wunderbare Leistung, liebe Freunde. Das ist toll. Wer jetzt eine tolle Rede erwartet von mir, der muss sich enttäuschen. Die Stimme ist immer noch heiser von gestern. Aber was für eine Nacht. Was ein Triumph. Und was für eine Mannschaft, liebe Freunde. Ein Riesenapplaus für unsere Eintracht. Lass dich doch mal richtig hochleben. Gestern für uns auf dem Platz Raphael Borel. Deljic Kamada. Jesper Lindström. Philipp Kostic. Ansgar Knauf. Tchibril Soh. Sebastian Rode. Ivan Nikdita. Tuta. Almami Touré. Kevin Trapp. Makoto Hasabi. Makoto Hasabi. Jens Hauge. Christian Jakic. Kristoffer Lenz. Und Aydin Rusz. Russisch. Gott, die Stimme ist weg. Ich darf begrüßen. Ich darf begrüßen mit Ihnen, meine Damen und Herren, für die Eintracht, für den Vorstand Axel Hellmann. Als Sportvorstand Oliver Frankenbach. Und natürlich Markus Krösche. Begrüßen Sie mit mir den Präsidenten Peter Fischer. Den Cheftrainer Oliver Klasner. Und natürlich die Ministerpräsidenten, Präsidenten Kufti. Herr Beutz. Die Stadträte Mike Josef, die Bürgermeisterin Nages Eskadari Grünberg. Liebe Freunde, liebe Mannschaften, ihr habt euch gestern für diese Stadt unsterblich gemacht. Wir alle habt unsere Stadt, die Legion, ihr habt es draußen gesehen, einen Rauschzustand versetzt. Und natürlich auch alle, die ich bis jetzt nicht genannt habe, vom Trainerstab bis den Spielern auf dem Bank. Vielen, vielen Dank an die tausend von Helfern, an die, die hier mitgeholfen haben, im Hintergrund. Die Masseure, die Ihnen euch aufgelichtet haben, gepäppelt haben. Ein Riesenapplaus für alle, die im Hintergrund gestanden haben. Der muss mindestens so laut sein. Liebe Freunde, von diesem Sieg werden wir noch die Fans in den Ego-Kinder erzielen. Wir haben das nicht nur gut gemacht, sondern, Freunde, auch spannend. Erst Torchance und Torchance, das Ding will nicht rein. In der 57. das 0-1 kassiert, aber nicht aufgegeben. Dann der Ausgleich, hochverdient, die Verlängerung, das Elfmeterschießen. Mehr Drama geht nicht. Ihr habt das aufgenommen, ihr habt das gesehen. Viele Freunde haben es zehnmal gesehen, um nochmal dieses Gänsehautgefühl zu haben. Und dieser letzte Elfer um 23,54, jeder weiß, wenn Borel trifft, dann haben wir den Pokal. Und du denkst dir, meine Güte, und er schlägt das Ding in die Winkel. Wow, einfach nur wow. Das war fantastisch, eine große Leistung. Die Eintracht-Fans, ihr habt die Mannschaft zur Höchstleistung angetrieben. Gezittert, bejubelt, hier war die Luft und der Schwing dieser Euro-Adler. Sie waren hungrig gestern, unsere Adler. Aber ich glaube, diese Adler sind noch lange nicht satt. Freunde, wie geht es weiter? Dann die Champions-Liege. Das wird der Hammer. Die SGE hat es mit Europa gezeigt. Frankfurt hat keine Angst vor großen Namen. Und das bleibt so. Der Römerberg, der Platz aus allen Nähten. Die Stadtplatz aus allen Nähten. Alle wollen nur noch eins, euch mit dieser Mannschaft feiern. Zeigen wir Deutschland. Zeigen wir Europa. Wo Eintracht draufsteht, ist Eintracht drin. Lasst uns gemeinsam diese Party machen. Ihr, diese Fans, habt euch verdient. Schlafen tut er irgendwann nach dem Wochenende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nun ja, er ist der Gastgeber. Axel Hellmann wird sich bedanken für die Einladung. Denn die Stadt Frankfurt ist der Veranstalter. Ist der Einladende natürlich Axel Hellmann. Ich werde konkrete Aufmerksamkeit beanspruchen. Nur drei Minuten. Weil alle warten ewig. Der Römerberg ist voll. Alle wollen die Mannschaft sehen. Wir haben das gerade auf dem Kurs erlebt. Der länger gedauert hat. Und wir sind alle durchnässt. Und ich glaube, die Spieler sind auch sehr froh, nach all den Anstrengungen irgendwann nach Hause zu kommen. Aber drei Minuten will ich. Weil ich drei Gedanken an dieser Stelle loswerden möchte. Meine Damen und Herren. Der erste Gedanke ist relativ einfach. Das letzte Mal stand ich hier vor vier Jahren. Mit der Delegation. Mit einer Mannschaft. Mit einem Trainerteam. Und mein Gefühl war, möglicherweise kommen wir für eine lange Zeit nicht wieder, um einen Titel zu feiern. Aber wir haben einen Titel. Und wir haben einen europäischen Titel für Frankfurt geholt. Und das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken. Nämlich zur Mannschaft und dem Team um das Team, unserem Trainerteam, dem gesamten Staff. Diese Mannschaft hat Grenzen verschoben. Nicht nur in einzelnen Spielen, sondern in einem gesamten Wettbewerb. Diese Mannschaft ist ungeschlagen Europa League Gewinner. Europa Cup Gewinner geworden. Und es ist ganz sicher heute nicht der Rahmen, einzelne Spieler hervorzuheben. Und deswegen gehe ich auf die Mentalität, Dinge, also Grenzen in der Gruppe, in der Mannschaft zu verschieben. Dieses Grenzenverschieben haben wir in Barcelona gesehen. Wir haben es in West Ham gesehen. Wir haben es gestern im Finale gesehen. Und ich glaube, wenn wir irgendwas für den deutschen und den europäischen Fußball geleistet haben und natürlich für Eintracht Frankfurt, dann ist es die Romantik in den Fußball zurückgebracht zu haben über das Verschieben von Grenzen. Mein letzter Gedanke, bevor ich dich, mein lieber Oliver Glasner und Sebastian Rohde mit dem Pokal und natürlich die ganze Mannschaft Richtung Balkon mir wünsche. Ich möchte einen Gedanken auch noch hinterlegen. Es gibt Menschen, die glauben, dass Metaphysik im Fußball keinen Platz hat. Ich bin völlig anderer Meinung. Ich glaube, der Fußball hat eine extreme Metaphysik. Es kann mir niemand erzählen, dass im Jahr, in dem wir Jürgen Grabowski und Bernd Nickel verloren haben, dass wir in diesem Jahr nach 42 Jahren ohne europäischen Titel genau in diesem Jahr den europäischen Titel wieder nach Frankfurt geholt haben. Es gibt diese Metaphysik. Und deswegen kann ich dem, was Hinti gesagt hat und andere gesagt haben, nur zustimmen. Wir widmen Eintracht Frankfurt, widmet diesen Triumph Jürgen Grabowski, den größten Fußballer von Eintracht Frankfurt. Das kann man nur unterstützen und bejahen. Bevor die Tore aufgehen, möchte ich mich bei allen bedanken. Ich weiß, für alle Beteiligten der Stadt, die städtischen Ämter, ist das eine enorme Belastung gewesen, in der Kürze der Zeit alles hinzubekommen. Aber glaubt mir, die Menschen, und wir haben in die Augen der Menschen geguckt, gerade in dem Korso, die wollen diese Nähe, die wollen diese Beziehung zu den Spielern, die wollen diese Beziehung zum Verein. Frankfurt schafft damit Bilder für die Ewigkeit. So wie wir heute eine Mannschaft sehen, die sich in die Geschichtsbücher eingetragen hat, des Sports und dieser Stadt. Und deswegen meinen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an euch. Ihr habt Großes geleistet. Vielen Dank dafür. Die Fans wollen die Mannschaft sehen. Sie rufen es. Sie fordern sie. Und jetzt. Und gleich. Jetzt wollen wir die Mannschaft aber aufzählen, oder? Ja! Hilton machen sie sich bereit. Durch die großen Glasfenster sind sie zu erahnen. Die Spieler, wie sie sich bereit machen. Kevin Trapp hat den Pokal. Und jetzt feiern die Fans. Frankfurt! Denn hier. Hessen! Seid ihr preis! Kommen sie! Die Europa-League-Sieger 2022, das ist eure Bühne! Ich hab gefragt, seid ihr bereit? Hier ist der Europa-League-Sieger 2022. Hier ist die Mannschaft von Eintracht Frankfurt! Hier ist die Mannschaft von Eintracht Frankfurt! Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt! Es ist nicht leicht von oben ein bisschen Blick zu erhaschen. Ist da unten was außer Licht? Ja klar, Sie haben es natürlich zu Beginn gesehen. Der Platz der Römerberg ist rammelvoll. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, über Sinn und Unsinn, Feuerwerkskörper mitten aus einer solchen Menge abzuschießen. Ich verstehe es nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich bin gespannt, wer geht ran ans Mikrofon. Wer bedankt sich? Wer hat etwas zu sagen? Bitte an die Täter hier vorne zur Absperrung. Dankeschön. Hinti ist wieder mit dabei. Alles gut. 42 verdammte Jahre haben wir auf diesen historischen Augenblick gewartet. Und heute können wir voller Stolz sagen, der Europa-Pokal ist wieder zu Hause. Und ab heute ist es offiziell Europas beste Mannschaft. Und nochmals der Hinweis an die Fernseher. Router! Bitte verletzt euch das Abbrennen von Pyrotechnik, damit keine anderen Personen gefährdet werden. Es ist natürlich ein bisschen eine schwierige Situation. Die Polizei fordert auf, das Abbrennen von Pyrotechnik unten zu unterlassen. Und dann wird oben mitgezündelt. Ich weiß, das spaltet die Fans total. Ja, ich glaube, Sebastian Rohde ist derjenige, der sich das Mikrofon schnappen wird. Aber erst mal feiert man und hüpft man gemeinsam mit den Fans. Und dann wird oben mit den Fans. Also ich schaue immer mal so auch auf den Rand. Das ist nicht allen Zuschauern geheuer, dass hier so viel Pyrotechnik abgebrannt wird und auch ein richtiges Feuerwerk aus der Menge aufsteigt. Das hat einige doch verschreckt, die sich abgewendet haben am Rande. Hier vor allem dann Richtung Mainufer. Ich finde, das ist durchaus wichtig, das zu erwähnen. Auch auf dem Balkon natürlich ohne Ende. Ich finde, das ist eine große Erinnerungsfotos, die da geschossen werden oder kleine Videos. Der eine behält zur Sicht, der andere teilt es. Wo ist das Mikrofon neben dem Pokal? Erinnerungsfotos, die da war. Kevin Trapp hat den sicheren Griff am Pokal. Auf Timmy Chandler hatte ich ja getippt, dass der zu den Fans sprechen wird. Denn irgendeine Form von Dialog muss es ja logischerweise geben. Das ist ja klar. Da ist er, Sebastian Rohde. Der hat das Mikrofon mit großen Augen. Das ist ein langen Blick darunter. Gestern so getroffen, zu Beginn des Spiels. Das ist nichts Alltägliches. Auch nicht für den Kapitän der Fußball-Bundesliga und den Kapitän einer Europa-League-Meistermannschaft. Jetzt die richtigen Worte zu finden. Aber das macht er. Das macht er. Hey! 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 oben auf dem balkon ein anbau erst 1900 dazugekommen an dieses gebäude aus dem 15 jahrhundert beziehungsweise seit 1500 ist der römer das rathaus frankfurts ist richtig mitgenommen man spürt ich bin extra still und leise nicht dass mir die worte fehlen sondern ich will natürlich den einsatz des mannschaftskapitäns auch nicht verpassen erst mal wird der pokal noch präsentiert und hochgehoben gemeinsam gefeiert ralf scholt hat den präsidenten von eintracht frankfurter mikrofon warte mal das geht nicht ja okay dann warten wir darauf das wird sicherlich noch klappen heute nacht haben wir uns alle unsterblich gemacht aber dieses team wird als die weiße bestie von europa in die analen von eintracht frankfurter einreden die fans fordern oliver glasner an den pokal um den noch mal zu präsentieren glasner glasner sind die rufe aber glasner ist auch ein mann der das sehr realistisch einschätzt er sagt klar jetzt wirst du abgefeiert das kann so schnell gehen in diesem geschäft das ist eine hohe leidenschaftliche stimmung es hätte jetzt aus meiner sicht hier keine pyrotechnik gebraucht das ist eine hohe leidenschaftliche stimmung die erheblich länger gedauert hat weil viel mehr menschen unterwegs waren glaube ich als alle erwartet haben da war das auch geprägt da war es aber nicht so schlimm insofern wir haben halt eine leidenschaftliche fangemeinde da passiert das Jetzt gehen wir mal kurz raus, weil Sebastian Rohde hat jetzt das Mikro und die Stimme wiedergefunden. Nach dem Klattmachspiel habe ich gesagt, wir als Mannschaft wollen uns mit dem Pokal auf dem Römer heute bei euch bedanken. Für die geile Unterstützung für das ganze Jahr, für die ganze Saison. Und hier ist das Ding. Der ist für euch. An der Stelle möchten wir als Mannschaft Martin Stein gute Besserung wünschen, der sich gestern leider verletzt hat beim Spiel. Und jetzt haben wir das Ding hier und wir haben noch einiges vor uns heute Abend. Von daher lasst uns weiterfeiern, so wie ihr es ja schon gemacht habt. Und wir werden noch viel Spaß haben. Das war somit die authentischste Rede, die ich jemals oben auf dem Balkon gehört habe. Mit großen strahlenden Augen. Sebastian Rohde, der hat sich das trotzdem genau überlegt. Ich finde ihn so super. Ich finde ihn so sympathisch. Sebastian Rohde auch als Kapitän der Eintracht. Und nicht nur als Mensch. Und Fußballer sowieso. Ralf, du hast weiter Axel Hellmann zu Gast. Die Bilder draußen. Die Mannschaft ist, glaube ich, total überwältigt. Die waren das, glaube ich, alle. Weil ihr wolltet immer näher. Ihr wolltet eine Seele für den Fußball und für die Menschen zurückgeben. Wie viel haben denn die Fans heute an euch zurückgegeben? Unendlich viel. Weil die Begeisterung in den Augen über das, was wir geschafft haben, entschädigt für jede Anstrengung. Wir sind eben durch den Gewitterschauer gefahren. Wir sind alle klatschnass. Wir haben, also die Spieler, nicht ich, aber die Spieler 120 Minuten plus Elfmeterschießen in den Knochen. Wir haben gefeiert, bis die Sonne aufging heute Morgen. Das war jetzt noch kein Moment, um mal wirklich innezuhalten. Dann jetzt noch mal wirklich mehrere Stunden Corso und hier. Also das hat schon Kraft gekostet. Aber man sieht, dass die Menschen das honorieren. Und es war uns ganz wichtig, dass wir diesen direkten Kontakt mit den Menschen herstellen. Ja, Kraft und Honorieren ist ja so ein Thema. Fußball ist viel kritisiert worden, auch in der Corona-Zeit. Abgehoben, nicht mehr die Bodenhaftung. Jetzt sind beide Mannschaften, Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt, von ganz Europa umarmt worden, praktisch. Dass sie den Fußball wieder ein bisschen geerdet haben. Wie stolz macht das? Das macht mich sehr stolz. Und ich habe auch größten Respekt vor den Glasgow Rangers. Das war nicht nur ein würdiger Gegner. Das war ein außerordentlich würdiger Gegner. Weil wir zum ersten Mal erlebt haben, dass ein Klub mehr Fans auswärts bewegt hat als wir. Das muss man neidlos anerkennen. Und dass sie auch für eine tolle Stimmung in dem Finale gesorgt haben. Und dass es ein Traditionsklub ist erster Güte. Dass es eine enge Verbindung gibt mit der Eintracht. Also das war genau die Rezeptur für einfach eine richtig große Geschichte. Und deswegen kann ich nur sagen, es war ein großes Finale. Ob das sportlich so groß war, weiß ich nicht. Aber es war jedenfalls voller Energie und es war mit einem guten Ende für uns genau das Richtige. Ach so, ein Elfmeterschießen ist ja immer richtig bei so einem Finale. Also wenn es der richtige gewinnt am Ende. Genau, wenn man weiß, wie es ausgeht. Aber ich habe etwa, sagen wir mal, ab der 105. Minute meine Beine nicht mehr gespürt. Weil da bist du einfach taub. Du bist so unter Adrenalin und so angespannt. Also wie in einem Film. Und ich glaube, ich brauche auch ein paar Tage, bis ich das verarbeitet habe. Und dann sitzt man als Mensch, der eigentlich aus der Kurve kommt. Nicht eigentlich, sondern aus der Kurve kommt. Neben dem Europapräsidenten in der VIP-Launch. Passt das trotzdem irgendwie? Ja, das passt. Ich kann diese Dinge auch durchaus trennen. Aber ich habe mit ihm auch über das Thema Stehplätze gesprochen und andere Dinge. Weil ich der Meinung bin, dem europäischen Fußball würde es gut zu Gesicht stehen, dass mehrere Vereine wie Eintracht Frankfurt mit einer gewissen Basiskultur ihren Platz in Europa fitten würden. Und auch erfolgreich Wettbewerbe spielen können. Das hängt ja miteinander zusammen. Und ich glaube, er hat auch eine gewisse Leidenschaft für uns entdeckt. Das habe ich schon beim Wrestling-Spiel gemerkt. Der Fußball erlebt eine Renaissance der Traditionsvereine. Jetzt nach der Pandemie bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass die Vereine, die auf ihre Menschen zugehen, die eng sind, wieder eine sehr große Rückkehr erleben werden und die Menschen begeistern werden. Da draußen Menschen, gerade Alex Meyer. Danke, Axel Hellmann. Ja, aber auch die Eintracht musste das erst wieder lernen, auf ihre Fans zuzugehen in der Umgebung. Das hat sie aber auch offen eingestanden, dass es ein Fehler war, zu sehr nach außen zu expandieren, zu sehr nach Amerika oder nach Asien zu schauen. Das ist alles wichtig, diese Märkte zu erschließen. Aber Europas beste Mannschaft ist eben auch hier in der Region. Es geht schon los im goldenen Buch der Stadt Frankfurt. Axel Hellmann wird sich dort jetzt auch eintragen. Das sind wirklich viele, viele, viele Prominente. Einfach mal, um John F. Kennedy stellvertretend zu nennen, der sich dort auch schon an diesem Platz eingetragen hat, in das Ehrenbuch der Stadt Frankfurt am Main. Oliver Frankenbach, ich habe Ihnen ja die Vorstandsebene der Frankfurter Eintracht vorhin schon mal vorgestellt, weil sie auch gemeinsam im Wagen Platz genommen hatten. Die Mannschaft bleibt noch draußen, genießt das mit großen Augen, sammelt Eindrücke. Wer traut sich noch mal ins Mikro? Die Fans warten ja nur drauf, die sind ja sofort voll dabei. Das ist ja auch total in Ordnung. Man spürt, das ist ungewohnt für ihn. Und das ist ja auch total in Ordnung. Das ist ja auch total in Ordnung. Nicht jeder muss da den Einpeitscher mimen und spielen, die er vielleicht gar nicht ist und sein möchte. Aber dass das auch für ihn ein grandioser Empfang ist, das steht außer Frage. Er hat das auch extra betont. Es war gestern das größte Spiel seiner Fußballerkarriere. Und da gehört der aktive Part, nämlich der als Spieler, dazu sowie als Trainer. Ansgar Knauf links, von dem kann man sich so viel erhoffen. Man muss nicht immer alles erwarten, aber erhoffen. In dem schlummert so viel Talent, aber auch so viel sympathisches Wesen. Ein ganz, ganz toller Neuzugang, den Eithard Frankfurt in der Winterpause da akquiriert hat. Als Leihgabe von Borussia Dortmund. Ralf Scholt hat noch einen Gast, und zwar einen der gestrigen Elfmitterschützen. Gleich den ersten, Christoph Alenz. Ja, das war schon eine besondere Situation, Chris, gestern. Wenn man als Erster zum Elfmitterschützen kommt, dann weiß man ja, der muss jetzt drin sein, weil du willst nicht gleich mit der Hypothek in so ein Ding reingehen. Der Weg zum Punkt ist der weiteste. Wie war das? Ich wollte den ersten oder den letzten schießen. Also von daher habe ich mich selbst dafür entschieden. Und ja, der Weg war lang. Dann musste Kevin sich auch noch mal auf die andere Seite stellen. Dann hatte ich noch mal ein paar Sekunden längere Zeit. Aber mir war einfach nur wichtig, dass ich nur auf dem Ball gucke, bei mir bleibe. Und dann war ich mir eigentlich sicher. Ja, das ist ja auch eine besondere Qualität, dass jemand sagt, ich schieße und ich schieße vorne oder ich schieße hinten. Weil das sind die besonderen Situationen. Sind Sie so ein Typ, der sagt, ich nehme die Verantwortung dann gerne auch für das Team? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich es kann, dann nehme ich es gerne auf mich. Und ich glaube, so wie gestern hat es gut funktioniert mit uns fünf Schützen. Und ja, mit Kevin im Tor, perfekt. Absolut. Ja, er hat gesagt, die Last auf seinen Schultern hat er schon sehr stark gefühlt. Aber ihr habt ja heute wahnsinnig viel zurückgekriegt, glaube ich, auf der Reise vom Flughafen hierher, die sehr lang war. Die Stadt Frankfurt neu kennengelernt? Ja, komplett neu. Vorher wusste ich schon, dass Frankfurt sehr fußballverrückt ist. Aber jetzt lerne ich es nochmal ganz anders kennen. Und macht das jetzt schon Lust wieder auf eine nächste Saison oder ist das noch ein bisschen so weit weg? Ne, wir haben schon Lust auf die nächste Saison, weil es ja dann auch in die Champions League geht. Aber jetzt auch erstmal den Wohlfahrt in den Urlaub. Und danach freuen wir uns auf die Champions League und die Bundesliga wieder. Ja, viel Spaß dabei. Der Coach spricht. Irgendwann möchte man da am Balkon stehen. Und ich habe nicht geglaubt, dass es schon im ersten Jahr so weit ist. Und das Schöne daran ist, man kann Titel gewinnen, indem man ganz viel Geld ausgibt. Oder man kann Titel gewinnen, indem man eine ganz große Einheit bildet. Eine große Einheit in der Mannschaft, eine große Einheit im Verein, eine große Einheit mit euch. Und nur so haben wir das geschafft. Danke, danke für eure Unterstützung. Und deswegen haben wir uns alle diesen Titel verdient. Und riesengeile Feier heute Abend. Danke für eure Unterstützung. Und ich sage Ihnen jetzt was, das sind die Schlussworte des morgigen Films. Besser kann man es nicht formulieren. Und das in schönem Österreichisch dargebracht von Oliver Glasner, dem siebten Meistertrainer einer Frankfurter Eintracht. Titeltrainer, so muss es wahrscheinlich dann ganz korrekt heißen. Ich glaube, man wird es relativ schnell merken, dass ich überhaupt keine Stimme habe. Ich habe mir jetzt natürlich keine Gedanken gemacht, wie es ist, wenn es sich wieder hier oben stehen darf. Vor euch, unfassbar geilen Fans. Ich sage einfach ein bisschen von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Danny Da Costa. Nach insgesamt jetzt fünf Jahren hier, war es von Anfang an, von Tag 1 unglaublich, wie ihr mich aufgenommen habt. Der wird mit Tränen gehen gleich. Er fällst den Verein zum Mainz 05. Wo er sich auch wohlfühlen wird. Ich glaube, die meisten Menschen aus meinem Umfeld wissen, ihr seid so geil. Ihr seid doch so bekloppt. Ihr seid mir auch schon gegeizt. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, dass ich während meiner Karriere auch nur einen einzigen Titel holen werde. Und jetzt habe ich mit euch Bekloppten gleich zwei davon geholt. Und ich danke einfach für alle. Peter, ich lasse dich noch ein paar Worte sagen. Hey Frankfurt! Hallo, wo seid ihr? Was haben wir euch versprochen? Wir holen das verdammte Ding nach Frankfurt. Und was habe ich euch auch versprochen? Ich habe letzte Nacht daraus gesoffen. Dafür seid ihr schon. Und wenn wir schon singen und wenn unsere Mannschaft singt, ihr die geilste Fußballmannschaft der Welt in eurem Song, dann hat unsere Mannschaft in der Kabine schon gesungen. Aber dafür haben wir auch die geilsten Fans der Welt. Das... So, ich will euch nicht langweilen, ich bin der monsterstolzeste Präsident von diesem verrückten Haufen da unten, von dieser wahnsinnigen Mannschaft. Ich liebe euch und wir werden den nächsten Schritt gehen mit euch gemeinsam in der Champions League und hoffen. Und wir werden aufpassen, dass wir nicht wieder in ein Mickey-Maus-Stadion spielen müssen, wo keiner rein darf. Bleibt friedlich, liebt euch und vergesst die euren Verein. Und bald gibt der Peter dann einen aus. Noch mal zur Erinnerung. Sechster, siebter September geht's los. Erster Spieltag der Champions League 2022-2023. Das sind die Bilder des Römerbergs in Frankfurt. Es ist gleich 22.03 Uhr. Das hat großen Spaß gemacht für Sie, das zu kommentieren. Die Schlussworte hat gleich Ralf Scholt vielleicht auch noch mit dem Gast. Das waren unvergessliche Bilder, die wir heute gesehen haben nach einem unvergesslichen Fußballspiel. Vielen Dank, Ralf, du bist dran. Ja, jetzt haben wir vier Stunden zusammen hier mit der Eintracht und mit allen Fans und Sympathisanten verbracht. Es hat zuletzt dann noch die Stimme der Eintracht gegeben. Es gibt einen Supercup, es gibt so viele schöne Sachen in der Zukunft. Und weil Florian Nass das ja mal so durch die Blume angesagt hat. Er ist der Autor, morgen Abend 2015 bei uns im hr-Fernsehen, da das Ganze dann noch mal in Ruhe und gesetzt. Aber er hat sich ja schon mal eine Schnittliste gemacht. Oliver Glasner, die Ansprache auf dem Balkon, die muss da unbedingt rein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt sehen Sie noch ein paar Impressionen von einem unglaublichen Nachmittag und Abend in Frankfurt mit dem Euroleague-Sieger Eintracht Frankfurt. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald. Tschüss. Ami! gut Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017